Es wird wieder einmal Zeit, dass wir uns einer essentiellen Frage aus Jurassic Park widmen. Einer Frage, die ihr mir jetzt öfter gestellt habt und die ich mir mal angeschaut habe. Tatsächlich habt ihr mich mit dieser Frage so kirre gemacht, dass ich ganz kurz überlegt habe, Moment, das macht ja echt gar keinen Sinn. Und zwar geht es darum, warum der Velociraptor aus Jurassic Park 1, also The Big One, das Riesenbeast, zu Beginn von Jurassic Park 1 nicht stirbt. Als auf ihn geschossen wird, quasi die Szene, wo Joffrey gefressen wird und da gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Musik Wenn man bei bestimmten Stellen, also als die Kamera um die Transportboxes Velociraptors herumfährt, wenn man da auf Stop drückt, sieht man, da ist gar kein Raptor drin. Das Ding ist komplett leer. Das mag sein, aber man hat eben damals auch einfach gesagt, man muss da keine animatronische Figur reinsetzen, weil warum sollte man das denn machen? Als ob es irgendwann so Leute geben würde, die Frame für Frame alles untersuchen und dann YouTube-Videos darüber machen. Tja, das ist scheiße gelaufen. Auf jeden Fall, ja. Im Endeffekt könnte man einfach sagen, da ist gar kein Raptor drin. Die haben vielleicht in deren Behälter transportiert, aber nee. Wir sehen ja auch dann in bestimmten Einstellungen, wie der Velociraptor nach draußen guckt und quasi auch Robert Muldoon ins Gesicht guckt. Also in der Welt da drin, in der Welt von Jurassic Park ist da ein wirklicher Velociraptor drin. Nicht nur irgendein Velociraptor, wir haben das Ganze bereits schon besprochen, dass wir hier das Riesenbiest das allererste Mal mehr oder weniger sehen und das auch direkt mal zeigt, dass es cleverer ist als später andere Dinosaurier. Das Riesenbiest rammt nämlich die Außenseite der Futterstation, woraufhin dann das Behältnis, in dem sich das Tier befindet, nach hinten geschoben wird und Joffrey fällt von oben herunter. Der Velociraptor packt ihn darauf hin und zieht ihn in, naja, eben zu sich heran, um ihn eben dann zu fressen. Und hier gibt es eine interessante Theorie, die allerdings nur auf Deutsch existiert und wir klären die mal ganz kurz auf. Und zwar geht es hier darum, dass Robert Muldoon in Jurassic Park die Worte schreit, er schießt ihn, er schießt ihn. Und da haben ein paar gesagt, ja Moment, Moment, Moment. Aber müsste er nicht eigentlich schreiben, er schreien, er schießt sie, weil das ist ja ein weiblicher Velociraptor, aber er schreit, er schießt ihn und damit hat er wahrscheinlich gemeint, er schießt Joffrey, damit er eben nicht leiden muss. Und das ist so eine Fan-Theorie, dass deswegen der Raptor nicht gestorben ist. Macht aus zwei Gründen keinen Sinn. Der erste ist, sie schießen ja trotzdem auf den Velociraptor und der zweite ist, er schreit nicht, er schießt ihn. Man muss genau hinhören oder einfach die Untertitel anmachen. Er schreit wirklich, shoot her im Englischen oder eben, er schießt sie im Deutschen mit Untertitel. Wenn man das Ganze liest, man kann sehr leicht hören, er schießt ihn, wenn man nicht aufpasst. Aber wenn du wirklich genau hinhörst, hörst du, er schießt sie, also er sagt wirklich, er schießt sie. Und deswegen passt das schon mal nicht zu dieser Fan-Theorie dazu. Auch wenn er im Deutschen, er schießt ihn, schreiben würde, würde das trotzdem keinen Sinn ergeben, weil er im Original eben schreit, shoot her. Also, er meint hiermit nicht, schießt auf Joffrey. Schauen wir uns jetzt aber einfach mal an, warum der Velociraptor nicht stirbt, obwohl Robert Baldun ja ganz klar die Anweisung gibt, er schießt dieses Mistvieh. Hat auch was damit zu tun, das wird mehr oder weniger sogar in einer Deleted Scene erwähnt. Es kommt noch ein Video, nach dem Video hier ist zumindest noch ein Video geplant, wo ich alle Deleted Scenes von Jurassic Park 1 mit euch besprechen will. Eine darunter ist zum Beispiel ein Gespräch zwischen Robert Baldun und John Hammond, in dem zu dem Zeitpunkt, als Robert Baldun zu Ellie sagt, ich komme mit ihnen und gucke, was mit Mr. Arnold passiert ist, daraufhin soll eine Diskussion zwischen Robert Baldun und John Hammond gedreht worden sein, wo sich die beiden darüber unterhalten, dass Baldun keines dieser Tiere erschießen soll, aus Grund von finanziellen Hintergründen. Das heißt, John Hammond möchte nicht, dass die Velociraptoren erschossen werden und bespricht das eben auf Robert Baldun. Wenn wir das wissen und uns dann die Szene am Anfang nochmal genau anschauen, sehen wir auch tatsächlich, dass es lediglich ein oder zwei Soldaten oder zumindest Parkmitarbeiter gibt, die wirklich eine Schrotflinte in der Hand haben, aber die beiden gehen nicht an das Gehege ran. Schauen wir uns das Ganze wirklich mal Frame für Frame an oder wenigstens auf Zeitlupe, dann sehen wir, dass sämtliche Parkmitarbeiter, die das Riesenbiest bearbeiten, wirklich nur mit Stromstößen an das Tier rangehen. Es gibt auch ein paar Waffen, die wirklich so aussehen, als wären es irgendwie Gewehre oder ähnliches. Aber auch hier haben wir vorne so ganz kleine Spitzen und diese Waffen gibt es tatsächlich. In diesen ganz kleinen Spitzen wird Elektrizität gesammelt und dann eben an, in diesem Fall, ein Velociraptor weitergegeben. Der Grund, warum das Riesenbiest hier nicht zusammenbricht, zumindest noch nicht, ich gehe ganz stark davon aus, dass nach dem Vorfall das Riesenbiest allerdings erstmal flach gelegen hat, ist ganz einfach der Riesenbiest selber, in dem Augenblick, wo es eben mit diesen ganzen Stromstößen bearbeitet wird, nicht in die Knie geht und dann eben aufdreht. Man sieht das auch anhand der Augen und an den Geräuschen, die das Tier eben macht. Es bekommt plötzlich aufgerissene Augen, bekommt eine ganz schnelle Atmung. Und da kann man eben davon ausgehen, dass diese Stromstöße das Tier quasi nur noch rasender machen, nur noch wütender machen. Diese Art von Raserei gibt es auch im wirklichen Leben tatsächlich, eben häufig auch bei Tieren. Bei Tieren, die zum Beispiel auch Tollwut haben, endet aber auch nicht selten damit, dass die Tiere dann kurz danach sterben, nachdem sie eben diese Raserei ausgesetzt haben, weil eben das Herz viel zu schnell pocht, der Körper eben viel zu viel Adrenalin ausschüttet und das eben, naja, dann zum Tod führt letztendlich. Das Riesenbiest ist in dem Szenario wohl nicht gestorben, weil wir sehen ihn ja später nochmal wieder. Aber das ist ganz einfach der Grund, warum das Tier im Film eben auch einfach nicht stirbt. Der ist nicht kugelsicher, das habe ich auch schon mal gelesen. Ist das Tier kugelsicher wie der Indoraptor? Nein, ganz einfach nicht. Also das Riesenbiest wurde eben einfach nur mit Betäubungswaffen und mit Stromschocks bearbeitet und ist daraufhin eben eine Art Raserei geraten und konnte deswegen so lange durchhalten. Wie gesagt, wir sehen ja auch nicht, was passiert, nachdem Jeffreys Hunt plötzlich in diesem Gehege verschwindet. Später wird auch nur von einem Unfall geredet. Wir wissen ja nicht, was daraufhin passiert ist. Das Tier mag möglicherweise kurz danach zusammengeklappt sein. Aber das ist ganz einfach der plausible Grund, warum der Velociraptor hier nicht einfach direkt zusammengeklappt ist und Joffrey immer noch am Leben ist, dass eben dieses Tier komplett ausgerastet ist, weil man es eben mit Elektroschock und eben mit Betäubung bearbeitet hat. Auch die Frage, warum man eben nicht auf das Tier geschossen hat, haben wir damit auch beantwortet, weil eben in einer gelöschten Szene John Hammond ganz klar macht, dass diese Tiere nicht erschossen werden dürfen. Das sehen wir auch später noch in Jurassic World. Jeder will ja, dass die Tiere irgendwie weiter am Leben bleiben. Einmal aus ethnischen Gründen und einmal eben aus finanziellen Gründen. Ich hoffe, ich konnte dir diese Frage hiermit so plausibel wie es geht irgendwie beantworten und du siehst diese Szene beim nächsten Mal nicht mit tausend Fragezeichen auf dem Kopf, wenn du dir den Film nochmal anschaust. Schreib mir gerne weitere Fragen zum Thema Jurassic Park oder auch Jurassic World in die Kommentare unten rein. Ich werde sehen, ob ich die lösen kann, was nicht immer geht. Wenn ich dazu keine offiziellen Sachen finde, dann werde ich einfach gucken, dass wir uns eventuell ein logisches Konstrukt zusammenreimen können. Wenn das auch nicht geht, dann habe ich da eben auch keine Antwort drauf. Aber schreib mir auf jeden Fall deine Fragen in die Kommentare rein. In diesem Sinne bin ich jetzt raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 spielen ja Faktor auf derselben Insel, nämlich auf der Isla Sorna, auch genannt Anlage B. Seltsamerweise treffen unsere Hauptfiguren in Jurassic Park 2 The Lost World nicht auf den Spinosaurus, obwohl wir in Jurassic Park 3 sehen, dass sich der ja auf derselben Insel befindet. Ich habe zum einen eine Antwort für dich, woran genau das liegt, dass wir in Spinosaurus nicht in Jurassic Park 2 gesehen haben. Zum anderen habe ich für dich hier auch noch eine Karte, auf der wir ganz genau sehen, wann sich die beiden Filme und wo sich die beiden Filme abgespielt haben. Das ist ganz wichtig und gehört vielleicht zusammen, vielleicht aber auch nicht. Bleib dran. Viel Spaß mit dem Video. Man kann von Jurassic Park 3 halten, was man will. Ich finde den Film ziemlich geil. Ich bin auch sehr stolz auf meine Jurassic Park Trilogie Box, auf der der Spinosaurus drauf ist, weil ich liebe den Spinosaurus und damit bin ich wirklich nicht alleine. Zahlreiche Fans von Jurassic Park 3 mögen den Film am Ende dann doch nur eben wegen diesem Dinosaurier. Ja, er hat uns damals das Herz gebrochen, als er den T-Rex gekillt hat. Und nein, das ist nicht Rexy und nein, das ist auch nicht der Baby Rex aus Jurassic Park 2. Dazu habe ich dir mal ein Video hier oben verlinkt. Das haben wir alle schon behandelt. Trotz allem hat er aber das inoffizielle Maskottchen der Jurassic-Reihe getötet. Immer mehr Leute von euch haben mich auch gefragt, Tobi, wie kann das denn sein, dass in Jurassic Park 2 der Spinosaurus einfach nicht zu sehen ist? Und ihr habt da die Augen aufgehalten und habt euch dann einfach nur gedacht, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn, Ihr könnt ihn allerdings nicht finden und das hat auch seinen Grund. Ich meine, ja, legen wir erstmal ganz kurz fest, dass die Idee vom Spinosaurus erst gekommen ist, nachdem Jurassic Park 3 auch wirklich begonnen wurde zu planen. Der Spinosaurus war einfach vorher nicht in den Köpfen von Steven Spielberg und Co. Das ist eben der simpelste Grund und eben auch der faktisch logischste Grund. Der Spinosaurus war einfach nicht geplant. Da er nun aber Teil der offiziellen Lore und Geschichte der Jurassic-Reihe ist, lohnt es sich dann doch mal einen Blick drauf zu werfen, wo der Spinosaurus denn hätte stecken können. Wäre er denn schon auf der Isla Sauna gewesen? Ich habe hier mal eine Karte für euch rausgefunden, wo ihr ganz kompliziert unter tausenden Strichen irgendwo erkennen könnt, wo Jurassic Park 2 und wo auch Jurassic Park 3 gespielt haben. Dann habe ich mir 30 Minuten lang die Mühe gemacht, die roten Linien zu entfernen, und habe dann erst gemerkt, ey, wenn du weiter runter scrollst, ist da diese Karte gewesen und da war das Ganze eben schon ohne die roten Linien dargestellt. Und hier können wir sehr schön sehen, wo sich die verschiedenen Filme abgespielt haben. Wir müssen immer vor Augen halten, dass die Isla Sauna um einiges größer ist als Nubler und somit war es eben auch sehr wahrscheinlich, dass wir sowohl in Jurassic Park 2 als auch in Jurassic Park 3 noch immer nicht alle Saurier gesehen haben, die auf der Insel die Unwesen treiben. Eine Theorie geht eben ganz stark davon aus, dass das, was ich euch hier gerade zeige, eben die beiden Filme so an so unterschiedlichen Orten auf der Sauna spielen, dass sie den Spinosaurus gar nicht hätten finden können. Dazu nehmen sie auch noch den Fakt, dass ja die Landschaft ganz anders aussieht. Ich meine, in Jurassic Park 3 haben wir mehr so eine Tropenlandschaft, während Jurassic Park 2, The Lost World, ja mit diesen stämmigen Bäumen dann doch mehr an einen ganz normalen Wald erinnert. Das liegt aber ganz einfach daran, dass Jurassic Park 2 eben wirklich in einem Wald, ich meine, in Colorado war es gedreht, wurde großteils eben, wenn wir diese Außenszenen hatten, während Jurassic Park 3 ähnlich auch wie Jurassic Park 1 auf Hawaii gedreht wurde. Ich habe euch ja in einem anderen Video schon erklärt, dass es diese Wayback Machine gibt, also ein Programm, mit dem ihr im Internet auf vergangene Websites zurückswitchen könnt. Das heißt, Jurassic Park 3 als Beispiel hatte man eine eigene Website gehabt, die wurde irgendwann dann von Jurassic World überschrieben. Mit dieser Wayback Machine könnt ihr allerdings die alte Jurassic Park 3 Seite nochmal aufrufen und da merkt ihr ganz einfach, dass Jurassic Park 3 wirklich wie auf der Karte eingezeichnet an diesem Ort hier oben gespielt hat und Jurassic Park 2, selbes Szenario, kann man ja auch wieder machen, hat wirklich da unten gespielt. Wäre das also jetzt der Grund, warum der Spinosaurus in Jurassic Park 2 nicht aufgetaucht ist? Nein, der Grund ist viel einfacher und sehr, sehr viel simpler, denn Spinosaurus gab es zu der Zeit von Jurassic Park 2 noch nicht. Dazu wissen wir auch von unserem Lieblingsregisseur Colin Favreau, dass der Spinosaurus in Jurassic Park 3 der jüngste Antagonist in Anführungszeichen unter den Sauriern ist, den wir in der gesamten Reihe bisher gesehen haben. Der Spinosaurus, den wir in Jurassic World Camp Cretaceous sehen, sei nämlich um die 20 Jahre alt. Außerdem ist über die Geschichte des Spinosaurus folgendes bekannt. Schon vor oder während 1993, als der Park eben kurz vor der Eröffnung stand, gelang es Injun, DNA-Proben des Spinosaurus zu erhalten. Injun erschuf mindestens ein Tier, was wir eben auch in Jurassic Park 3 dann sehen. Der Spinosaurus lebte auf jeden Fall auf Anlage B, also auf Isla Sorna, auf welcher er eben auch erschaffen wurde. Die Erschaffung des Spinosaurus war allerdings geheim, sodass er nicht auf Injuns Liste aufgeführt wurde. Des Weiteren gibt es hier auch noch eine Beschreibung von Universal selbst. Ich werde das Ganze hier gerade mal versuchen, so gut zu übersetzen, wie mir das irgendwie möglich ist. Kurz von der Übernahme Injuns von der Maserani Global Corporation. Im Jahr 1999 reiste eine Gruppe von Injun-Wissenschaftler auf die Isla Sorna, um bestimmte Dinosaurier-Exemplare erneut zu klonen. Der Spinosaurus war nur einer von mehreren Dinosauriern, von denen man eben neue Klone erschaffen wollte, beziehungsweise sie eben das allererste Mal zum Leben erwecken wollte. Viele Gerüchte im Netz behaupten, Dr. Henry Wu wäre mit auf die Insel gereist. Das ist offiziell nicht richtig. Es gibt keine offiziellen Angaben, die das bestätigen. Wenn ihr welche habt, schickt sie bitte in die Kommentare unten rein. Ich habe nichts gefunden. Es gibt Reddit- und Foreneinträge, die das irgendwie behaupten, aber es gibt keine offiziellen Quellen, die darauf hinweisen, dass Dr. Henry Wu mit an dieser Operation beteiligt war. Ganz im Gegenteil, es wird sogar ganz deutlich darauf hingewiesen, dass man die Namen dieser Personen noch immer nicht kennt. Wäre interessant, wenn Charlotte Lockwood mit dabei wäre. Ey, Jurassic Universe, wenn du existierst, wenn du bald auf uns zukommst, dann hau rein. Ey, bring uns solche Geschichten näher. Neben dem Spinosaurus wurden auch noch Klone vom Ankylosaurus, vom Keratosaurus und vom Kotyosaurus erschaffen. Warum sie das alles geheim gemacht haben oder warum die Saurier erst im Nachhinein erschaffen wurden, das erfahrt ihr noch in einem anderen Video. Es wird noch ein Video kommen, wo ich mal die gesamte Geschichte des Spinosaurus erkläre, quasi von seiner Erschaffung, warum er erschaffen wurde, bis eben hin zu seinem aktuellen Stand und eben auch Lebensraum. Um die Frage in diesem Video aber hier zu beantworten, naja, reicht unsere Information jetzt auf jeden Fall aus. Der Spinosaurus wurde erst im Jahr 1999 erschaffen. Das ist genau zwei Jahre, nachdem Jurassic Park 2 spielt. Das heißt, der Spinosaurus ist wirklich der jüngste Saurier, den wir hier als Antagonisten bekommen. Der ist nämlich erst zwei Jahre alt. Also die Antwort ist ganz kurz und knapp. Der Spinosaurus hat noch nicht existiert zu Zeiten von Jurassic Park 2 und selbst wenn er existiert hätte, wäre das keine Garantie darauf gewesen, dass der Spinosaurus auf unsere Gruppe getroffen wäre, weil das eben zwei komplett unterschiedliche Standpunkte gewesen sind. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten und würde einfach sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Wenn man sich bei den Jurassic Filmen auf eines wirklich verlassen kann, dann sind es doch die epischen Endkämpfe zum Schluss. In Jurassic Park 1 haben wir den Kampf zwischen dem T-Rex und den Velociraptoren. In Jurassic Park 2 haben wir den Endkampf mit dem T-Rex in der Stadt oder eben auch der Kampf mit unserer Truppe rund um Ian, Malcolm und Co. gegen die Velociraptoren. In Jurassic World haben wir den Indominus Rex gegen den T-Rex und Blue, den Velociraptor. Sogar ein Fallen Kingdom, der ja von vielen als der schlechteste Teil der gesamten Reihe angesehen wird, haben wir einen ganz coolen Endkampf zwischen Blue und dem Indoraptor. Und in Jurassic World Dominion, dem aktuellsten Film, haben wir den Endkampf zwischen dem T-Rex und dem Gigantosaurus und ihm hier, dessen Name ich immer noch nicht aussprechen kann, obwohl er gar nicht so kompliziert ist. Tericinosaurus. Und jetzt wirst du dir zurecht denken, Tobi, hast du nicht Jurassic Park 3 vergessen? Na, die Sache ist halt, Jurassic Park 3 hat irgendwie keinen richtigen Endkampf. Eigentlich war ein Endkampf geplant gewesen und über den sprechen wir heute. Der Endkampf aus Jurassic Park 3, der sogar im Drehbuch noch vorhanden war, bei dem man sich aber während des Films dazu entschieden hat, den packen wir da nicht mehr rein. Was ich sehr schade finde, wir quatschen da jetzt drüber, was eigentlich passiert wäre. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Zu Beginn von Jurassic Park 3 sehen wir ja, wie Billy aus so einem 3D-Drucker eine Resonanzkammer eines Velociraptors ausdruckt. Mit dieser Resonanzkammer, so wird das im Film rübergebracht, kann man sich mit den Velociraptoren unterhalten, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wenn man da reinpustet, macht diese Resonanzkammer bestimmte Geräusche, die sich anhören sollen, die Raptoren-Geräusche. Wo ich sage, ah, nicht so ganz, irgendwie hören die Raptoren sich nicht so an. Und auch Dr. Alan Grant versucht dann ja zum Schluss des Films mit den Velociraptoren Kontakt aufzunehmen und ihm quasi zu signalisieren, dass sie keine Gefahr für sie darstellen. Warum auch immer Mr. Kirby dann zu Alan Grant sagt, rufen sie um Hilfe, habe ich bis heute nicht verstanden, weil wenn er um Hilfe ruft, würden dann nicht noch mehr Velociraptoren kommen, die dann aber sehen, ey, das sind gar keine Raptoren, das sind andere Kreaturen. Ist irgendwie ein saubescheuerter Plan. Auf jeden Fall sehen wir, wie Grant mit den Velociraptoren kommuniziert. Das Ganze geht aber nur so teilgut aus. Die Velociraptoren sind einfach nur verwirrt und greifen die Gruppe aber auch nicht an, weil sie eben die Eier bekommen. In der nächsten Szene sehen wir dann schon, wie die Gruppe rund um Alan Grant, die gesamte Kirby-Familie ohne Billy, der ja angeblich noch für tot geglaubt wird, an den Strand kommen. Und da ist dann der nette Herr hier mit dem Megafon, der einfach mal in den Dschungel reinbrüllt und eben die Leute sucht. Was wir nicht gesehen haben, ist eine Szene, die eigentlich noch dazwischen kommen sollte. Also zwischen dem Gespräch mit Grant und den Raptoren und eben dem netten Herr am Strand. In dieser Szene sollte die Gruppe, genau wie jetzt eigentlich auch zum Schluss, an die Lichtung kommen. Also sie kommen aus dem Dschungel heraus, auf eine Lichtung. Auf diesem flachen Grund taucht dann plötzlich erneut der Spinosaurus auf. Dr. Alan Grant und Mr. Kirby und eben auch Mrs. Kirby und der junge Kirby, Eric war es genau, Eric flüchten daraufhin auf einen Kran. Genau, derselbe Kran, den wir eigentlich in der Szene davor hatten, aus dieser Wasserszene. Diese Szene wäre ursprünglich im Skript auch anders abgelaufen. Der hätte es einfach diesen Kran nicht gegeben, sondern Mr. Kirby hätte quasi den Spinosaurus einfach nur am Rande dieses Sees auf sich aufmerksam gemacht und nicht von diesem Kran aus. Dieser Kran wäre erst später im Film aufgetaucht, nämlich eben genau jetzt, wo Mr. Kirby dann auf dem Kran oben den Spinosaurus ablenkt. Als Alan mitbekommt, dass das aber eine gar nicht so geniale Idee ist, weil der Spinosaurus eben auch direkt darauf anspricht, Mr. Kirby dann keinen Schutz mehr hat, kommt ihm eine Blitzidee. Und diese Idee finde ich sehr interessant und hätte ich eigentlich doch irgendwie gerne im Film gesehen. Ich weiß, das ist kompletter Trash, was jetzt kommt, aber irgendwie wäre das doch cool. Vor allem hätten wir ja einen Storyaufbau für diese Szene gehabt. Im Skript war es nämlich eigentlich so beschrieben, dass Dr. Alan Grant erneut diese Flöte aus der Tasche holt, mit der er die Velociraptoren irgendwie beeinflusst hat oder immerhin verwirrt hat und dann herausfindet, wie er mit dieser Flöte die Raptoren um Hilfe rufen kann. Also diesmal ruft er wirklich um Hilfe und die Velociraptoren kommen angerannt. Als Grant dann merkt, dass das wirklich funktioniert, pustet er wieder und wieder und wieder in die Pfeife rein, bis irgendwann eine ganze Horde von Velociraptoren da ist und den Spinosaurus angreift. Der Kampf im Skript war dann so beschrieben, eigentlich genauso ähnlich wie auch der Kampf zwischen dem T-Rex und den drei Velociraptoren. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sich dann dazu entschieden hat, die Szene nicht einzubauen, weil es dann doch irgendwie eine zu arge Kopie gewesen wäre. Nur haben wir hier einfach eine ganze Schar von Velociraptoren. Im Skript war die Rede von Nearly 20 of these creatures attacked, also ungefähr 20 von den Velociraptoren haben den Pinosaurus übermannt und quasi überrannt. Nach einem etwas längeren Kampf bricht das Tier dann zusammen und wird lebendig von den Velociraptoren aufgefressen. Während der letzte Schrei des Pinosaurus nochmal durch den Dschungel halt, rennt unsere Gruppe weg, gelangt dann an den Strand und dann bekommen wir eben das Ende, was wir auch kennen. Ich finde, das wäre ein ziemlich böser Ausgang für den Spino gewesen, zumal der auch eine richtig große Fanbase hat. Und ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch nicht durchgezogen hat, weil der ursprüngliche Plan war ja, den Spinosaurus gegen den T-Rex zu ersetzen. Das sollte ja das neue Maskottchen werden. Ich weiß nicht, ob in einem Jurassic Park 4 der Spinosaurus immer noch der Ersatz für den T-Rex hätte sein sollen, aber möglicherweise ist das auch der Grund, warum sie gesagt haben, nee, wir nehmen die Szene raus, entweder weil sie einfach eine 1 zu 1 Kopie gewesen wäre von dem Kampf T-Rex gegen Spinosaurus oder halt, weil sie gesagt haben, nee, wir können den nicht töten, wir müssen den ja späteren Film nochmal vorkommen lassen. Aber auch dann hätte die Szene ja einfach abrupt enden können, mitten im Kampf, hätte man ja einen Cut machen können, dass man eben nicht sieht, wie der Spinosaurus stirbt. Und ich hätte das eigentlich ganz cool gefunden, wenn man nochmal so einen Kampf gesehen hätte um die 20 Velociraptoren. Das war vielleicht auch für die damalige Zeit zu krass von dem CGI her. Aber auch da hätte man einfach Abstriche machen können und eben weniger Raptoren benutzen können, die den Spinosaurus angreifen. Ich hätte es einfach nur zu gerne gesehen und finde, das hätte auch das Ende nicht so abrupt gemacht, wie wir es jetzt eben bekommen haben. Und es wäre einfach cool gewesen, mal zu sehen, wie der Spinosaurus gegen Velociraptoren kämpft, sein wir doch mal ganz ehrlich. Bei allem Trash, was doch Jurassic Park 3 uns bringt, ich meine, wir haben einen entsprechenden Velociraptor im Flugzeug, wäre das auch okay gewesen, wenn Dr. Alan Grant irgendwie herausfindet, wie er mit Velociraptoren reden kann. Und da wäre sogar der Flugzeugflug, wo er wirklich mit einem Velociraptor redet, wo der Raptor sagt, Alan, wäre sogar so ein kleines Foreshadowing gewesen, auf das, was dann später kommt, dass er nämlich später wirklich mit den Raptoren reden kann. Ich hätte das einfach nur saukool gefunden. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Was sagst du dazu? Sagst du, das hätte ich auch gerne gesehen? Oder meinst du, nee, komm, der Film ist jetzt eh kompletter Murks? Solltest du aber nicht sagen, weil der Film ist trotzdem ziemlich geil. Ich freue mich, eure Kommentare zu lesen und würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. So ihr Lieben, ihr werdet es schon merken, ja, dieses Video hier ist seit langem mal wieder ohne Greenscreen. Die zukünftigen Videos werden nach und nach wieder mit dem Greenscreen passieren. Allerdings sind wir aktuell hier ein bisschen in Umzugsstimmung und das ist halt auch ein bisschen chaotisch, dementsprechend. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, den Greenscreen baust du heute mal nicht auf, macht aber gar nichts. Wir werden dennoch heute ein ganz wichtiges Thema besprechen. Und zwar werden wir heute das Original-Drehbuch aus Jurassic Park 3 rekonstruieren. Was meine ich mit rekonstruieren? Naja, ich habe schon zahlreiche Videos über rausgeschnittene Szenen oder Aussagen von Regisseuren gemacht. Damit ich die hier nicht alle einzeln verlinken muss, habe ich die hier oben einfach mal die Playlist zu Jurassic Park 3 verlinkt. Da kannst du draufklicken und kannst alle einzelnen Szenen nachholen. In diesem Video werde ich jetzt versuchen, diese Szenen chronologisch anzupassen und das Drehbuch von Jurassic Park 3, wie es ursprünglich hätte aussehen sollen, zu rekonstruieren. Das geht aber eben nur, indem ich dann auch selber schaue, okay, wie kann man dann bestimmte Lücken zwischen den herausgeschnittenen Szenen irgendwie dann doch schließen. Das heißt, hier gibt es ein paar Szenen, die wirklich faktisch ursprünglich in den Film kommen sollten. Es gibt Szenen, die faktisch im Film waren beziehungsweise im Rohmaterial vorhanden waren, aber es eben nicht in den fertigen Schnitt geschafft haben. Und dann gibt es eben noch bestimmte Szenen, die ich mir irgendwie dann dazu dichten muss, damit das Ganze auch logisch ist. Deswegen heißt das Ganze einfach rekonstruieren. Ich werde euch aber darauf hinweisen, welche Szenen wirklich faktisch hätten im Film sein müssen und welche ich mir jetzt eben dazu spinne. Ich hoffe, das Konzept ist nicht allzu konfus, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. So, bevor wir jetzt mit der Geschichte von Jurassic Park 3 loslegen, ganz kurz nochmal vorweg. Ich weiß, und die meisten von euch wissen es wahrscheinlich auch, dass ursprünglich die Figuren in Jurassic Park 3 hätten ganz andere Figuren sein sollen. Das heißt, wir hätten nicht Eric Kirby, wir hätten nicht Paul Kirby und wir hätten auch nicht Amanda Kirby gehabt. Die hießen anders, also die hätten einen anderen Nachnamen und wohl auch einen anderen Background gehabt. Das Problem ist, dass dieser andere Background nur ganz am Anfang, noch bevor das Skript überhaupt angefangen wurde zu schreiben, existiert hat. Und auch die Namen wurden relativ schnell geändert. Das heißt, in diesem Skript, was wir jetzt hier besprechen, werden wir den originalen Namen des Casts und den der Figuren einfach beibehalten. Das heißt, wir bleiben bei dem Namen die Kirby's, weil das würde keinen Sinn machen, jetzt dieses Skript anzufangen, zu erklären mit anderen Namen und dann irgendwann umzuswitchen auf die neuen Namen. Das wäre ein bisschen konfus. Deswegen nennen wir sie einfach weiterhin die Kirby's. Der Jurassic Park 3 Film, den wir ja auf DVD haben beziehungsweise auch im Kino gesehen haben, rüste mich immer wieder gerne mit dieser super schönen Steelbook Edition der Jurassic Park Trilogie mit dem Spinosaurus vorne drauf. Auf jeden Fall, der Jurassic Park 3 Film, den wir kennen, beginnt ja eigentlich mit der Bootsfahrt eben, wo dann auch Ben Hildebrandt und Kirby ihren illegalen Gleitflug über die Isla Sauna machen, dann eben ein Unglück passiert und dann geht das ganze Chaos eben seine Wege. In einem ganz frühen Konzept von Jurassic Park 3 sollte der Film ursprünglich in Ägypten starten. Und zwar in einer Ausgrabungsstätte, in der dann die bestimmten Paläontologen eben des Spinosaurus ausgegraben hätten. Das sollte so eine Art Foreshadowing werden, auf das, was dann eben später passiert. Ich finde das eine relativ plumpe Art von Foreshadowing, weil der Spinosaurus einfach auf dem Cover drauf ist und man weiß, dass er auftaucht. Die Szene wurde laut Aussagen von Spielberg, ja, zu dem Zeitpunkt war Steven Spielberg noch mit an Bord der Planung von Jurassic Park 3 gewesen, dann aber verworfen, weil sie dann, weil sie zu sehr an die Anfangsszene aus Jurassic Park 1 erinnert hätte. Das stimmt auf der einen Seite, ja, naja, aber später im fertigen Jurassic Park 3 Film haben wir einfach auch eine Ausgrabungsszene bekommen, in der ein Raptor ausgegraben wird und quasi nun mal exakt das Gleiche gehabt hat. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mag das Setting Ägypten dabei schon, aber ich weiß nicht, ob das so cool gewesen wäre, wenn man da irgendwie den Spinosaurus ausgegraben hätte und dann wäre das ganze Szenario aber wieder umgeswitcht nach Amerika und ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht so viel gewesen wäre. Auf jeden Fall sollte das Skript ursprünglich in Ägypten starten und dort sollte das Skelett des Spinosaurus entdeckt werden. Auf Ägypten wird übrigens auch später im Skript nie wieder Bezug genommen, es geht hierbei wirklich nur um das Skelett Spinosaurus Entdeckung und das war's. Nachdem wir dieses Skelett eben dann entdeckt hätten, hätte es eine Aufblende geben sollen, dass ein paar Jahre ins Land gestrichen werden. Kurz darauf hätten wir den Mann von Ellie Settler besser kennenlernen sollen. Hier ist jetzt nicht angegeben, ob Steven Spielberg dann auch mit am Ball gewesen ist bei der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall scheint der Mann von Ellie Settler ein bisschen mehr im Mittelpunkt gestatten zu haben. Aus dem Film wissen wir nur, dass er irgendwie mit der Regierung zusammenarbeitet oder für die Regierung arbeitet. Hier hätten wir wesentlich mehr über diesen Mann erfahren sollen. Ich hatte schon mal in einem Theorien-Video ein bisschen erklärt, was mit Alan Grant hätte passieren können in Jurassic Park 3, als er eben den Traum von einem Raptor hat, den er so noch gar nicht kennt. Also Alan Grant träumt von diesem Raptor in Jurassic Park 3 und das Design des Raptors dürfte er noch überhaupt nicht kennen. Da ist meine Theorie gewesen, Alan Grant ist so sehr von Velociraptoren traumatisiert gewesen, dass er es geschafft hat, irgendwie Kontakt zur Regierung herzustellen, um dann quasi diese Velociraptoren auf der Insel mehr zu erforschen, weil er einfach nicht loslassen konnte und deswegen kannte er das Design der Velociraptoren. Diese Theorie würde jetzt wieder Sinn machen, wenn wir uns überlegen, dass der, ich habe den Namen wieder vergessen, Mark hieß er genau, dass Mark, also der Mann von Ellie Settler, dass der für die Regierung gearbeitet hat. Das ist nicht mehr bekannt als das, das ein bisschen mehr beleuchtet werden sollte ursprünglich im Originalskript. Jetzt würde es Sinn machen, das Ganze dann eben so aufzubauen, dass Mark und Alan Grant vielleicht doch schon vorher Kontakt hatten. Ich meine, Grant war auch in dem Film, den wir kennen, bei Ellie zum Essen eingeladen. Man hätte das Ganze im Originalskript ja so drehen können, dass Grant vielleicht öfter zum Essen war, dass er eben mit Ellie eine innige Freundschaft hat und sie immer wieder besucht und deswegen auch mehr Kontakt zu Mark aufbaut. Mark hätte Grant daraufhin immer mehr an die Thematik Velociraptoren einweisen können, weil auch Mark ja weiß, er war auf der Insel gewesen und Grant beschäftigt sich mit Velociraptoren. Und so hätte Grant von den neuen Entwicklungen der Velociraptoren erfahren können und so auch vom neuen Design. Und so hätte es Sinn gemacht, dass Grant später von diesem Velociraptoren geträumt hat. Die Szene wäre trotzdem nach wie vor seltsam gewesen, weil der Raptor einfach Alan sagt, aber so hätte das Ganze, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr Substanz hinten dran gehabt, warum Grant diesen Traum hat und eben auch, warum Grant von diesen Velociraptoren weiß. Nachdem wir also hätten Mark ein bisschen mehr kennengelernt, wäre das Szenario übergeschnitten worden zu der Bootsfahrt, die wir auch im fertigen Film kennen. Hier ist übrigens offiziell bestätigt worden, ja, diese Bootsmenschen sollten ganz, ganz früh, als das Skript gerade am Zeichnen war, davon gibt es sogar noch ursprüngliche Zeichnungen. Diese Bootscrew sollte offiziell von Tyrannodon gefressen worden sein. Das Ganze hat man dann später auch nochmal gezeigt, indem wir ein Tyrannodon-Nest sehen, auf dem Menschen toten Köpfe rumliegen. Das sollten keine, das sollten keine Totenköpfe von ehemaligen Mitarbeitern auf der Isla Sona gewesen sein, das sollten tatsächlich die Köpfe der Bootscrew gewesen sein. Auch später, relativ zum Ende hin, sollten die Tyrannodons nochmal eine Rolle spielen und Dren sollte das zerstörte Boot finden, das wir eben auch am Anfang sehen, nur eben jetzt an der Küste der Isla Sona und daraufhin sollte er vom Tyrannodon angegriffen werden, aber dazu kommen wir dann später noch. Wir haben also dann jetzt die Szene, die wir auch aus dem fertigen Film kennen, in dem die Tyrannodon dann die Bootsgruppe angreifen. Ob man das gesehen hätte im Originalskript oder nicht, ich schätze mal eher auch nicht, weil das dann ja mehr so einen Horror-Effekt hatte. Man hätte vielleicht unter der Regie von Steven Spielberg noch irgendein Flügel schlagen gehört im Hintergrund, dass man hätte davon ausgehen können, okay, sind das jetzt Vögel? Was genau passiert denn jetzt gerade? Auf jeden Fall hätten das hier die Tyrannodon sein können. Die Szene wäre also ähnlich gewesen, wie auch im fertigen Film. Das Unglück wäre passiert und Ben Hildebrandt und Eric Kirby wären auf der Isla Sona gestrandet. Jetzt kommen wir zu einem ganz gravierenden Unterschied zu dem Film, den wir alle kennen. Der Grund, warum Alan Grant auf die Isla Sona hätte fliegen sollen, ist nicht der, dass die Kirbys ihn dazu eingeladen hätten. Im fertigen Film hat ja Grant ganz groß gesagt, es gibt für ihn keinen Grund, wieder auf diese Insel zu gehen. Dann kommt Mr. Kirby an und sagt, hier hast du ein bisschen Kohle und er sagt, alles klar, ich komme mit. Und kommt mir jetzt hier nicht mit, ja, aber die fliegen ja nur drüber. Nein, wenn du so traumatisiert bist wie Alan Grant, dann willst du auch nicht über diese beschissene Insel fliegen. Grant sollte die Kirbys an sich nämlich auch im ursprünglichen Skript festgehalten, erst auf der Isla Sona kennenlernen. Da hießen sie aber noch nicht die Kirbys, das ist halt aus einem ganz frühen Ur-Skript, was ich am Anfang des Videos erwähnt habe, wo die ganzen Figuren nur noch andere Namen hatten. Die Kirbys wären quasi auf eigene Faust auf diese Insel geflogen. Und wie ist Alan Grant jetzt da hingekommen? Grant hätte davon erfahren, eben wieder durch Mark, also den Mann von Ellie Settler, der ihn nämlich darauf hingewiesen hätte, dass eine Gruppe von Menschen, eben dann die Kirbys, illegalerweise auf die Isla Sona geflogen ist, weil sie dort eben ihren Sohn suchen. Jetzt ist danach nicht mehr beschrieben, ob das der Grund ist, warum Grant dahin geflogen ist, aber da können wir uns jetzt die Storylücken wieder selber ein bisschen zusammenspinnen. Grant wäre daraufhin, das wäre ein plausibler Grund, warum Grant jetzt sagt, okay, ich fliege mit auf diese Insel. Hätte jetzt Mark gesagt, hier, die Regierung hat mich beauftragt, jemanden zu finden, der sich mit Dinosauriern auskennt. Und Grant ist in der Welt von Jurassic Park und Jurassic World ein renommierter, ein ausgezeichneter Paläontologe. Jeder weiß das. Grant ist auch in den Büchern, wird das ein bisschen besser beschrieben. Grant ist weltweit anerkannt in dem Thema Paläontologie und eben Dinosauriern, plus er war noch im Jurassic Park gewesen, plus Mark könnte ja den fatalen Fehler machen. und Isla Sorna und Isla Nubla verwechseln. Im fertigen Film macht das Paul Kirby. Hier könnte allerdings Mark davon ausgehen, dass Grant die Insel ja kennt. Also er könnte Alan überreden, eine Gruppe von Menschen mit auf die Insel zu begleiten und dann eben die Kirbys, plus eben, also die Paul und Amanda Kirby, plus eben Eric Kirby zu retten. Die Story wäre jetzt immer noch nicht komplett Steven Spielbergs würdig, aber ich meine, der ist auch längst abgesprungen und wir können jetzt hier nur versuchen, die Story so zu rekonstruieren, wie uns dann auch bestimmte Szenen das eben hergeben. Und ich finde immer noch, dass es Alan Grants Charakter wesentlich besser gezeichnet hätte, zu sagen, okay, da sind Menschen in Gefahr, ich komme mit, plus eben noch durch seine traumatisierte, fanatisierte Liebe, Hassliebe zu Velociraptoren eben noch, dass er deswegen mit auf diese Insel geflogen wäre, zusammen mit einer anderen Gruppe. Man hätte das Ganze ja so drehen können, dass hier auch Cooper und die anderen zwei Kandidaten, die im Originalfilm mit den Kirbys mit dabei sind, dass die zur Regierung gehören und Alan fliegt eben dann mit den Leuten im Auftrag von Ellis Mann zu Isla Sorna. Was dann auch später wieder Sinn ergeben würde, dass Ellie weiß, wo Alan ist, weil, naja, ihr Mann hat ihn quasi hingeschickt. Ab jetzt gibt es dann keine großen Abweichungen mehr vom Originaldrehbuch, bis auf eben eine ganz wichtige, als dann die ganze Gruppe auf der Isla Sorna landet. In diesem Fall dann sehr wahrscheinlich aber ganz bewusst, das heißt, hier wird dann kein Alan Grant K.O. geschlagen, weil Grant weiß ja, dass er Teil dieser Rettungsmission ist. Deswegen werden sie einfach ganz bewusst dort unten gelandet und Cooper und der Rest wäre ausgeschwärmt. Jetzt haben wir eine Szene, über die ich schon ausführlich gesprochen habe. Wie gesagt, schau dir auf jeden Fall mal die Jurassic Park 3 Playlist an. Das ist eine sehr wichtige Szene, auch für den fertigen Film, wie wir ihn bekommen haben. Cooper hätte in einem ursprünglichen Skript in den Wald rennen sollen, also in den Dschungel rennen sollen, um da eben zusammen mit Judersky Sicherheitsposten zu beziehen. Währenddessen wäre er allerdings auf ein Nest eines Baby Spinosaurus gestoßen und wäre hineingefallen. In Jurassic Park 2 haben wir auch schon gesehen, diese Dino-Nester sind schon ein bisschen tiefer, das heißt, die graben da wirklich richtige Löcher in die Erde rein, um da eben ihre Nester zu bauen. Ich erinnere mich, die Idee, dass vielleicht einer der Mercs einen Baby Spinosaurus und das ist, das, das den Vater Spinosaurus aufreicht, und das ist, warum er sie durch die ganze Geschichte sollte also ursprünglich in einem dieser Nester landen, auf einen Baby Spinosaurus treffen, und dieser Baby Spinosaurus hätte ihn quasi als Beute angesehen und ihn eben angegriffen. So wäre Cooper auch später zu der Wunde gekommen, die er am Arm hat, die wir dann in Jurassic Park 3 sehen. Wenn ihr euch nämlich fragt, wie hatten der Riesen Spinosaurus Cooper nur so ein bisschen am Arm verwundet, er sollte ursprünglich der Baby Spinosaurus gewesen sein. Kurz darauf hören wir Schüsse und Cooper, er schießt den Baby Spinosaurus, bemerkt allerdings dabei nicht, dass das Mutter oder Vater dir bereits im Hintergrund steht und das Ganze eben mitbekommt. Aus diesem Grund rennt Judeski aus dem Wald raus. Quasi das ist das, was wir auch später im fertigen Film sehen. Uns fehlt diese Szene mit dem Baby Spinosaurus, wo ich immer noch sage, warum ist die nicht drin? Cooper rennt also aus dem Dschungel raus, warnt die Gruppe davor. Dann passiert das Ganze so wie eben auch im fertigen Film. Die Gruppe rund um Dr. Alan Grant versucht dann im Flugzeug von der Insel zu flüchten. Judeski steht noch im Weg rum, Les Spinosaurus kommt aus dem Wald rausgebrochen, schnappt sich Cooper. Das Flugzeug knallt gegen das Segel und das Flugzeug rammt sich danach in einen Baum rein. Das ist quasi eins zu eins das, was wir eben auch später im fertigen Film haben. Jetzt mal ganz kurz hier eine kleine Pause rein. Kommt das Szenario jetzt nicht irgendwie ein bisschen organischer rüber? Ich will mich jetzt hier auch nicht selbst damit brüsten. Ich meine, im Endeffekt baue ich auch nur Versatzstücke auf von dem, was man hätte sein sollen. Aber so Kleinigkeiten wie, warum Alan Grant auf der Insel ist oder warum er von den neuen Velociraptoren wusste, hätte man das nicht so ganz simpel mit einbauen können? Würde sich so die Geschichte nicht ein bisschen logischer schließen? Wie gesagt, das wäre immer noch kein Meisterwerk, aber ich weiß nicht. Was wir ab jetzt noch offiziell wissen aus Deleted Dines, die wir sogar schon besprochen haben und die auch auf YouTube nachschlagen könnt, ist der Kampf zwischen dem Spinosaurus und dem T-Rex. Der hätte definitiv länger sein sollen und es hätten mehr animatronische Figuren benutzt werden sollen. Warum das Ganze nicht passiert ist, haben wir auch schon mal besprochen. Es war schwierig, das bewegliche CGI dann zu schneiden zu einem zu einem stehenden animatronischen Dinosaurier. Das Ganze hat nicht sehr flüssig ausgesehen. Wie gesagt, das Video gibt es wirklich. Ich werde euch den gesamten Uncut-Kampf, wie er ursprünglich hätte aussehen können, in die Beschreibung reinpacken. Das hat nicht so gut funktioniert und ich finde das in Ordnung. Ich mag den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex wirklich verdammt gerne und der wäre auch, zumindest soweit ich weiß, auch genauso ausgegangen wie eben dann im fertigen Film, weil der Spinosaurus sollte ja ursprünglich jetzt das nächste Maskottchen von der Jurassic Park-Reihe werden. Der Spinosaurus hätte auf jeden Fall bei seiner Angriffs-Terrade zuallererst Cooper erwischt und danach hätte er im Flugzeug, genau wie im Film, auch noch Nash erwischt. Das heißt, da die Kirbys in unserem Szenario jetzt noch nicht dabei gewesen wären, hätten wir jetzt nur noch Judesky und Alan Grant übrig, die quasi vor dem Kampf des Spinosaurus gegen den T-Rex flüchten müssen und hier wäre dann jetzt auch der Moment gekommen, in dem Judesky Grant auffordert, ihn doch durch die durch die verwachsene Isla Sorna zu navigieren. Grant würde daraufhin erwidern, ich habe keine Ahnung davon, ich war noch nie auf dieser Insel. Das heißt, Judesky wird in diesem Szenario anstatt Paul Kirby, Grant diesen Irrtum mitteilen, von wegen, ja doch, sie waren doch schon mal hier und Grant würde sagen, nein, das war Isla Nubla, das hier ist Isla Sorna. Eine ganz andere Nummer. Jetzt fällt mir ein, dass wir Billy gerade vergessen haben. Billy wurde nie in einem Skript erwähnt, dass der großartig andere Szenen hätte, das heißt, Billy wäre auch noch mit dabei und würde auch einfach noch leben. Warum Grant Billy hätte mitnehmen sollen, ich denke eher andersrum wäre das Ganze abgelaufen. Billy ist noch ein bisschen jünger und auch so ein bisschen draufgängerischer. Ich glaube, dass Billy eher Grant beschwätzt hätte, dass er selber mitkommt, denn Billy hätte vielleicht schon im Hinterkopf haben können, ja, da könnte man ja eventuell irgendwie Profit rausschlagen, was wir dann eben auch später sehen, weil Billy eben auch die Velociraptoreneier klaut. Kurz nach dem Kampf Spinosaurus gegen Tyrannosaurus Rex hätten jetzt meiner Meinung nach die drei Überlebenden auch auf die Kirby's treffen sollen. Man hätte das ganze Szenario auch so schneiden können, dass wir immer zwischen den Kirby's und Grant und Co. hin und her schneiden. Das hätte ich aber nicht gern gesehen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, für mich wäre das Szenario organischer und angenehmer zu schauen gewesen, wenn wir eben auf der Seite, wenn wir eben die Geschichte von Grant hätten weiterverfolgt und der wäre eben jetzt auf die Kirby's getroffen. Jetzt könnten wir uns auch Gedanken machen, wie sind denn die Kirby's auf die Insel gekommen, wenn die doch so abgeschirmt ist. Naja, so gut ist sie anscheinend eben nicht abgeschirmt, weil auch Eric und Ben Hildebrandt konnten einfach auf der Insel landen. Das war zwar aus Versehen, aber sie konnten es halt auch. Von daher, später im Originalfilm sehen wir, dass Judesky und Nash werden zwar darauf hingewiesen, dass sie jetzt in ein gesperrtes Luftgebiet kommen, aber sie machen daraufhin einfach die Sprechanlage aus und dann war es das auch und trotzdem können sie auf der Isla Sorna landen. Es ist wohl nicht so schwer, auf die Isla Sorna zu kommen, auch wenn sie von der Regierung abgeriegelt ist. Die Welt von Jurassic, die mag Sicherheit nicht so gerne. Das ist wahrscheinlich zu kostenspielig, keine Ahnung. Auf jeden Fall treffen wir jetzt auf die Kirbys und die teilen dann eben mit, die teilen Grant und Co. dann eben mit, was mit ihrem Sohn passiert ist. Die Kirbys würden inzwischen in der Zeit aber auch schon die Leiche von Ben Hildebrandt gefunden haben und eben auch den Rekorder, auf dem sie dann eben Grant und Co. zeigen, dass ihr Sohn auf der Insel auf jeden Fall abgestürzt ist und wohl auch am Leben sein muss, weil er eben wegrennen konnte. Jetzt haben wir unsere Konstellation tatsächlich wieder aus dem Film, wie wir ihn auch aus dem Kino kennen. Ab jetzt würde sich auch alles ähnlich abspielen. Wir spulen jetzt einfach mal vor zu den Momenten, die definitiv anders gewesen wären. Es haben sich viele von euch beschwert, die mir gesagt haben, Atobi, ich glaube, du hast das mit dem Bienchen nicht verstanden, mit der Bestäubung. Du erzählst hier, es gab einen Spinosaurus und ein Baby. Da muss ja noch ein zweiter gewesen sein. An sich habt ihr recht. Ich meine, müssen tut das gar nichts. Ich meine, die Insel ist riesengroß, der kann auch einfach nicht auftauchen. Allerdings gibt es hier offizielle Skriptzeichnungen, die zeigen sollten, wie unsere Gruppe von Überlebenden über das Wasser mit einem Schlauchboot schwimmt. Wie die an das Boot gekommen sind, keine Ahnung. Bedenken wir uns einfach, der Ben Hildebrandt hatte ein Schlauchboot im Rucksack gehabt und das haben sie eben dann irgendwie rausgeholt und sind damit übers Wasser gefahren. Während dieser Fahrt übers Wasser sollten sie an einem schlafenden Spinosaurus vorbeifahren. Das ist eine Szene, die sollte recycelt werden aus dem ersten Jurassic Park Buch, denn auch da treffen sie ursprünglich auf den Tyrannosaurus, die dann auch nochmal angreift, während sie auch auf dem Fluss unterwegs sind. Die Szene sollte es auch ursprünglich in Jurassic Park 1 schaffen, haben sie aber rausgeschnitten und deswegen sollte sie in Jurassic Park 3 verwurstet werden. Haben sie aber rausgeschnitten. Warum sie eben auf diesem Boot sind, ist ganz einfach der Grund, dass sie flussabwärts müssen und es würde eben vorher noch klarkommen, da klar werden, dass Paul und Amanda, die eine Zentrale gefunden haben oder eben die spätere Forschungsstation gefunden haben, quasi ein großes Gebäude, das flussabwärts steht. Deswegen fahren sie eben dann mit dem Schlauchboot über den Fluss in einem schlafenden Spinosaurus vorbei. Hier kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt. Wenn wir wissen, dass ein Spinosaurus von Anfang an hätte geplant sein sollen, ein Baby Spinosaurus, der stirbt, daraufhin greift der Erwachsene Spinosaurus die Gruppe an. Der Erwachsene Spinosaurus ist hinter der Gruppe. Müsste dann der Schlafende Spinosaurus nicht der zweite Spinosaurus sein, der zweite Erwachsene Spinosaurus sein oder ist das derselbe? Ich würde behaupten, es wäre nicht derselbe, weil warum schläft der jetzt auf einmal da im Wasser? Das fühlt sich seltsam an. Ich glaube, wir hätten jetzt hiermit einfach dann wirklich den zweiten Erwachsenen Spinosaurus gesehen, der aber eben einfach nur schlafen würde und die Gruppe wäre an diesem Tier vorbeigefahren. Jetzt würde das Szenario wieder wie gewohnt weitergehen. Wir würden an die Forschungsstation kommen, wo die Eier ausgebrütet werden. Hier würden die Velociraptoren unsere Gruppe angreifen und dann eben auch voneinander trennen. Erling Grant würde auf Kirby treffen. Kirby und Grant scheinen im ganz frühen Skript mehr Dialog gehabt zu haben. Das heißt, Eric hätte auch ein bisschen mehr darüber erzählt, wie er auf der Insel überlebt hätte. Das hat man eben rausgeschnitten, weil es eher unwichtig für den Film war. Ich meine, Fakt ist eben erlebt. Und ich glaube, je mehr Details wir wissen, wie er überlebt hat, umso mehr hätten wir uns gedacht, Alter, das ist ein Kind. So, das wisst ihr, wie ich meine. Also je mehr Details wir hätten, umso unrealistischer wäre das eventuell gewesen. Grant wäre also mit Eric dann einen Tag später, nachdem die Velociraptoren die Gruppe angegriffen haben, aus dem Versteck wieder herausgeschlüpft. Judeski wäre vorher natürlich noch gestorben, wie eben auch im Film, als er von dem Velociraptoren das Knick gebrochen bekommt. Und danach würden unsere Figuren dann eben, also Grant und Eric würden das Handy hören, wie auch im fertigen Film, das um Spinosaurus verschluckt worden wäre. Daraufhin, wären sie an den Zaun gerannt, hätten die Körbys getroffen, der Spinosaurus wäre aufgetaucht, hätte die Gruppe gejagt, die wären in dieses Haus reingerannt, was dann später zum Vogelkäfig führt. Auch hier hätten wir identische Szenen gehabt. Die Tyrannodon hätten ganz normal angegriffen. Hier hätten wir das erste Mal die Totenschädel gesehen, die haben wir auch im Originalfilm gesehen, die von den Bootsleuten sind. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen deutlicher gemacht, indem man vielleicht noch die Klamotten da hingelegt hätte oder irgend sowas. Und Billy wäre vermeintlich gestorben. Interessant ist jetzt hierbei, dass Billy hätte ursprünglich wirklich sterben sollen. Und ich frage mich bis heute, warum man ihn wieder zurückgeholt hat. Ich meine, Billy spielt in späteren Filmen nie wieder eine Rolle. Sie haben ihn nur zurückgeholt, damit er am Ende Grant seinen Hut wiedergeben kann. Also sagen wir einfach mal, auch hier wäre Billy einfach gestorben, weil es macht echt keinen Sinn, dass der überlebt hat im Endeffekt. Also nach filmischer Logik hätte man ihn einfach hier sterben lassen sollen. Unsere Gruppe ist also traumatisiert. Sie haben den Vogelkäfig überlebt. Sie fahren mit dem Boot herunter und der Spinosaurus kommt aus dem Wasser herausgebrochen. Jetzt haben wir eine Szene, die haben wir auch schon besprochen, die ich zu gerne gesehen hätte. Ich weiß, die Szene ist sehr seltsam, aber sie hätte irgendwie auch auf das hingedeutet, was wir später in Jurassic World sehen. Alan Grant, der auch in dieser Variante des Skripts, genau wie im Originalfilm, den wir alle kennen, eine Resonanzkammer eines Velociraptoren von Billy geschenkt bekommen hätte, würde diese daraufhin herausziehen. Spinosaurus würde das Schiff weiterhin angreifen. Grant wäre ins Wasser gesprungen. Er macht quasi die Aktion, die Paul Kirby im Film macht, springt ins Wasser, schwimmt von dem Spinosaurus ein bisschen weiter weg, zündet aber in diesem Fall keine Leuchtpistole, sondern holt seine Resonanzkammer raus und pustet dort einfach rein. Daraufhin sollten ursprünglich, und ihr kennt diese Szene, wir haben diese Szene schon öfter besprochen, ich habe sogar ein Fanvideo von dieser Szene mit eingeblendet gehabt. Und in Jurassic World Evolution 2, meine ich, wird diese Szene sogar auch nochmal recycelt. Daraufhin hätten die Velociraptoren den Spinosaurus auf Befehl von Alan Grant hin angreifen müssen. Und das wäre ein wirklich brutaler Kampf gewesen. Ich weiß, es ist ja seltsam, dass Grant auch immer mit Velociraptoren kommunizieren kann, aber das wäre so ein leichter, ein leichtes Foreshadowing schon gewesen, auf das, was dann später in Jurassic World passiert. Und auch da geht es darum, ja, man kann mit Velociraptoren Kontakt aufnehmen, durch Körpersprache, in diesem Fall halt dann durch Geräusche. Ich hätte es irgendwie nicht schlimm gefunden, weil Jurassic Park 3 wäre auch mit diesem Skript immer noch Trash gewesen. Es hätte dennoch gepasst, bin ich der Meinung. Ja, Spinosaurus wäre also in dieser Variante tot. Er wäre gestorben, hätte den Kampf verloren und wäre daraufhin an seinen schweren Verletzungen eben dann niedergegangen. Die Raptoren hätten ihn aufgefressen und der Spinosaurus wäre weg vom Fenster. Interessant, wenn man sich überlegt, dass der Spinosaurus das neue Maskottchen werden sollte und hier lassen sie ihn schon sterben, aber der Grund, warum er neuer hätte kommen können, ey, vielleicht waren es wirklich zwei und einer wäre immer noch am Leben, werden wir nie erfahren, weil Jurassic Park 4 immer eine Legende bleiben wird, aber auf jeden Fall wäre der Spinosaurus jetzt dann hiermit offiziell tot. Ob diese Szene mit den Velociraptoren, die wir auch im fertigen Film haben, hier noch auftauchen sollte, weiß ich nicht. Ich meine, in dieser Szene, die wir im Film bekommen haben, wird ja dann damit so ein bisschen diese Eierkontroverse aufgelöst, indem Billy ja die Eier geklaut hat und dann bekommen die Velociraptoren diese Eier wieder. Das ist nirgendwo beschrieben, dass diese Szene hätte anders sein sollen oder dass sie gefehlt hat. Ich finde es nur seltsam, dass wenn die Raptoren jetzt gerade den Spinosaurus fressen, dass sie dann wieder den Leuten hinterherjagen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass nicht alle Raptoren den Spinosaurus fressen, dass ein paar den eben niedergerissen haben, aber eine kleine Gruppe von Velociraptoren jagt den Menschen weiterhin hinterher, weil die eben noch die Velociraptoren Eier haben. Da hätten wir diese Szene mit dabei gehabt, wo auch Grant nochmal seine Flöte benutzt, aber auch das hätte irgendwie keinen Sinn ergeben, weil er eben gerade noch Raptoren kontrollieren konnte und jetzt plötzlich nicht mehr. Es würde Sinn machen, wenn die Szene mit den Eiern vor der Wasserszene mit dem Spinosaurus gewesen wäre. Wenn wir diese beiden Szenen einfach tauschen und dann würde das irgendwo Sinn ergeben. Grant und Co. wären nun also aus dem Wald rausgerannt und würden dann später auch die Navy treffen. Wie die da hingekommen ist, obwohl in diesem Szenario von keinem Telefonat die Rede ist, das wäre halt so ein bisschen das zufällige Timing gewesen. Können wir das Ganze so vorstellen, dass wir hin und wieder auch mal zurückgeschnitten hätten zu Ali und eben Mark und die hätten diskutiert und wie konnte Mark Allen dahin schicken und Ali hätte dann später es irgendwie geschafft, Mark davon zu überzeugen, dass wir mit dem Militär auf diese Insel müssen. Wir müssen diese Menschen jetzt retten und das wäre dann eben zufällig zu diesem Zeitpunkt passiert und die Gruppe wäre so gut wie gerettet gewesen. Denn was auch noch offiziell hätte in einem Skript passieren sollen, wäre, dass Grant ein Motorboot an der Seite des Strandes gefunden hätte. Auf diesem Motorboot wäre Vogelkot drauf gewesen. Daraufhin hätte sich Grant umgedreht, in die Bäume geschaut und nur geschrien Lauf, sie sind in den Bäumen. Es war ursprünglich geplant gewesen, dass die Pteranodon das Militär noch einmal hätten angreifen sollen. Dann wäre das quasi so eine Schießerei gewesen wie später auch in Jurassic World und es wären auch ein paar mehr Menschen gestorben. Das hätte ich irgendwie zu gerne gesehen, zumal hätte es auch den seltsamen Vorfall vom Anfang safe erklärt, also der wäre dann auf jeden Fall offiziell erklärt. Haben wir eben nicht bekommen, aber ursprünglich sollte genau das passieren, dass die Pteranodon das Militär noch hätten angegriffen. Nach dieser letzten finalen Action Szene hätten die letzten Überlebenden aber es geschafft mit einem Helikopter von der Insel weg zu fliegen und der Film wäre vorbei gewesen. So, lassen wir das Ganze mal kurz sacken. Ich hoffe, es ist klar gewesen, welche Szenen offiziell geplant waren. Das habe ich, glaube ich, jedes Mal gesagt und welche ich mir dazu gedichtet habe, damit das irgendwie Sinn ergibt. Der Film hätte sich doch durch diese Szenen wesentlich zusammenhängender angefühlt. Lassen wir das mal am Anfang weg mit Ägypten, das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Aber es gab so ein paar Dinge, die einfach sehr viel erklärt hätten, wie zum Beispiel, dass Mark mehr eingeführt wurde, der bei der Regierung ist. Das wird zwar auch im fertigen Film mal so ganz kurz erwähnt, man hätte das Ganze immer wesentlich cleverer ausspielen können, dass Mark auch Grant so ein bisschen beeinflusst und eben sagt, die Dinosaurier entwickeln sich da unten weiter. Die werden schlauer scheinbar und das werden sie auch tatsächlich, die Reduzieratoren sind schlauer als noch in den Teilen davor. Wie gesagt, wir haben die meisten von diesen Szenen auch schon mal einzeln besprochen und detailliert besprochen. Playlist ist auf jeden Fall unten verlinkt und einmal auch hier oben hatte ich die vorhin verlinkt. Schaust dir auf jeden Fall mal, wenn dich interessiert, was genau da hätte detailliert passieren sollen. Aber ich bin der Meinung, so hätte aus Jurassic Park 3 ein wesentlich besserer Film werden können. Hätte dieses Originalscript den Film in den Himmel gehoben, auf gar keinen Fall. Jurassic Park 3 wäre trotzdem von der Jurassic Park Trilogie der schwächste Teil gewesen. Er wäre allerdings vielleicht gut genug gewesen, dass wir irgendwann ein Jurassic Park 4 bekommen hätten, anstatt Jurassic World. Da kann man sich jetzt auch wieder streiten, was hätte man lieber gehabt. Viele lieben ja die Jurassic World Reihe. Es ist nur so, dass je mehr ich darüber lese, auch im Jurassic Park Compendium, das ich nur jedem empfehlen kann von euch, ich habe es mal in die Beschreibung unten reingesetzt, ein super Buch, wo auch ganz viele Hintergrunddetails und Hintergrundfakten angegeben sind. man merkt wirklich, dass Jurassic Park 3 hätte ein wesentlich klarerer Film werden sollen. Also wisst ihr, wie ich das meine? Wenn wir uns den Film anschauen, haben wir sehr oft Fragezeichen auf dem Kopf, über dem Kopf, die ich dann Gott sei Dank zum Teil auch lösen konnte in den einzelnen Videos. Das sollte ursprünglich aber nicht der Fall sein. Der Film hätte eigentlich wesentlich klarer rüberkommen sollen. Ich hoffe, ich konnte jetzt hiermit ein bisschen weiterhelfen und dir mal erklären, wie das ursprüngliche Skript hätte aussehen können, wenn wir wirklich alle Versatzstücke genommen hätten und die in das, was wir jetzt schon kennen, hineingepuzzelt hätten. Wie ist deine Meinung dazu? Magst du Jurassic Park 3 so wie er ist? Ich zum Beispiel schon. Dennoch bin ich der Meinung, es ist schade. Es ist der einzige Film, der wirklich nicht so erschienen ist, wie er eigentlich hätte erscheinen sollen. Alle anderen Filme sind nach den Vorstellungen des Regisseurs erschienen, bis auf der. Ist ein bisschen schade. In diesem Sinne bin ich raus für heute. Ich werde jetzt erstmal Jurassic Park 3 in die Playstation reinhauen, werde mir den Film nochmal gönnen und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Ciao. Da das letzte Was-wäre-wenn-Video bei euch so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, ich setze mich einfach mal hin und schreibe mal die Geschichte für eine Fortsetzung dieses Was-wäre-wenn-Szenarios. Ja, dieses Was-wäre-wenn hier in dem Video basiert auf dem Was-wäre-wenn, was ich schon davor hochgeladen hatte. Dieses Video habe ich dir mal hier oben verlinkt. Das solltest du auf jeden Fall gesehen haben, bevor du dieses Video hier siehst, weil die hängen nämlich sehr stark miteinander zusammen. Chronologisch gesehen müssten wir jetzt eben mit The Lost World weitermachen. Das stimmt auch im Großen und Ganzen. Allerdings haben mich einige von euch darauf hingewiesen, dass ich ja Dennis Netri aus der Gleichung genommen hatte. Und das stimmt wirklich. Den lieben Netri habe ich hierbei nicht beachtet, weil ich mir gedacht habe, komm, Netri wird denselben Tod erleiden, wie eben auch im Original-Jurassic-Park-Film, wie wir ihn gekannt haben. Anhand des Titels und des Thumbnails werdet ihr schon gesehen haben, was ich als nächstes vorhabe. In diesem Video sprechen wir das Szenario, was wäre, wenn Dennis Netri die Embryos an Louis Dodgson weitergegeben hätte. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Was-wäre-wenn-Video. Ja, in diesem Video springen wir noch einmal zurück auf die Isla Nubla, nämlich zu dem Moment, in dem Dennis Netri die Embryos aus der Kühlkammer der Forschungsstationen, der Labore herausnimmt und sie eben stiehlt. Hierzu wäre es ganz wichtig, sich einmal anzuschauen, welche Embryos Netri denn wirklich an Louis Dodgson weitergeben möchte. Das ist für spätere Was-wäre-wenn-Geschichten noch essentiell. Dennis Netri entfindet sowohl den Embryo eines Galimimus als auch eines Tyrannosaurus Rex, eines Velociraptors und eines Proceratosaurus. Das sind zumindest die essentiellsten Dinosaurier, die ihr euch jetzt im Hinterkopf behalten müsst, für eben noch spätere Geschichten. Soweit sind wir aber auch noch mit dem Film D'accord, also genau, dass es auch im Film passiert. Der Unterschied in diesem Was-wäre-wenn- Szenario ist jetzt eben das, dass Netri auch bei seiner Flucht mit dem Auto keinen Unfall baut. Das heißt, er trifft nie auf den Nelophosaurus, er wird nicht gefressen, er kommt überhaupt nicht in diese missliche Lage. Er schafft es direkt bis zum Boot hindurch zu kommen und trifft dort den Kontaktmann an, mit dem er zusammen von der Isla Nubla, zusammen mit den Embryos, flüchten kann. Sicher am Deck des Bootes angekommen und im Frachtraum sitzend, bittet Dennis Netri dann aber seinen Kontaktmann um ein persönliches Gespräch mit Louis Dodgson. Denn er macht sich große Sorgen darum, wer vielleicht weiß, dass Netri hinter dem Ganzen steckt. Sollte zum Beispiel John Hammond den Vorfall überlebt haben, was er ja nicht hat. Das wissen wir aus unserem letzten Szenario. John Hammond hat in diesem Was wäre, wenn das Szenario die Geschichte im Jurassic Park nicht überlebt. Sollte er aber überlebt haben, würde John Hammond wissen, dass Netri dahinter steckt. Von den Embryos würde er vielleicht gar keinen Wind bekommen haben, dass die entwendet wurden, weil sich die Gruppe ja um andere Sachen Gedanken machen musste. Aber dass Netri hinter dem Ganzen steckt, das war ihnen bewusst. Doch nicht nur der von einem Velociraptoren gefressene John Hammond wusste davon, dass Dennis Netri für den Ausfall der Stromzäune und eben so viele Tote verantwortlich ist. Auch Ray Arnold und Robert Maldun wissen das. Ja, Ray Arnold habe ich im letzten Video auch nicht erwähnt. Der hat aber eben in diesem Was wäre, wenn Szenario auch exakt dasselbe Schicksal erlitten wie auch im Film. Also er wurde beim Versuch den Strom anzuschalten von einem Velociraptor gefressen. Robert Maldun hingegen hat ja das Abenteuer aus dem Was wäre, wenn Szenario davor überlebt. Also er kam lebend von der Isla Nubla. Und auch Robert Maldun weiß, wer für den Ausfall der Zäune verantwortlich ist. Dass Maldun überlebt hat, würde Netri in wenigen Tagen klar werden, wenn er den Fernseher einschalten würde und Alan Grant, Ellie Settler und Robert Maldun bei einer Pressekonferenz zum Jurassic Park erblicken würde. Maldun, der es zwar nicht wirklich beweisen konnte, sprach es aber klar und deutlich in die Kamera und zwar vor einem Millionenpublikum. Wir haben Grund zur Annahme, dass der Mitarbeiter Dennis Netri schuld an den Vorfällen im Jurassic Park ist. Dieser verdammte Bastard. Nur mit der Ruhe Netri, es gibt keinen Grund, jetzt fahrlässig zu werden. Louis Dodgson mag ein Gauner sein, aber ein Genie ist er auch. Sie wurden nicht gesehen, oder? Netri? Nachdem sie unter dem Vorwand ein paar Snacks und ein Getränk zu besorgen verschwanden. Richtig. Niemand hat mich gesehen, keuchte Dennis Netri mit schwitziger Stirn. Also begann Louis Dodgson, doch er wurde unterbrochen. Also werde ich nun hoffentlich auch in den neuen Plan eingewiesen, Louis, sagte niemand geringeres als Henry Wu. Ja, in diesem Szenario treffen Henry Wu, Louis Dodgson und Dennis Netri aufeinander. Nachdem Netri Louis Dodgson nämlich seine Ängste erläutert hatte, dass der ganze Fall aufliegen könnte, sobald herauskommt, dass Dennis Netri noch am Leben ist und hinter dem Ganzen steckt, könnte die Spur auch letztendlich zu Louis Dodgson und somit auch zu Biosin führen. Dodgson hat kurz nach diesem Gespräch mit Nedri eben diesen und auch Dr. Henry Wu zu sich in die Zentrale einberufen, um seinen Plan noch einmal genauer zu besprechen. Es dürfen keine Fehler passieren. Immerhin hat Dodgson jetzt die Embryos aus dem Jurassic Park. Er ist so nah an seinem Ziel dran und das darf jetzt nicht mehr scheitern. Der Plan wird nicht großartig verändert, Henry. Ihre Forschung mit den Embryos werden ungehindert beginnen können. Ich bezweifle, dass Hammond die Kontrolle über Ingen überlassen wird. Sollte er überlebt haben, nach dem, was er getan hat. Sie begeben sich, wie von ihnen gewünscht, zurück zu Isla Nubla, um ihre Forschung zu sichern, während Mr. Netri hier zusammen mit meinem Team zur Anlage bereisen und dort ein gesichertes Lager aufbauen wird. Dort werden wir ihnen alles zur Verfügung stellen, was sie brauchen, Henry. Dennis Netri steht also im Raum zwischen Louis Dodgson und zwischen Henry Wu und belauscht das Gespräch so ein bisschen. Ihm ploppen ganz viele Fragezeichen im Kopf auf, weil er nicht genau weiß, worauf das überhaupt hinauslaufen soll. Netri starrte Wu also verwirrt an. Sie? fragte er. Ich, erwiderte Wu mit einem Lächeln. Was ist los, Netri? Sind sie so erschrocken, weil sie gehofft haben, dass ich ihrer Sabotage zum Opfer gefallen wäre, oder weil sie keine Ahnung hatten, dass Dodgson zwei Kontaktmänner im Park hatte? Zwei Kontaktmänner? Ja, in diesem Szenario wurde eben nicht nur Dennis Netri angeheuert, sondern auch Dr. Henry Wu ist der Manipulation von Louis Dodgson zum Opfer gefallen. Das Interessante an diesem Storystrang wäre aber gewesen, dass Louis Dodgson mit seiner Manipulation erneut eine Diskussion ins Laufen gebracht hätte, die vielleicht wir als Zuschauer nach hätten vollziehen können. John Hammond hat etwas Großes geschaffen, Netri. Er hat die Genforschung für immer revolutioniert und dann? Dann hat er einen, äh, einen Freizeitpark aus seiner Entdeckung gemacht. Hammond war zweifellos ein Visionär, Netri, doch hatte er die falschen Visionen. Was Bios denn angeht, nun ja, sagen wir, die Vision von Mr. Dodgson geht weit über einen Park hinaus. Spätestens nach Jurassic World wissen wir ja, dass Dr. Henry Wu ziemlich stolz auf seine Kreation war. Ja, er gibt sogar sich die Verantwortung dafür, dass die Wissenschaft überhaupt in der Lage gewesen ist, diese Dinosaurier erschaffen zu können. Irgendwie logisch, dass jemand wie Louis Dodgson dann auf Henry Wu einreden kann und ihm quasi vermittelt, ey, wir können einen Freizeitpark aus dieser wissenschaftlichen Revolution machen oder wir machen mehr daraus, wir verändern die gesamte Welt. Dr. Henry Wu wäre definitiv empfänglich für so eine Art von Vision gewesen. Die Geschichte wäre also wie folgt weitergelaufen. Henry Wu begibt sich mit einer Splittergruppe von Ingen unter der Leitung von Peter Ludlow, dem Neffen Hammonds, zurück zu Isla Nubla. Er hatte Ludlow den Floh ins Ohr gesetzt, dass es essentiell wichtig sei, die Forschung zu sichern, die noch dort waren, und so viele Beweise wie möglich verschwinden zu lassen, die auch nur ansatzweise auf ihn oder seinen Onkel zurückzuführen waren. Das genaue Gegenteil war schließlich der Fall. Henry Wu verteilte gezielt Hinweise in den Ruinen des Parks, die ganz klar auf John Hammond und Peter Ludlow zurückzuführen waren. Peter habe seinem Onkel bei der Vertuschung und der illegalen Forschung geholfen, heißt es in den offiziellen Medien. Ladlung wurde die Leitung von Ingen entzogen und die Firma ging kurz darauf bankrott. Ebenfalls initiierte die Gruppe, mit der Dr. Henry Wu nochmal auf die Isla Nubla geflogen ist, um Daten zu sichern, Blut von Dennis Nedry in eine Leiche eines Parkmitarbeiters, der den Unfall ebenfalls nicht überlebt hat. Das hatte einen ganz simplen Hintergrund, dass wenn die Regierung früher oder später auf die Isla Nubla gehen würde, um da nach dem Rechten zu schauen, dass sie dann beim Observieren dieser Leiche Nedrys Blut und eben auch dessen DNA feststellen können und diesen für tot erklären. Nedry wäre somit also aus dem Schneider, weil er offiziell tot wäre. Peter Ludlow, der vermehrt Einspruch gegen die Entscheidung der Regierung einreichte, ihm die Firma Ingen wegzunehmen, verunglückte schließlich auf mysteriöse Art und Weise bei einem Autounfall. Biosyn wird sich des tragischen Verlustes von John Hammond und dem viel zu früh von uns gegangenen Peter Ludlow annehmen. Ich, Louis Dutchson, der neue CEO von Biosyn, gebe Ihnen mein Wort. Kurz darauf kaufte Biosyn die Firma Ingen auf. Es gab zwar noch einigen Gegenwind von jemandem namens Benjamin Lockwood, aber auch dieser Gegenwind erstickte letztendlich. Dachte Louis Dutchson zumindest. Biosyn verfügt nun also über die finanziellen Mittel, die Embryos und auch ein Forschungsteam auf der Anlage B, welche die da noch existierenden Forschungszentren benutzen würden. Die von John Hammond im The Lost World Film erklärte göttliche Fübung des Harry Kane's Clarita, der über die Anlage B hinweg streifte, die passiert jetzt eben kurz nach diesem Szenario. Das heißt, noch bevor Dr. Henry Wu und Co. Anlage B überhaupt erreicht haben. Aus diesem Grund wurden sie nochmal von ihrem Zeitfenster aus stark nach hinten gesetzt. Sie mussten nicht einfach nur ein sicheres Territorium auf Anlage B erschaffen, sie mussten auch die Forschungszentren wieder von vorne aufbauen. Dr. Henry Wu würde also das Labor leiten, Louis Dutchson würde Biosyn generell kontrollieren und Dennis Nedry wäre für die Sicherheit des Teams von Dr. Henry Wu auf der Isla Sorna zuständig. Ob es jetzt so schlau wäre, nochmal Dennis Nedry zu vertrauen? Dutchson hatte seine Figuren aber fürs erste auf dem Feld positioniert und schon bald würde er zum Schachmatt ausholen. Doch auch Dr. Ian Malcolm soll hier nicht unbenannt bleiben in diesem Szenario. Ja, ich weiß, er ist in unserer vorherigen Was-wäre-wenn-Story leider gestorben. Allerdings sind seine Zitate über die Chaos-Theorie immer noch sehr präsent, auch in dieser Geschichte. Denn was Louis Dutchson nicht hat kommen sehen, ist folgendes. Drei Monate nach dem Vorfall mit dem Harry Ken Clarissa auf Anlage B treffen sich Dr. Ellie Settler, Robert Muldoon und Alan Grant mit Benjamin Lockwood. Gerade Robert Muldoon, der Nedry schon immer sehr skeptisch entgegenstand, hatte die Befürchtung, dass er noch immer am Leben war und eben hinter all dem steckte. Wie das Schicksal es eben so wollte, hat auch Benjamin Lockwood etwas Persönliches gegen diese Maßnahmen, die eben gegen Injun eingeleitet wurden. Auch wenn Hamilton Hammond im Streit lag, wusste Lockwood einige Sachen, die vielleicht noch wichtig werden würden. Aus diesem Grund berief er die folgenden drei Figuren ein, eben Ellie Settler, Alan Grant und Robert Muldoon. Hammond habe mal einen Dennis Nedry erwähnt und genau diese Information gibt er auch an diese Gruppe weiter. Und noch weitere Informationen, die wir im nächsten Was-wäre-wenn besprechen. Und dann kommen wir wirklich auf die Isla Sorna und es gibt ein Was-wäre-wenn. Ellie Settler, Alan Grant und Robert Muldoon auf der Isla Sorna wären, zusammen mit Dennis Nedry und auch Henry Wu, die da auch ihre Forschung betreiben. Ihr merkt schon, das Szenario geht immer mehr in eine ganz andere Richtung. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Lasst mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu in den Kommentaren unten stehen. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren und schickt mir sehr gerne Hinweise, wenn ich irgendetwas oder irgendjemanden übersehen habe. Mal gucken, ob ich dann die Figur noch irgendwie mit einbauen kann. In diesem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao. In Jurassic Park 1 aus dem Jahr 1993 spielt The Big One, also das Riesenbeast, eine essentielle Rolle, auch für den Aufbau der Geschichte. In diesem Video werden wir jetzt mal besprechen, was wir alles über diesen ganz speziellen Velociraptor wissen. Hierbei geht es um Fakten und um ganz interessante Fan-Theorien, wo ich sage, wow, so weit habe ich noch überhaupt nicht gedacht. In diesem Sinne, lasst uns darüber diskutieren. Viel Spaß mit dem Video. Das allererste Mal wird das Riesenbeast namentlich wirklich so genannt, nachdem Dr. Alan Grant Ali Settler, Ian Malcolm, John Hammond und eben die ganze Gruppe, die sich da im Park befindet, die Velociraptoren oder einen Velociraptoren bei einer Brutstation gesehen hat. Nachdem Alan dann also ganz bedeutungsschwanger einen Baby-Velociraptor in der Hand hält und an Dr. Henry Wu gewandt, fragt sie züchten Velociraptoren, nickt dieser in die Kamera, der perfekte Aufbau, um diese Tiere in den Film mit zu integrieren. Daraufhin gibt es einen Szenenwechsel und wir lernen Robert Maldun ein bisschen besser kennen. Ich meine, den kannten wir auch schon ganz vom Anfang und wir wussten, dass er auch schon eine Hintergrundgeschichte mit einem Velociraptoren hatte, die nicht ganz so glimpflich ausgegangen ist. Maldun erklärt unserer Gruppe von Paläontologen und Chaos-Theoretikern und dem Anwalt darauf hin, dass er festgestellt hat, dass ein bestimmter Raptor, also ein Raptor, ein bestimmtes Verhaltensmuster aufweist. Er scheint intelligenter zu sein als der gesamte Rest der Gruppe. Ebenfalls wird hier erklärt, dass es ursprünglich acht Velociraptoren gegeben hat. Das Riesen-Biest hat daraufhin alle bis auf zwei getötet und quasi das Rudel übernommen, also das, was von dem Rudel eben noch übrig gewesen ist. Außerdem sei das Tier, laut Robert Maldun dazu in der Lage gewesen, Schwachstellen in den Elektrozäunen systematisch auszuspionieren. Also der Raptor hat quasi die Elektrozäune angegriffen und hat sich ganz genau gemerkt, wo eben der Strom stärker war und wo er schwächer gewesen ist. Eine Fan-Theorie, die ich ganz oft im Netz gelesen habe, ist die, dass auch Joffrey von Anfang an, also zu Beginn von Jurassic Park, vom Riesen-Biest getötet worden ist. Ja, ganz zu Beginn von Jurassic Park sehen wir ja, wie ein Velociraptor in das Gehege reingelassen wird und daraufhin stirbt dann eben ein Mitarbeiter, eben Joffrey. Diese Theorie kann ich hiermit bestätigen, das ist offiziell bestätigt, nämlich von Steven Spielberg selbst, der sich nämlich mal damit gebrüstet hat und auch vollkommen zu Recht, dass das hier ein Build-up für das Riesen-Biest im späteren Verlauf des Films gewesen ist. Ja, man sieht jetzt hier, wie Robert Maldun das allererste Mal erkennt, wie gefährlich dieses Tier wirklich ist und dann später wissen wir, trifft er nochmal auf das Riesen-Biest. Also das hier ist offiziell bestätigt die Kreatur, die man dann im Englischen The Big One nennt. Aus diesem Grund war dieser Velociraptor auch in der Lage zu verstehen, dass er nur gegen diese Transportbox hätte rennen müssen, was er dann auch getan hat, um Joffrey von dort oben herunterfallen zu lassen und ihn dann eben zu fressen. Kleiner Fun-Fact an der Seite, auf der offiziellen Website des damaligen Jurassic Park ist Joffrey gar nicht als tot angegeben gewesen, sondern lediglich als unknown, also unbekannt, was eben daran liegt, dass wir seinen Tod nie wirklich gesehen haben. Mal ganz ehrlich, ja, doch, der wird tot sein. Das aber nur als ganz kurzer Side-Fact für euch. Des Weiteren gibt es Fan-Theorien und jetzt wird es sehr interessant und bevor jetzt wieder die Leute, die einfach immer systematisch widersprechen, schon jetzt das Wort aber in die Kommentare gehämmert haben, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht, hört mal ganz kurz zu und denkt mal wirklich drüber nach. Wenn ich da einen Denkfehler dabei habe, schreibt mir das bitte mit Begründung in die Kommentare ein. Einfaches, nee, ist falsch, das hilft mir nicht weiter. Ich muss wissen, warum es falsch ist. Sollte es denn falsch sein? Aber ich glaube, wir sind hier eine Sache auf der Spur, die ziemlich gut so sein könnte. Erinnert ihr euch noch an die Eier, die Dr. Alan Grant kurz nach dem Angriff des Tyrannosaurus Rex zusammen mit Lex und Tim findet? Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt. Kannst du gerne mal draufklicken. Das Thema hatten wir schon mal geklärt. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um die Velociraptoren-Eier handelt. Daraufhin hatten viele von euch mir geschrieben, ja, aber pass mal auf, das kann doch gar nicht sein. Die hatten ja gar nicht die Zeit gehabt, sich zu paaren, weil die sind ja erst vor kurzem ausgebrochen. Das ist so nicht ganz richtig, denn die Velociraptoren oder zumindest einer dieser drei Velociraptoren hätte zu diesem Zeitpunkt bereits trächtig sein können. Diese Theorie geht aus diesen Dokumenten hier oben vor, die offiziell Kanon der Reihe sind und die ganz klar sagen, dass alle drei Velociraptoren, also das Riesenbiest eben und die zwei Handlanger, nennen wir sie jetzt einfach mal, dass die tot sind und dass aber trotzdem noch eine Population von Velociraptoren auf der Isla Nubla gewesen ist. Das heißt, irgendwie müssen es die Raptoren geschafft haben, sich vorzupflanzen. Ob das hier jetzt wirklich Raptoreneier waren oder nicht, darüber können wir ganz gerne streiten, denn ihr habt recht, ja, die sehen nicht so aus wie das aus dem Labor, aber dennoch gibt es sehr viele Indizien, die darauf hinweisen, dass das hier Velociraptoreneier sind. Eine weit verbreitete Fantheorie geht nun also davon aus, dass niemand geringeres als das Riesenbiest, der Velociraptor gewesen ist, die ihr Geschlecht verändert hat oder der das Geschlecht verändert hat, quasi vom Weibchen ins Männchen. Die Begründung dafür, dass es das Riesenbiest gewesen sein könnte, nehmen die Fans ganz einfach daher, dass die, dass die enorme Dominanz dieses Velociraptoren, der sein komplettes Rudel nahezu ausgerottet hat, bis er eben die zwei letzten Überlebenden hatte, die ihm dann auch gefolgt sind, dass diese Dominanz ein Zeichen dafür wäre, dass das ein Männchen hätte sein müssen. Diese Theorie will ich hier mal ganz kurz ein bisschen anzweifeln, denn im offiziellen Buch zu Jurassic Park 3, also das ist das Buch, das von den Autoren, von den Drehbuchautoren geschrieben wurde, wird ganz klar erklärt, dass das Rudel der Velociraptoren nahezu immer von einem Weibchen angeführt wird. Würde also so gesehen keinen Sinn machen, dass The Big One sich von einem Weibchen in ein Männchen umgewandelt hat und daraufhin immer noch das Rudel kontrollieren konnte. Sinn würde es eher machen, wenn das Ganze andersrum abgelaufen wäre. Die anderen beiden Raptoren oder zumindest einer von ihnen hätte sich quasi umgewandelt und The Big One wäre das Weibchen, die eben dann auch das Rudel führt, wie es dann später auch im Roman oder auch im Film von Jurassic Park 3 der Fall ist, dass eben die Weibchen die Rudel kontrollieren. Fakt ist ebenfalls auch, dass wir später im Verlauf des Films überhaupt nicht mehr wirklich unterscheiden können, wer das Riesenbiest ist und wer eben einer der anderen beiden Velociraptoren ist. Steven Spielberg hatte das Ganze ein bisschen anders geplant, denn ursprünglich im Skript war ganz klar beschrieben, wer von diesen drei Velociraptoren das Riesenbiest sein soll. So war dieser Velociraptor unter anderem auch für den Tod von Ray Arnold verantwortlich gewesen, den wir auch nicht sehen. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, warum das der Fall gewesen ist. Auch hier sollte es ursprünglich eine Szene geben, wo wir gesehen hätten, wie Ray Arnold gefressen worden wäre. Ich habe mir das Video mal unten in der Beschreibung verlinkt, kannst du gerne mal draufklicken. Das haben wir allerdings auch nicht gesehen, aber auch hierfür ist das Riesenbiest verantwortlich. Steven Spielberg beschrieb außerdem in seinem Skript ganz klar, dass auch das Türenöffnen ein Zeichen für die Intelligenz dieses Velociraptors sein sollte. Und hier verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das Skript dann aber zum fertigen Film passt, denn wir sehen ja später, wie Robert Maldun vom Riesenbiest gefressen wird. Ja, auch das ist offiziell bestätigt, dass das hier das Riesenbiest gewesen ist, was ja auch nur Sinn macht zu dem Bild ab, eben den Robert Maldun auch persönlich zu diesem Velociraptor hat. Parallel dazu oder zumindest relativ parallel dazu spielt sich dann aber die Küchenszene in Jurassic Park 1 ab und da hat Steven Spielberg eben gemeint, ja, das Riesenbiest wäre dazu in der Lage gewesen, die Türen zu öffnen. Ich schätze mal, dass die anderen das eben auch gekonnt hatten. Er hat das eben nur sehr speziell auf diesen Velociraptor gemünzt, würde aber eben so keinen Sinn machen, weil diese Szene eben relativ parallel zum Tod von Robert Maldun spielt. Deswegen müssen die irgendwie alle in der Lage gewesen sein, Türen zu öffnen. Colin Trevorrow bestätigte übrigens auch noch, dass die Narben an Rexys Hals, die wir dann zu Jurassic World in der Jurassic World Ära immer wieder sehen können, dass auch die vom Riesenbiest stammen. Und das sehen wir ganz zum Schluss, als der T-Rex unsere unsere Gruppe vor den Velociraptoren beschützen will, dann eben in einen Kampf mit den Velociraptoren gerät. Was wir nun also ganz klar sagen können ist, dass das Riesenbiest wesentlich schlauer gewesen ist, wesentlich dominanter als der gesamte Rest. Noch dazu wissen wir, dass keiner dieser drei Raptoren laut offiziellen Angaben überlebt hat. Es gibt Dokumente zum Film, die offiziell Kanon sind, die beschreiben, dass Dr. Henry Wu noch einmal auf die Isla Nubla zurückgeflogen ist, um quasi seine Spuren mehr oder weniger zu verwischen. Das Ganze wurde natürlich nachträglich hinzugedichtet. Jetzt wo wir alle wissen, dass Dr. Henry Wu ja zum Zeitpunkt von Jurassic World so ein bisschen der Bösewicht gewesen ist, damit das irgendwie in den Kanon reinpasst, hat man das eben dann noch mit dazu gedichtet. Während er also die Ruinen des alten Jurassic Parks erforscht hat, um seine Spuren zu verwischen, hat er auch dann diese Dokumente hinterlassen, bei denen ganz klar gesagt wird, es gibt Velociraptoren auf der Insel, aber die drei, die im Park ausgebuchtet wurden, sind alle drei tot. Folgende Theorie wird jetzt aber sehr interessant werden. Haltet euch fest. Wir haben jetzt ja gelernt, oder das habt ihr wahrscheinlich auch schon durch das Schauen des Films gewusst, dass das Riesenbiest ein sehr intelligenter Velociraptor ist. Die Velociraptoren werden in der Jurassic Reihe immer als sehr intelligent dargestellt. Das Riesenbiest soll dem Ganzen aber nochmal die Krone aufgesetzt haben und nochmal wesentlich intelligenter gewesen sein. Kennen wir noch einen Velociraptor, der durch seine Intelligenz extrem hervorsticht? Fanteorien gehen davon aus. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine reine Theorie. Dazu gibt es null Indizien, keine einzige. Aber es würde irgendwie Sinn machen, dass Blue ursprünglich auf den DNA Zellen des Riesenbiests basiert. Und ich weiß, ich bin immer der Erste, der ganz groß rumschreit. Ich brauche hier keine zwanghafte Connection zwischen A und B und C und irgendetwas. Aber da muss ich wirklich sagen, das würde ich extrem cool finden, weil es hier auch Sinn machen würde. Wenn wir uns einmal überlegen, dass Dr. Henry Wu zurück auf die Isla Nubla gereist ist, um eben da seine Spuren zu verwischen, dort dann eventuell Zellen vom Riesenbiest entnommen hat und dann damit später Blue züchtete, weil er eben schon den Grundgedanken hatte, ja, dieses Tier war wesentlich intelligenter als die anderen Raptoren. Wir müssen mehr daraus arbeiten. Wir müssen mehr mit dieser Intelligenz herumforschen. Auch das würde im späteren Verlauf der Reihe noch Sinn machen, dass Dr. Henry Wu oder auch Louis Dutton dann später so hinter Blue her ist. Nicht einfach nur, weil Blue leicht so abzurichten ist. Das ist ja eigentlich irgendwie Quatsch. Ich meine, die Velociraptoren scheinen ja laut Owen Grady alle leicht abzurichten gewesen sein, aber wirklich intelligent. Also die größte Intelligenz dieses gesamten Velociraptorenrudels aus Jurassic World hatte Blue. Ich bin jetzt auf deine Meinung gespannt, was du dazu sagen hast. Denkst du, das könnte wirklich sein? Glaubst du, das Riesenbiest könnte eine Connection zu Blue haben? Macht das für dich Sinn? Wie gesagt, bevor du jetzt hier ein großes Aber reinschreibst, ja, aber das kann ja irgendwie nicht sein. Bitte erklär mir erst mal, warum das nicht sein kann oder denk mal darüber nach, ob das wirklich Sinn machen würde, weil ich finde, ja, das würde irgendwie verdammt viel Sinn machen. Das sind alle Fakten, die wir bis dato über das Riesenbiest wissen und ich hoffe, ich konnte hiermit auch so ein paar Fragen beantworten. Ich finde das hier wirklich auch selber sehr interessant. Und wenn das vielleicht wirklich ein weit entfernter Vorfahre von Blue ist, beziehungsweise wenn Blues DNS auf der DNS vom Riesenbiest basiert, ey, ich würde es irgendwie ganz geil finden. Wie ist deine Meinung dazu? In diesem Sinne bin ich für heute erst mal raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Szenario habe ich mir dann so eine kleine chronologische Geschichte ausgedacht, die bisher diesen Teil und diesen Teil hier beinhalten, noch keine weiteren bis jetzt. Das heißt, auch dieses Was-wäre-wenn hier gehört nicht zu meiner chronologischen Was-wäre-wenn-Story dazu. Part 3 kommt dann irgendwann dieses Jahr auch noch mal raus. Ich dachte mir allerdings, es wäre interessant, sich mal anzuschauen, was denn wirklich passiert wäre, wenn der Indominus Rex im Jurassic Park gewesen wäre. Und ein paar von euch haben sich darüber beschwert. Tobi, du warst nicht konsequent genug bei Was wäre, wenn der Spino im Jurassic Park gewesen wäre. Wieso ist denn das so passiert? Das hätte ja ganz anders passieren müssen. Und da warst du ein bisschen zu weich. Okay, das ändern wir jetzt hier in diesem Was-wäre-wenn. Mach dich auf was gefasst. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Was wäre, wenn der Indominus Rex im Jurassic Park gewesen wäre, ist eigentlich so die Grundfrage jetzt von diesem Video hier. Überlegen wir uns aber erstmal, wie denn der Indominus Rex und warum der Indominus Rex hätte im Jurassic Park sein sollen. Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ simpel. Wir erfahren ja in Jurassic Park 1 von Mr.DNS und von Henry Wu, dass es möglich gewesen ist, mit Hilfe von Frosch-DNS ausgestorbene Dinosaurier-DNS zu komplementieren und dann sogar das Geschlecht so anzupassen, dass man eben, naja, auf Nummer sicher gehen könnte, indem man eben nur weibliche Dinosaurier klont. Das heißt, zur Zeit von Jurassic Park sind wir bereits soweit gewesen, dass wir Dinosaurier-DNS aus verschiedenen Tieren zusammengesetzt haben. Also eben die DNS aus einem Beispiel Velociraptor. Da war die DNS aber eben nicht komplett. Deswegen hat man dann gesagt, okay, wir nehmen nochmal die DNS eines südafrikanischen Irgendwas-Froschs mit dazu und komplementieren dann eben das Ganze. Des Weiteren konnten den Tieren Chromosome vorenthalten werden, weswegen sie eben, naja, nicht männlich werden konnten, sondern eben alle weiblich waren. Laut meinem Verständnis und korrigiert mich, wenn da jetzt ein paar Wissenschaftler unter euch in den Kommentaren sind, laut meinem Verständnis waren wir also hier nicht wirklich weit entfernt von dem, was wir in Jurassic World gesehen haben. Also zumindest die Technik war ja schon im Ansatz da gewesen. Aus diesem Grund hat sich in meinem Szenario auch John Hammond überlegt, naja, würde es denn die Welt vielleicht doch bereichern, wenn wir diese Gentechnologie ein bisschen weiter benutzen. Die ersten Tiere, die Hammond also gezüchtet hat, waren weiterhin Dinosaurier gewesen. Quasi die, die wir auch im fertigen Film gesehen haben. Allerdings waren die auf der Insel lange bevor Ian, Malcolm, Alan Grant und Ellie Settler die Insel betreten haben. Henry Wu merkte nämlich eines Tages an, dass die Dinosaurier eine bestimmte Art von Krankheit nicht mehr bekommen könnten, die allerdings bei allen Lebensformen immer wieder auftreten kann. Als Grund dafür nennt er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Frösche, also die DNS der Frösche, dafür mit verantwortlich war, denn genau diese Krankheit kann bei diesen Fröschen eben nicht existieren. John Hammond macht sich also Gedanken um das Ganze. Er wollte der Welt diese prähistorischen Tiere präsentieren und ihnen Ehrfurcht vor der Vergangenheit zeigen. Jetzt hätte er die Chance gehabt, etwas wesentlich Wichtigeres zu machen. Henry Wu fährt weiterhin fort, dass es noch eine ganze Reihe an Experimenten und an Forschung benötigen würde, um wirklich eine Heilung für verschiedene Krankheiten oder quasi für alle Krankheiten auf der Welt durch diese Gentechnik, durch die Biotechnologie hervorzubringen. John Hammond sieht daraufhin seine Chance. Ja, man könnte die Forschung vorantreiben, indem man doch experimentiert mit der Kombination von verschiedenen Tieren, in diesem Fall eben Hybriden. Das wäre so die Ausgangssituation, das wäre quasi der Prolog meines Was-wäre-wenn-Szenarios. Danach passiert das Ganze relativ ähnlich wie auch im Film. Wir lassen Dr. Alan Grant, Ali Settler und Ian Malcolm einfliegen, aufgrund dessen, dass sehr viele Investoren besorgt sind, was die Isla Nubla angeht. Denn auch in diesem Szenario wurde Joffrey von einem Raptoren gefressen. Ich sage jetzt hier mal nur Raptor, nicht Velozieraptor. Warum das so ist, könnt ihr euch vielleicht denken. Wir sind hier in einem Was-wäre-wenn-Szenario. Und Alan Grant, Ali Settler, Ian Malcolm, der Anwalt Donald Janaro und John Hammond sind gerade auf dem Weg zur Isla Nubla. Als Grant dann letztendlich das allererste Mal einen lebendigen Dinosaurier sieht, nämlich einen Brachiosaurus, ist er komplett fasziniert. Er kann es nicht fassen. Ali Settler fragt Hammond daraufhin, ob man die Geschwindigkeit dieser Tiere eigentlich schon mal gemessen hätte. John Hammond erwidert daraufhin, dasselbe wie eben auch im Film, dass sie die Geschwindigkeit eines Tyrannosaurus Rex bereits messen konnten. Was er allerdings nicht verrät ist, dass das lange vor der Zeit von Alan Grant und Ali Settler auf der Isla Nubla gewesen ist. Grant bricht daraufhin, genau wie auch im Film, zusammen. Er kann das nicht fassen. Sie haben einen T-Rex? fragt er Dr. Hammond. Und John Hammond lächelt und sagt, ja, wir haben einen T-Rex. Grant wiederholt. Wiederholen Sie das, sagt Dr. Alan Grant. Und naja. Und John Hammond guckt ihn lächelt an und sagt, warten Sie es ab. Es wird noch besser. Die Gruppe gelangt daraufhin ins Besucherzentrum und kommt in diesen Kino-Drehsaal an. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist ja so eine Mischung aus Theater und Dokumentation und Kino. Und in der Mitte ist so ein Ding, das sich dreht. Auf jeden Fall wird dann auch hier Mr. DNS eingespielt. Und wir erfahren dasselbe, was wir auch im Film erfahren. Die versteinerte DNS eines Dinosauriers wurde in einem in Bernstein konservierten Moskito entdeckt. Dieser wurde eben extrahiert. Daraus wurde die DNS gezogen. Diese wurde mit Fröschen komplementiert. Und wir haben Dinosaurier. Im Film, wie wir ihn eben kennen, endet hier die Präsentation von Mr. DNS beziehungsweise switchen wir jetzt ja über zu den Laboren. Das ist dann auch der Punkt, wo unsere Gruppe dann dieses Fahrzeug verlässt oder das Kinosaal verlässt, weil sie eben selbst in die Labore rein wollen. In diesem Szenario allerdings sind wir noch nicht so ganz fertig mit der Erklärung. Denn naja, wir züchten ja nicht einfach nur Dinosaurier. Nein, John Hammond möchte der Gruppe, die auf der Insel anwesend ist, genau präsentieren, was denn wirklich hier vonstatten geht. Der Bildschirm wird plötzlich dunkel. Mr. DNS taucht erneut auf. Allerdings sieht er ein bisschen an, anders aus, nämlich ganz weißgräulich. John Hammond erklärt darauf hin, dass man noch einen Schritt weiter gedacht hatte. Wir haben ja eben gerade erfahren, die exakt selbe Technik, mit der man die DNS eines Frosches und der eines verstorbenen Dinosauriers zusammengemischt hat, hat man nun verwendet, um die DNS verschiedener Dinosaurier zusammenzurühren. Die Gruppe ist erstmal ganz geschockt. Alan Grant sitzt nur mit offenem Mund da und versteht gerade die Welt nicht mehr. Ian Malcolm lehnt sich ganz besorgt nach vorne und lauscht dem, was John Hammond gerade erzählt. Geht es hier wirklich um Hybriden? Er schafft John Hammond eine Mischung aus Dinosauriern und echten Lebewesen? Hammond, der die besorgten Gesichter seiner Zuschauer sieht, entscheidet sich, das Lunch vor der Sichtung der Raptoren vorzuziehen. Also das Lunch passiert jetzt in dem Szenario vor den Velociraptoren, die dann eben von Robert Muldoon kurz vorgestellt werden. Und während diesem Lunch sprechen natürlich alle Beteiligten ihre Sorge aus. John, glauben Sie nicht, dass Sie hierbei einen Schritt zu weit gegangen sind? Sagt Dr. Ian Malcolm, der ja auch im Originalfilm schon, was Dinosaurier angeht, sehr, naja, mit seinem Gewissen oder auch mit dem Gewissen von Dr. John Hammond hapert. Lassen Sie mich das vielleicht erst einmal erklären, sagt John Hammond darauf und erklärt der Gruppe dann eben, naja, die Entdeckung der Krankheit, die durch diese Züchtung der Dinosaurier und der Frosch-DNS eben verschwunden ist. Wir hätten damit die Chance, die Welt für immer zu verändern. Ian Malcolm fängt daraufhin an zu lachen, naja, Mr. Hammond macht ja nicht mehr als eine wissenschaftliche Entdeckung für Heilung aller Krankheiten auf der Welt in einen Freizeitpark zu packen. Donald Gennaro klingt sich daraufhin ein, das sei ja nur ein netter Nebeneffekt, damit die Welt das sehen kann. Wovor sollten wir mehr Ehrfurcht haben als vor der Vergangenheit? Fragt Dr. John Hammond und antwortet sich daraufhin selber, richtig, vor der Zukunft. John, das sind Tiere, die es so nie gegeben hat. Und antwortet daraufhin Dr. Ali Sadler. Woher sollen wir wissen, in welchem Raum sie sich wohlfühlen? Was sie wirklich brauchen, um zu existieren? Wer diese Tiere wirklich sind? Nicht einmal sie wissen, wer diese Tiere wirklich sind. Woher sollen die Tiere es denn dann selber wissen? Sie gehen automatisch davon aus, dass sie einen Velociraptor und einen Tyrannosaurus Rex in einen Körper packen und dass das Tier dann die Bedürfnisse von beiden erfüllen muss. Aber so wird das nicht funktionieren, John. Sie erschaffen hierbei komplett neue Kreaturen, die komplett neue Individuen sind, mit neuen Gedanken, mit neuen Bedürfnissen. Hammond verschränkt daraufhin die Arme und ist ganz enttäuscht. Wie kann es denn sein, dass diese bahnbrechende Entdeckung jetzt als eine Art, naja, als eine Art Unfall abgetan wird? Hoffnungsvoll richtet sich Hammond also an Dr. Alan Grant. Dr. Grant, wenn jemand weiß, wie wichtig es ist, Leben zu erhalten und Aussterben zu verhindern, dann sind es sie. Grant schaut einen Augenblick nach unten, um seine Gedanken erstmal zu sammeln. John, ich bin mir nicht sicher, ob sie genau wissen, was sie hier tun. Wir sprechen hier nicht davon, eine Krankheit zu heilen. Das scheint mir nur ein Nebeneffekt von etwas zu sein. Sie greifen hier wirklich mit voller Macht die Natur ein. Und so schlimm es auch sein mag, sich das einstige Sterben vorzustellen, ist es doch ein Teil des Kreislaufs des Lebens. Was sie aber hier machen, ist unter dem Aspekt, neues Leben zu erschaffen. Sie unterbrechen mit ihrer Forschung den Lebenszyklus, der nun mal einfach aus Leben und Sterben entsteht oder besteht. Das mag ein besorgniserregender Gedanke sein, aber dennoch ist das einfach Teil unserer Natur. Was sie hier aber machen, ist Kreaturen zu erschaffen, die sich in keiner Zeit unserer Welt jemals hätten wohlfühlen können. Was diese Kreaturen allerdings jetzt machen werden, ist, sie werden sich ihren eigenen Lebensraum schaffen. Unglaublich, unglaublich, lacht John Hammond. Wir sitzen also hier im Kreis und sind uns quasi alle einig, dass ich das Heile nahezu jeder Krankheit hätte einstellen sollen, trotz des Wissens, was wir jetzt aktuell haben. Ja, dabei geht es hier gar nicht mehr nur um das Einstellen oder um das Heilen von Krankheiten, weist dann Ian Malcolm John Hammond eben drauf hin. Der Nebeneffekt sei einfach zu gewaltig, denn ja, natürlich auf der einen Seite wäre es schön, wenn man diese DNS-Forschung nutzen könnte, um Krankheiten zu heilen. Was John Hammond hierbei aber nicht bedenken, das wird ihm von Ian Malcolm noch ein bisschen genauer erklärt, ist, dass diese Forschung in den falschen Händen auch zu anderen Zwecken missbraucht werden könnte. Ronald Gennaro lacht darauf hin und sagt, Mr. Malcolm, wir haben nicht vor, irgendwelche Menschen zum Leuchten zu bringen. Und Ian Malcolm wirft ihm darauf hin einfach nur einen verachtenden Blick zu. Das Gespräch endet dann damit, dass John Hammond sagt, okay, wir machen jetzt Folgendes, ich erkläre ihnen, warum diese Art der Technologie weitaus sicherer wäre, als Dinosaurier zurückzubringen, so wie er es ursprünglich im Park geplant hat. Jetzt kommen wir zu der Szene, in der die Raptoren gefüttert werden und Robert Maldun zum allerersten Mal auf den Plan tritt. Im Originalfilm rupt er dann zuallererst, man sollte sie alle töten, während die Raptoren eben diese Kuh verspeisen. In diesem Szenario ist sein allererster Satz, Hammond ist verrückt geworden. Er weist die Gruppe darauf hin, dass es sich hierbei nicht einfach nur um Raptoren handelt, die gerade eine Kuh verspeisen, sondern eben um Genhybride, die aus einem Alpha-Hybrid zusammengemischt wurden und eben einem normalen Velociraptor. Vielleicht kommt ihr von alleine drauf, was für eine Art von Hybrid in diesem Brutkasten stecken würde. Hammond unterbricht Maldun daraufhin aber und sagt der gesamten Gruppe, naja, wir hatten Velociraptoren gezüchtet gehabt, daraufhin hat aber das Riesen-Biest, also der Haupt-Velociraptor, hat alle bis auf zwei weitere aus der gesamten Gruppe getötet. Wir hatten keine Kontrolle darüber. Noch dazu haben diese Kreaturen die Zäune systematisch angegriffen, was Maldun ja selber bestätigt hat. Diese Raptoren, die sogenannten Indoraptoren, hätten nämlich diesen Makel nicht. Die wären so gemanipuliert worden, dass sie komplett unter der Kontrolle des Injun-Konzerns und eben somit auch John Hammond stehen. Ja, Maldun gibt John Hammond daraufhin recht. Die Indoraptoren haben noch kein einziges Mal versucht, die Zäune anzugreifen. Noch dazu waren sie auch untereinander relativ kollegial. Das heißt, in dem Szenario haben die Indoraptoren eben keinen Haupt-Indoraptor ernannt, der dann die anderen getötet hat. Nein, in diesem Szenario haben wir insgesamt fünf Indoraptoren in dieser Fütterungsstation drin. Und Maldun kann da relativ wenig entgegnen. Allerdings sagt er eben durch seine Erfahrung auch als Wildhüter und als Jäger, die Blicke der Tiere machen ihm Sorgen. Er beschreibt das Ganze dann Grant persönlich nochmal so, als hätte er das Gefühl, dass die Tiere zwar von etwas anderem gelenkt werden, allerdings ist der Verstand und der Geist keineswegs gelenkt. Die Tiere sind bei vollem Bewusstsein, können aber ihren eigenen Körper nur dann kontrollieren, wenn Injun oder eben John Hammond diese Körper auch freigeben. Es würde also passieren, wenn die Technologie im Park versagt und die Tiere könnten, naja, ihrem kompletten Instinkt freien Lauf lassen. Alan Grant erklärt Maldun, dass sie erst vor kurzem ein Gespräch mit John Hammond gehabt haben, beim Essen, wo es eben genau um diese Thematik ging. Dass John Hammond davon ausgeht, dass er die Bedürfnisse dieser Tiere kennt, weil er, naja, Bedürfnis eines T-Rex-Ketten, die eines Raptoren und deswegen automatisch denkt, dass die Bedürfnisse beider Tiere dann in diesem einen Tier drinstecken. Maldun erwidert darauf hin, dass dieser Gedanke gar nicht so falsch ist. Zwar sind die Bedürfnisse der Tiere komplett neu zusammengemischt, dennoch steckt immer noch ein bisschen DNS von diesen Tieren eben in dem Dinosaurier mit drin. Als Beispiel bringt er, dass sie bei dem Alpha-Hybrid festgestellt haben, dass er eine ähnliche Sehschwäche wie auch der Tyrannosaurus Rex entwickelt hat, der noch eine Intelligenz wie ein Velociraptor aufweist. Und ja, ich weiß, im Film war das nicht so mit der Sehschwäche beim Indominus Rex. Allerdings sind wir jetzt ja hier noch im Jahr 1993, das heißt, die Forschung ist noch ein bisschen jünger und deswegen hat man das eben hier noch nicht rausbekommen. Das Gespräch ist also beendet. Wir switchen jetzt weiter, also weiter und weiter und weiter und gelangen letztendlich an das Gehege des Alpha-Hybriden. Ja, hier behandelt es sich um den Indominus Rex und parallel zu der gesamten Geschichte versucht niemand Geringeres als Dennis Nedry natürlich erneut die Embryos zu stehlen und möchte das gesamte Sicherheitssystem abschalten. Mit dem Abschalten des Sicherheitssystems schaltet er allerdings auch sämtliche Connector ab. Diese Connector sind dafür da gewesen, dass die Tiere, wie von John Hammond eben gerade noch gelobt, unter Kontrolle gebracht werden können. Abseits von Ali Settler, Ian Malcolm und Alan Grant und Lex und Tim sind natürlich auch mit dabei und dem Anwalt Donald Gennaro brechen gerade leise die Indoraptoren aus dem Gehege aus. Der Park ist außer Kontrolle geraten und die Sicherheitssysteme sind komplett abgeschaltet. Im richtigen Film von Jurassic Park sehen wir ja, wie der T-Rex dann auch kurz den Zaun abcheckt und dann eben merkt, dass da kein Strom mehr drauf ist und kurz darauf dann eben den Stromzaun zerbeißt und das Gehege verlässt. In diesem Szenario ist das Ganze ein bisschen anders, denn auch hier finden wir vorerst die Ziege, die wieder auf das Auto von Lex und Tim und dem Anwalt Donald Gennaro knallt. Allerdings sieht man nicht genau, wo die Ziege wirklich herkommt. Der Zaun wird quasi wie von unsichtbarer Hand in der Mitte zerschnitten, Stück für Stück für Stück. Ein leichtes Röcheln ist zu hören und große Schritte und großes Gestampfe erschüttern den gesamten Boden. Malcolm beugt sich daraufhin nach vorne und versucht etwas zu erblicken und Alan Grant checkt die Lage dann relativ schnell. In dem Video, was wir gesehen haben, sagt er dann zu Malcolm Gewandt, haben wir erfahren, dass die DNS der Dinosaurier mit einer Frosch-DNS aufgefüllt wurde. Von einigen Fröschen weiß man, dass sie sich der Umgebung anpassen können. Das Tier kann sich tarnen. In Jurassic World ist es der Fall, dass der Indominus Rex diese Fähigkeit des Tarnens aufgrund der DNS eines Oktopus hat. In diesem Szenario ist es eben aufgrund eines Frosches, denn ja auch Frösche haben zum Teil diese Tarnungsfähigkeit. Deswegen sieht man den Indominus Rex jetzt nicht. Das Ganze ist so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, denn Grant weiß natürlich auch, dass der Tyrannosaurus Rex in der Welt, in der Lore von Jurassic, nichts wirklich gut erkennen kann, das sich eben nicht bewegt. Demnach weiß er nun auch, dass das Tier, was hier gerade rauskommt, dieselbe Sehschwäche haben sollte. Das heißt, unsere Gruppe sieht den Indominus Rex nicht und der Indominus Rex sieht unsere Gruppe nicht. Bis dann aber schließlich Lex und Tim auf die grandiose Idee kommen, naja, mehr oder weniger aus dem Auto auszusteigen. Ja, tatsächlich passiert das in meinem Szenario, denn die beiden sehen ja nicht mal, dass da irgendwas aus dem Gehege herauskommt. Man sieht eben nur, dass die Seile gerissen sind und das Stampfen und das Röcheln und das Röhren, und das haben sie nicht wirklich mitbekommen. Donald Gennaro sagt ja auch im Originalfilm, dass das vielleicht einfach nur der Motor der Fahrzeuge, der wieder anspringt und die Kinder glauben das einfach. Es sind eben auch Kinder, die auf den Rat eines Erwachsenen vertrauen. Tim geht daraufhin also aus dem Fahrzeug heraus, um sich einmal umzuschauen und Grant öffnet weit seine Augen. Was auch immer aus dem Gehege rausgekommen ist, wird beginnen zu jagen. Hans tritt er sich nach hinten um und versucht eine Fackel aus dem Fahrzeug herauszunehmen. Als er sich dann gerade wieder nach vorne dreht, die Tür aufreißen will, um die Fackel anzumachen, sieht er, wie das Geschöpf langsam sichtbar wird. Waldjäger Kopf des Indominus Rex ist zu sehen, der riesige Körper, der sich aus dem Gehege herausfindet. Tim schaut nach oben, er merkt nur noch, wie der Sabber des Tieres auf ihn herunterknallt und der Indominus Rex schnappt zu. Ja, Tim ist in diesem Szenario eben gestorben, aufgrund dessen, dass der Indominus Rex einfach seine Fähigkeit zum Tarnen für die Jagd benutzt. Trent und Malcolm erstarren erst einmal vor Ehrfurcht und Lex, naja, so wie sie eben auch im Film drauf war, fängt an panisch herumzuschreien. Während der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park, der relativ gemächlich an das Auto herangegangen ist, ist der Indominus Rex da wesentlich aggressiver. Er packt das Auto mit seinen Klauen und schlägt sie durch die Fenster durch, hebt das ganze Fahrzeug dann hoch und schaut in das Auto rein. Donald Gennaro, der erneut Panik bekommt, ja, er wird hier den gleichen Charakterzug haben, wie auch in den Filmen, die wir eben kennen, öffnet die Tür, während das Auto in der Luft hängt und springt aus dem Fahrzeug heraus. Als er auf dem Boden aufkommt, hört man ein leichtes Knacken und Gennaro sackt zu Boden. Der Indominus Rex hat das Auto immer noch vor sich, schmeißt es dann daraufhin in das Gebüsch und naja, Lex ist quasi noch im Auto, aber fürs erste sicher, denn der Indominus Rex macht sich nun über Donald Gennaro her. Zuerst tritt er ihm mit seinen kräftigen Beinen auf die Hinterbeine. Mit einer seiner langen Klauen durchbohrt der Indominus Rex den Brustkörper von Donald Gennaro, packt ihn daraufhin hoch, zieht ihn noch einmal an und verspeist ihn dann genüsslich. Grant bemerkt sofort, dass dieses Tier nicht einfach nur ein geklontes Tier ist. Der Indoraptor beißt ganz seltsame Züge auf, quasi schon menschliche Züge, zum Teil monströse Züge. Während der Indominus Rex also die Knochen von Donald Gennaro in seinem großen Maul zermalt, richtet er seinen Blick erneut auf das Auto, in dem er noch Lex sehr spät hat. Das heißt, Lex ist erneut wieder in Gefahr. Dr. Alan Grant brischt aus dem Auto heraus, macht seine Fackel an und versucht das Tier abzulenken. Eine Sache, die Grant hierbei nicht weiß, die ihm aber gleich äußerst hilfreich sein wird, ist die, dass der Indominus Rex sehr wärmeempfindlich ist und eben die Wärme wahrnehmen kann. Das heißt, Grant fuchtelt mit der Fackel hin und her und schmeißt diese dann daraufhin zur Seite. Doch Dr. Ian Malcolm denkt, es ist eine gute Idee, dasselbe zu tun. Er holt ebenfalls eine Fackel raus und schmeißt diese allerdings, naja, er schmeißt sie nicht weg. Das stimmt aber hier nicht ganz. Wenn wir uns den Jurassic Park Film noch einmal anschauen, sehen wir, dass auch Ian Malcolm später die Fackel zur Seite schmeißt. Allerdings ist das Ganze zu spät, weil der Tyrannosaurus Rex eben auf den sich bewegenden Ian Malcolm fokussiert ist. In diesem Szenario allerdings ist der Indominus Rex wesentlich aggressiver auf Licht fokussiert und geht deswegen auch der Fackel von Ian Malcolm hinterher. Malcolm rennt daraufhin hinter das Toilettengebäude und versteckt sich im dichten Gebüsch. Auch Alan Grant schafft es sich unter dem Auto zu verstecken und der Indominus Rex ist fürs Erste abgelenkt. Eine Ruhe tritt ein und man hört nur noch Gewitter und Regen im Hintergrund. Auch Lex schafft es sich langsam aus dem Auto heraus zu befreien, ist aber Gott sei Dank zu schwach umzuschreien. Durch den gewaltigen Schock des Verlustes durch ihren Bruder und eben der gesamten Situation bewegt sie sich auch nicht wirklich weiter. Sie bleibt im Gebüsch liegen und der Indominus Rex verschwindet dann langsam in den Tunneln des Jurassic Park. Also wir haben einmal Donald Gennaro und Tim in diesem Szenario verloren. Ian Malcolm und Alan Grant sind allerdings weiterhin wohl auf. Auch Lex geht es relativ gut, die hat vielleicht ein kleines Schleudertrauma, aber ist eben auch nicht diesen Abgrund runtergefallen, der im Gehege des T-Rex ist. Die drei haben dann daraufhin also ein ähnliches Szenario wie auch im fertigen Film. Ali und Maldun tauchen dann einige Zeit später an dem Vorfallsort auf, um eben nach Alan, Lex, Tim, Gennaro und Ian Malcolm zu gucken. Im Originalfilm, naja, passiert ja eben folgendes. Ian Malcolm wird gefunden, wird auf das Auto gebracht und hört dann eben die Schritte des Tyrannosaurus Rex. Malcolm warnt daraufhin Maldun und eben auch Ali Sadler und sagt, los, wir müssen los, wir müssen los, wir müssen los. Das würde jetzt hier allerdings nicht passieren, denn Ian Malcolm wäre nicht gefunden worden, da er ja, naja, wohl auf ist und eben mit Grant und Lex im Dschungel verschwunden ist. Das heißt, in diesem Szenario käme jede Hilfe zu spät. Der Indominus Rex wäre erneut aufgetaucht. Zwar hätten es Ali und Robert Maldun geschafft, sich ins Auto zu verfrachten und auch loszufahren. Allerdings wäre das viel zu spät gewesen, da der Indominus Rex eine Mischung aus zum Teil Raptor und T-Rex ist und eben auch, naja, die Gene von den beiden logischerweise benutzt, äh, besitzt und benutzt, ist das Tier wesentlich schneller als ein Tyrannosaurus Rex unterwegs. Der Indominus Rex schafft es also wieder, mit seinen langen Krallen das Fahrzeug der beiden festzuhalten und beißt Robert Maldun kurzerhand darauf den Kopf ab. Ali Sadler schafft es zwar noch, sich aus dem Auto rauszuretten, sie rennt gerade los, doch der Indominus Rex schafft es, sie von der Seite her zu schnappen und damit ist auch Ali Sadler in diesem Szenario gestorben. Ich versuche hier wirklich nicht einfach sinnlose Tode mir aus dem Hintern zu ziehen, ich versuche das gerade wirklich irgendwie nachvollziehbar auch zu erklären und ich glaube, das ist gar nicht mal so unnachvollziehbar, dass minimale Veränderungen im Originalfilm genau sowas hätten vorherführen können, oder? Ich meine, ey, Ian Malcolm hat die Gruppe nun mal, oder hat Robert Maldun und Ali Sadler nun mal im Film davor gewarnt, dass der T-Rex auftaucht. Das wäre eben hier nicht passiert und der Indominus Rex wäre auch noch schneller als der T-Rex. Hätte sich auch noch tarnen können, wahrscheinlich wesentlich langsamer und leiser angeschlichen, also das wäre auf jeden Fall ein Todesurteil für die beiden gewesen. John Hammond ist also alleine im Besucherzentrum zurückgeblieben und ist am verzweifeln. Er versucht noch Grant und Co. irgendwie ausfindig zu machen durch bestimmte Kameras, die an den Parkgehegen angebracht sind. Doch dort findet er leider niemanden. Er sieht allerdings auch, dass keine Leichen, außer eben die von Ali Sadler, also zum Teil Leichenstücke von Ali Sadler und eben auch von Robert Maldun auf der Straße liegen, plus eben noch das kaputte Fahrzeug mit dem ganzen Blut. Also da merkt er schon, okay Moment, da ist irgendwas passiert, aber wo sind denn die anderen drei hin? Beziehungsweise die anderen vier, denn das Tim tot ist, weiß er natürlich auch noch nicht. Und John Hammond macht sich selbst auf den Weg, die verschollene Gruppe zu suchen. Wisst ihr noch in dem einen Deleted-Scenes-Video zu Jurassic Park 1, das habe ich dir mal hier oben verlinkt, das kannst du ganz gerne mal nachholen. Da hatten wir drüber gesprochen, dass eben in einer ganz frühen Idee hätte, das Ende von Jurassic Park so aussehen sollen, dass nicht der T-Rex die Gruppe vor den Velociraptoren rettet, sondern einfach John Hammond mit einer Shotgun. Das greifen wir jetzt hier wieder auf, denn John Hammond hätte sich daraufhin nämlich einfach eine Schrotflinte aus dem Regal genommen und selbst auf die Suche nach den verschollenen Personen gemacht. Genau wie auch im Film wäre er dabei am Raptoren-Hütterungs-Spot vorbeigekommen und ja, ich sage Raptoren, denn in diesem Szenario sind es ja die Indoraptoren, die nun alle fünf samt frei sind. Und diesmal auch ohne Kontrolle. John Hammond weiß das auch ganz genau, dass diese Gefangenen besteht. Er macht sich dennoch auf in den dichten Dschungel, um die Leute zu suchen. Allerdings hat John Hammond hierbei einen etwas anderen Plan, denn er weiß, wo noch weitere Fahrzeuge des Jurassic Park stehen. Er macht sich also langsam und schleichend auf den Weg zu diesem Carport, um sich ein Fahrzeug zu nehmen, um dann eben mit dem Fahrzeug die Gruppe zu suchen. Was auch Sinn ergibt, dass man dann die Gruppe nicht irgendwie sucht und dann zu Fuß wieder zurückbringt, sondern dass man eben sagt, okay, ich nehme mein Fahrzeug mit, schnapp euch alle, pack euch in das Fahrzeug und dann fahren wir alle in den Sonnenuntergang und alles ist schön und gut. So wird das Ganze aber hier nicht ablaufen. So, denn die Indoraptoren sind Hammond bereits auf der Schliche. Ja, die haben ihr Jagdverhalten natürlich noch nicht über ein riesiges Revier ausgebreitet, sondern da der ganze Vorfall mit dem Stromausfall erst relativ kurz passiert ist, sind die Tiere eben auch noch in der Nähe und sie wittern John Hammond. Hammond schafft es dann beim Carport anzukommen und greift nach seinen Schlüsseln, will in das Fahrzeug einsteigen, als er dann letztendlich ein Rascheln im hinteren Gebüsch hört. Er dreht sich um, richtet die Schrotflinte auf eben jenes Gebüsch und hält den vorderen Lauf rein. Als er an etwas andockt, was er eben für die Haut eines Tieres hält, drückt er plötzlich ab und, naja, ganz viel Blut spritzt. Allerdings ist das nicht das Blut eines Indoraptors, nein, es ist das Blut von John Hammond selbst, der im selben Moment von hinten von zwei Indoraptoren an den Schultern gepackt wurde. Die beiden Raptoren reißen ihn darauf hin zu Boden, während die drei anderen von vorne kommen und John Hammond komplett auseinanderreißen. Wir haben in diesem Szenario also nur noch Ian Malcolm, Lex und Dr. Alan Grant übrig, die noch am Leben sind und eben versuchen, zum Besucherzentrum hindurch zu gelangen. Wir lassen den dreien das eben jetzt auch mal gelingen und sie gelangen ins Besucherzentrum und schauen sich dann da nochmal genau um. Niemand ist dort zu sehen. Allerdings sagt Alan dann zu Lex, sie soll sich doch bitte was zu essen nehmen, um wieder zu Kräften zu kommen. Was ist, wenn alle anderen tot sind? Ian Malcolm antwortet darauf hin, es müsse einen Kontrollraum geben, von dem aus man das Festland kontaktieren konnte. Es kann nicht der gesamte Strom im Park ausgeschaltet worden sein, denn die Fahrzeuge hatten weiterhin Strom, die Zäune hatten diese Lichter, die weiterhin geblinkt haben, ja und auch im Besucherzentrum funktioniert das Licht. Plötzlich taucht Lex zwischen den beiden diskutierenden Männern auf und deutet auf ein Plakat von einem Velociraptor und hinter dem Plakat öffnet sich ein gewaltiger Schatten. Was auch immer das sein mag, sagt Dr. Alan Grant, wir müssen auf jeden Fall schnell verschwinden. Die Indoraptoren nähern sich also nun unserer noch überlebenden Gruppe, die sich dann aber alle Stück für Stück in der Küche verschanzen. Das heißt, die Küchenszene hier läuft ähnlich ab wie auch im Film mit einem klitzekleinen Unterschied, dass Ian Malcolm sich opfert, damit Lex entkommen kann. Denn genau wie im Film schafft es Lex eben den einen Indoraptor abzulenken, rennt dann daraufhin los, die hat quasi dieselbe Szene, die eben Tim im fertigen Film hat, rennt darauf los Richtung Kühlkammer und der Indoraptor ist hinter ihr her. Allerdings ist das Tier wesentlich schneller als ein Velociraptor und Ian Malcolm zieht nur eine einzige Möglichkeit darin. Das Mädchen zu retten, er wirft sich zwischen sie und den Indoraptor und schubst ihn mit der Schulter zur Seite. Allerdings ist daraufhin der zweite und der dritte Indoraptor zur Stelle. Sie packen Ian Malcolm, reißen ihn hinter eine Küchenzeile und Ian Malcolm ist tot. Der vierte und fünfte Indoraptor allerdings rennen Lex und Grant hinterher. Sie es nun gerade so schaffen, in das Kontrollzentrum einzudringen und eben, naja, an die Computer zu gelangen. Lex macht daraufhin genau dasselbe, was sie eben auch im fertigen Film macht und versucht die Sicherheitssysteme zu aktivieren und eben alle Schlösser zu aktivieren. Das Ganze klappt allerdings nicht so wie im Film, denn, naja, die Indoraptoren haben auch um einiges mehr Kraft als die Velociraptoren. Sie stoßen die Tür auf, Alan Grant fliegt nach hinten und beide Indoraptoren stürzen sich auf den Mann. Ja, auch Grant ist in diesem Szenario jetzt gerade gestorben. Lex schafft es allerdings, die Situation auszunutzen und die Leiter, die sie eben auch im Film benutzen, an die Decke anzulehnen und eben in den oberen Schächten zu verschwinden. Die Indoraptoren sind hier dicht auf den Fersen und parsen unter ihr und parsen auch hinter ihr in die Schächte reingesprungen und krabbeln ihr hinterher und Lex versucht panisch zu entkommen. Als sie dann wieder im Besucherzentrum im unteren Teil ankommt, wo eben dann auch die ganzen Größe stehen, merkt sie plötzlich, dass unten der Indominus Rex in der Halle steht, der nämlich den gesamten Lärm in dem Gebäude gemerkt hat. Er hat die Wärme der Tiere und der Menschen wahrgenommen und ist eben in das Gebäude reingekommen. Plötzlich hat Lex eine unfassbar geniale Idee. Sie rennt den gesamten Abteilungspart herunter, bis sie eben ganz unten angekommen ist, macht den Indominus Rex vorher auf sich aufmerksam und hofft, dass dieser eben die Indoraptoren angreift. Was sie allerdings nicht kommen sieht, ist, dass die Indoraptoren plötzlich mit dem Indominus Rex zu reden scheinen. Ja, die Tiere unterhalten sich mehr oder weniger und Lex versucht die Situation zu nutzen, um aus dem Besucherzentrum zu fliehen. Sie schlägt die Tür des Besucherzentrums hinter sich zu und rennt quasi geradeaus weiter in den Dschungel rein durch diesen Teich, der vor dem Besucherzentrum ist und versucht, naja, um ihr Leben zu rennen. Plötzlich schlagen die Türen erneut auf und die Indoraptoren sind ihr dicht auf den Fersen. Doch auch der Indominus Rex scheint nachzukommen, beziehungsweise bricht er plötzlich durch die gesamte Wand des Besucherzentrums hindurch. Der Indominus Rex schlägt auf dem Boden auf und zerquetscht dabei zwei der Indoraptoren. Lex schaut sich panisch um und bemerkt plötzlich, dass der Tyrannosaurus Rex, also Rexy, ja, denn Rexy ist natürlich auch noch auf der Insel, die ist ja nicht einfach weg, nur weil wir jetzt eben hier den Indoraptoren zum Ausbruch gebracht haben. Ich habe am Anfang der Geschichte erzählt, dass die Geschwindigkeit eines T-Rex bereits gemessen wurde, ja, und das war eben die Geschwindigkeit von Rexy und die war auch noch auf der Insel parallel eben zu den Hybriden und ist natürlich auch durch das Ausfallen der Stromzäune freigekommen. Rexy macht das, was sich so ziemlich in jedem Jurassic-Film macht und rettet dann damit hin mehr oder weniger die Gruppe, ich meine, wir haben nur noch Lex übrig, aber ja, er geht auf den Indominus Rex eben los, der den Angriff nicht hat kommen sehen, dabei zerquetscht der Indominus Rex durch den Angriff des T-Rex zwei Indoraptoren, sodass wir nur noch drei Indoraptoren übrig haben, die drehen sich natürlich aber auch um und greifen den T-Rex an und auch der Indominus Rex geht auf den T-Rex los. Rexy hätte dieses Szenario auf keinen Fall überleben können. In diesem Szenario verlieren wir nicht nur den Großteil unserer Helden, sondern eben auch unseren geliebten Tyrannosaurus Rex. Lex schafft es allerdings daraufhin, im dichten Dschungel zu verschwinden und sich fürs Erste in Sicherheit zu wiegen bzw. vor den randalierenden Monstern zu verstecken. Und hier beenden wir einfach mal dieses Szenario mit Lex, die alleine auf der Isla Nubla überleben muss und alleine im Dschungel ist und die noch keine Hilfe gerufen hat. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, irgendwann würde das rauskommen, dass da was passiert ist. Allerdings ist die Frage, wann und wie lange müsste Lex überleben? Das war jetzt mein Was-wäre-wenn-Szenario in Bezug auf den Indominus Rex. Es wurde wesentlich krasser, ich weiß, aber ihr habt mir auch vorgeworfen, ich müsste da ein bisschen direkter vorgehen. Und ich meine tatsächlich, es wäre sehr wahrscheinlich noch viel schlechter ausgegangen, wenn wir sowohl einen Indoraptor, wenn wir sowohl einen Indominus Rex als auch fünf Indoraptoren frei im Park hätten rumlaufen lassen. Was Lex überlebt hat, das habe ich einfach nur für euch gemacht. Und ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr auch möchtet, dass dieses Szenario hier weiterhin fortgesetzt wird. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Auf jeden Fall gibt es dann auch schon demnächst den dritten Teil meiner Was-wäre-wenn-Reihe. Ich muss mir mal Namen für diese Was-wäre-wenn-Timelines ausdenken. Wenn ich dann mit dieser Timeline fertig bin, könnte man auch diese Timeline hier weiterspinnen. Das heißt, wir können uns ganz viele verrückte Was-wäre-wenn-Szenarios ausdenken. In diesem Sinne bin ich heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 3 jetzt endlich gesehen und ihr seht es schon an meinem leicht verschmitzten Grinsen. Ich fand die Staffel ziemlich geil, mit kleinen Abstrichen. Es gab bestimmte Fehler der zweiten Staffel, wo diese Staffel drauf aufbauen musste. Ich würde sagen, wir quatschen einfach mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. In der zweiten Staffel hatten wir ja zum allerersten Mal unsere ersten menschlichen Antagonisten. Einmal hier Triss und ihren Mann, der aussah wie Dr. Alan Crane für Arme. Die beiden waren ja für mich so ein bisschen mau gewesen, hätte ich jetzt eher weniger gebraucht. Was ich nicht erwartet hätte, dass irgendwie die Geschichte der beiden nochmal ein bisschen aufgegriffen wird in der dritten Staffel. Beziehungsweise es ist nicht unwichtig, dass die auf die Insel gekommen sind bis zu einem bestimmten Punkt, denn das Schiff der beiden ist ja weiter an Land geblieben. Und wir beginnen jetzt in Staffel 3 damit, dass die Kids versuchen mit einem Floß von der Insel runterzukommen und sind erstmal ganz euphorisch und decken sich, ja was soll jetzt hier schon schief gehen? Sind schon auf offenem Wasser. Ben verabschiedet sich nochmal im Weiten von Bumpy. Und dann passiert folgendes, eine riesige Welle kommt und die Kids werden zurück auf die Insel gefeuert. Und daraufhin merken sie, okay wir sind jetzt zwar irgendwie safe, wir haben uns auf der Insel zurechtgefunden, wir haben uns unser eigenes Baumhaus gebaut und ist auch dementsprechend erweitert. Wir haben Bumpy einen Saurier, der auf uns aufpasst, aber irgendwie schaffen wir es nicht von dieser Insel wegzukommen und das ist ein riesen Problem. Daraufhin kommen sie auf die Idee, wir müssen die Insel einfach mal ein bisschen weiter erforschen. Die kommen dann irgendwann an so eine Stelle, wo Gondeln hoch und runter fahren. Das alles funktioniert aber auch noch, weil Jurassic World ist natürlich auch modern. Das Ganze ist relativ futuristisch, war es ja auch schon in den Filmen. Und sehr viele Anlagen im Jurassic World Park scheinen mit Solarenergie zu funktionieren und so eben dann auch diese Gondeln. Und dann fährt dann eben ein Teil der Kids den Berg da hoch. Ich meine es war einmal Kenji und hier die andere, ihren Namen kriege ich nicht auf den Schirm. Da heißt sie Sam, kann das sein? Samantha oder irgendwas in der Art, die auf jeden Fall komplett am Rad dreht jetzt. Zu den beiden komme ich dann nochmal. Die fahren irgendwie ganz hoch auf so einen Berg, um einfach mal abzuchecken, okay, was sehen wir denn überhaupt von hier oben? Und da entdecken sie dann eben das Schiff der Antagonisten aus Staffel 2, das eben noch im Ozean steht. Und sie haben eben Angst, okay, da könnte aber immer noch Triss drauf sein. Und wir wissen ja aber als Zuschauer, nee, Triss wurde von den Baryonics gefressen. Währenddessen unterhalten sich dann Darius und Ben unterhalb dieser Gondeln, weil die eben nicht mit hochfahren, weil Ben sagt, ich bleib ganz kurz mal hier, weil Bumpy kann ja nicht mit. Und dann merkt dann Darius, okay, der ist schon sehr seltsam fixiert auf diesen Dinosaurier. Und dann quatschen die so ein bisschen und es kommt dann irgendwie raus, dass Ben ja keinen Bock hat, von der Insel wegzugehen, weil er irgendwie diese Insel jetzt als Heimat ansieht und Bumpy nicht alleine lassen möchte. Brooklyn und ihre, naja, ich sag mal anfänglich Erzfeinde, finden dann später Dinosaurier-Eier, wo sie erst noch denken, das sind Steine. Und ich denke mir auch so als Zuschauer, also jetzt mal ohne Scheiß, das sind doch keine Steine. Nee, sie merken es erst zu spät, als dann die Flugsaurier auf einmal auftauchen und, naja, eben angreifen, weil die halt denken, dass das Eierdiebe sind, denen eben die Eier klauen wollen. Dann bekommen wir eben unsere erste Action-Szene und ist alles ganz cool gemacht. Und ich mag auch wirklich die Action in der Serie. Was aber hier wirklich zum Tragen kommt, sind diese Szenen der Charaktere wieder mal, wenn die kurze Zeit haben, sich auch mal auszutauschen, über Sachen zu diskutieren. Wir haben hier zum Beispiel einmal Brooklyn und Jess, war ihr Name und Jess, tut mir so leid, von den beiden Mädels kann ich mir ihren Namen einfach nicht merken. Ich nenne sie jetzt einfach hier mal Sam und Jess, ich werde es einblätten, ihr wisst dann, wen ich meine. Brooklyn und Jess quatschen miteinander und die können sich eben nicht abnach aus den Ereignissen von der zweiten Staffel und schweigen sich dann auch erstmal die ganze Zeit an. Und dann irgendwann hocken die auch in den Gondeln so zusammen und fangen dann an, sich zu unterhalten und merken dann, so unterschiedlich sie auch sind. Trotz allem haben sie sehr gleiche Interessen oder eben in dem Fall, sie haben sehr gleiche Schwierigkeiten im Leben, weil Jess ist ja eben eine sehr durchtrainierte Sportlerin, die auch sehr viel darauf gibt, immer zu gewinnen, während Brooklyn immer am Handy hängt. Sie ist so die Influencerin und dann merken sie aber, ey, wir haben eigentlich beide keine Zeit in unserem Leben für irgendwie Freizeit oder sowas. Wir müssen beide immer arbeiten oder trainieren. Unsere Eltern machen uns nur noch Druck und dann kommen die so ein bisschen näher aneinander. Fand ich eine richtig schöne Sache. Auch was sie mit Kenji gemacht haben. Kenji wird am Anfang wieder als Trottel eingefügt. Er und Sam machen dann dauernd irgendwelche ganz komischen Faxen in dieser Gondel, schaukeln mit der Gondel als hin und her und hin und her. Und ich denke mir so, ey Leute, also auffälliger geht's ja nicht. Und ich war schon darauf vorbereitet gewesen, dass ich Kenji am meisten kritisieren werde in dieser Staffel. Ist aber nicht der Fall, weil dann später herauskommt, warum er sich überhaupt so verhält. Und zwar gelangen die Kids dann irgendwann, als sie auf der Flucht vor ein paar Sauriern sind, in ein VIP-Gebäude von Kenji's Dad, wo sie im Jurassic World, ich hoffe, ich kriege es auch richtig zusammen, ein Loft gemietet hatten. Da wohnen dann eben nur die ganz Reichen. Und die gehen dann eben da rein und Sam findet dann einen Brief oder ein Bild und merkt dann eben, dass Kenji sehr schlecht auf seinen Vater zu sprechen. Und mit der Zeit merken wir dann eben, warum Kenji sich so verhält, wie er sich verhält. Weil er sagt, ey, ich hatte nie eine wirklich coole Familie gehabt, die auf mich aufgepasst hat. Bei uns war es immer nur, wir sind reich, deswegen ist eigentlich auch alles geil. Er wollte eigentlich nur seinen Vater um sich herum haben oder eine richtige Familie haben. Und die hat er eben jetzt bekommen mit den Jungs und Mädels, mit denen er eben auf dieser Insel jetzt hier festsitzt. Und deswegen versucht er durch seine Art und Weise immer auch Sachen zu überspielen und ist zum Teil einfach wirklich glücklich, dass er jetzt hier Leute hat, die ihm was bedeuten oder denen auch er etwas bedeutet. Und ich mag es, wenn so Serien einem nochmal so eine Moralkiste mitgeben. Und das ist bei jedem so. Ich sage immer, man sieht es Menschen vielleicht manchmal nicht an, aber jeder hat auch sein eigenes Päckchen zu tragen. Und Kenji ist so eigentlich der Vorzeigetyp, bei dem man sagen würde, in seiner Haut würde ich auch mal ganz gerne stecken. Er ist so der Schönling, dem einfach alles am Arsch vorbeigeht. Er ist immer komplett glücklich. Er ist halt extrem wohlhabend. Und was muss sich denn so ein Kerl noch Sorgen machen, würde man sich denken. Na ja, darum, dass eben seine Familie nicht für ihn da ist. Und das ist halt wirklich, wo man sich dann einfach denkt, eigentlich hat jeder Einzelne von uns, sowohl ich als auch jeder von euch, wird ein Paket zu tragen haben aktuell oder eins mal getragen haben müssen oder vielleicht später nochmal eins tragen werden. Jeder hat seine Problemchen. Und das hat die Serie ganz cool hervorgehoben. Ein Charaktermoment, der hier ein bisschen stehen geblieben ist und das haben sich die Macher aber auch selbst verbockt, ist der von Ben. Ben hat nämlich in Staffel 2, in dieser einen Episode, wo sie den Flashback gezeigt haben, wie er eben auf der Insel überlebt hat und dann mit Bumpy zusammen herangewachsen ist zu einem großen Krieger, hat Ben quasi zwei, drei Schritte übersprungen bei der Charakterentwicklung, die die anderen Figuren, jetzt in Staffel 3, Stück für Stück aufarbeiten müssen. Das heißt, Ben bleibt irgendwie so auf der Stelle und springt dann auch immer wieder mal kurz zurück und wird dann irgendwie wieder weinerlich und springt dann wieder vor zum Helden, weil sie eben hier gesagt haben, okay, wir können den jetzt nicht noch weiterentwickeln lassen, weil die anderen müssen erst mal aufholen in der charakterlichen Entwicklung. Und das haben sie sich halt mit Staffel 2 so ein bisschen verbockt. Ich finde Ben und Bumpy extrem, das heißt extrem anstrengend, ist auch der falsche Ausdruck. Aber ich finde sie schon irgendwie nervig, weil sobald er anfängt auf dem Vieh zu reiten und eine Armee an Kylosaurus hinter ihm herreitet, sind sie Doktor Wu damit bedrohen. Das geht mir irgendwie schon wieder zu weit und ja, weiß ich nicht. Das kommt zum Glück ja nicht so oft vor, also es ist wirklich, das ist minimales Gemäcke. Die Saurier-Action fand ich genial. Wir kommen gleich noch auf den Hauptsaurier der Reihe, äh, der dritten Staffel zu sprechen. Es gibt eine Szene, wo die Kids von Sauriern verfolgt werden, als sie sich eben im VIP-Loft von Kenji's Dad befinden. Und das wurde wieder ähnlich aufgebaut wie in den alten Jurassic Park-Teilen. Hier wurde wirklich Angst geschürt. Und okay, wo können die Saurier jetzt auftauchen, weil dieses Loft ist quasi wie ein großer Turm, wo ganz viele Hotelzimmer drin sind, eben für die super Reichen. Und dann laufen sie auch durch diese Flure hindurch und gucken immer in die Türen rein. Und das wurde alles sehr cool gemacht. Und ihr habt mich ja schon vorgewarnt, ey, die Staffel 3 wird auf jeden Fall die unheimlichste Staffel der, ähm, der gesamten Serie werden. Und ich kann zumindest bis jetzt beurteilen, ja, Staffel 3 ist auf jeden Fall die unheimlichste Staffel der drei Staffeln, die ich bis jetzt eben gesehen habe. In meiner letzten Kritik zur zweiten Staffel habe ich ja schon angedeutet, Kenji hat irgendein Vieh wieder befreit, was nicht hätte freikommen sollen. Und das ist der Scorpius Rex. Der Scorpius Rex ist auf den ersten Blick das wahrscheinlich hässlichste, was ich jemals im Jurassic-Universum gesehen habe. Und ich war schon darauf eingestellt, okay, das Vieh, das kann nicht cool werden. Das wird jetzt einfach nur wieder so ein dummer, richtig dummer Scheiß werden, der jetzt hier eingebaut wird nach dem Motto, wir brauchen halt noch einen Hybriden jetzt. Sonst wird es ja langweilig. Und ich dachte mir, ey, jetzt brauchen wir keinen Hybriden. Dann kann das Vieh auf einmal auch noch Stacheln schießen und hat Infrarotblick und sowas. Und ich dachte mir, ey, warum zum Teufel sollte man einem Saurier, der dafür da ist, in einem Park angegafft zu werden, solche Fähigkeiten geben? Dann habe ich mir überlegt, warum sollte man das eigentlich machen? Ich glaube, dass da mehr dahinter steckt, als wir bisher wissen. Ich glaube, dass der Scorpius Rex, ähnlich wie die anderen beiden Hybriden, aus einem ganz bestimmten Grund da sind. Dazu kommt noch ein Video von mir und ich glaube, dass ich hier wirklich den großen Zwisten, den Plot, den Zusammenhang von allen Jurassic-Park-Filmen zu Jurassic World jetzt enttarnt habe mit dieser Serie. Aber da kommt noch ein Video mit dazu. Ist der Scorpius Rex jetzt eigentlich bescheuert? Nee. Hätte ich ihn gebraucht? Nee. Er ist halt ein Saurier, der der Form Indominus Rex geschaffen wurde. Und Dr. Wu hat dann gemerkt, ah, okay, das Vieh ist aber irgendwie komplett crazy. Und also, wenn wir dachten, der Indominus Rex wäre schon eine Katastrophe gewesen, der Scorpius Rex ist quasi das Abfallprodukt von Indominus Rex gewesen. Also, der ist anhand des Scorpius Rex, hat sich Dr. Henry Wu gesagt, das machen wir nicht. Das Vieh ist zu aggressiv, das Vieh ist eine komplette Vollkatastrophe in allem. Das Vieh ist hässlich, wird sogar so gesagt. Das hat mir so ein bisschen weit getan dann auch, weil das Vieh ist wirklich sehr hässlich. Der hat auf gar keine Befehle, er ist nicht das, was wir wollen. Die Frage, warum er dann trotzdem aufbewahrt wurde, wurde zwar auch beantwortet, aber die habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ich meine, die war auch ein bisschen seltsam gewesen. Irgendwas nach dem Motto, ja, wir brauchen halt die DNA von dem Vieh. Jetzt rennt der frei auf der Insel rum und dann gibt es eine ziemlich spannende Szene, bei der der Scorpius Rex dann hier meine Sam angreift und die mit einem Giftstachel infiziert. Und dann geht es dann zwei Folgen lang darum, dass man die irgendwie heilen muss, die ist vergiftet. Da geht es auch so richtig mies und du kannst total nachvollziehen, wie die sich gerade fühlt. So der ganze Kreislauf kalkt komplett ab. Dann suchen sie eben nach einer Heilung. Währenddessen trifft Brooklyn auf den Scorpius Rex auf der anderen Seite der Insel und Darian stellt dann die Theorie auf, dass das der schnellste Saurier aller Zeiten sein muss, wenn er innerhalb kürzester Zeit von da nach da gerannt ist. Und ich dachte mir, okay, ey, so der Übergehen-Hybrid jetzt, der auch noch ultraschallschnell ist und Stacheln schießen kann und Infrarotblick hat und alles drum und dran. Und dann kommt einfach raus, es gibt zwei von den Viechern. Natürlich gibt es zwei von den Viechern. Es gab ja auch zwei Indominus Rex. Das würde ja Sinn machen, dass es zwei von diesen Scorpius Rex Viechern gibt. Aber Dr. Henry Wu kommt dann auf die Insel. Da trifft man dann auch irgendwann die Charaktere aus der ersten Szene aus Jurassic World 2. Da gibt es so ein kleines Crossover zwischen der Serie und eben dem Film. Dr. Henry Wu erfährt dann eben von dem zweiten Scorpius Rex und sagt dann aber, hä, ich habe doch aber nur einen gemacht. Und das ist wieder so, das ist so ein Mystery-Ding, das ich einfach total mag. Es wird zwar auch zwei Sätze später wieder aufgelöst, warum das so ist, nämlich weil der Scorpius Rex in der Lage ist, ähnlich wie ein Frosch, also so wie es auch schon in Jurassic Park 1 war, sich selbst vorzupflanzen. Deswegen gibt es eben zwei von den Viechern. Um nochmal ganz kurz auf die Szene einzugehen, die im Jurassic World Fallen Kingdom Film zu sehen ist. Man sieht hier, wie der T-Rex auftaucht und dann hört man, wie ein Helikopter heranfliegt in der Serie. Und dann rennt der T-Rex quasi auf diese Brücke, auf den Steg, den wir auch dann im Film sehen. Dann ist die Szene aus dem Film, wird dann eben abgespielt. Das passt nicht. Also so wie sie es umgesetzt haben, passt das hier nicht. Weil wir im Film sehen, dass der T-Rex sich ja an den Typen anschleicht, hinten im Schatten, wo die Silhouette nur kurz auftaucht, als es diesen Blitz gegeben hat. In der Serie ist es aber einfach so, dass der T-Rex nur hört, wie jemand schreit, sieht eben diesen Helikopterlichtblitz und rennt aus dem Wald raus direkt auf diesen Typen zu. Das ist nur eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, wenn ihr doch schon versucht, jetzt eine Szene mit einzubauen aus dem Film, dann checkt doch mal wenigstens ab, wie die Szene aufgebaut war, dass die irgendwie miteinander übereinstimmt. Eine andere Szene, über die ich meckern will und ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Wenn ihr das wisst, erklärt mir, wie so ein Fehler passieren kann. Ich weiß nicht mehr, wer von den Kids es war. Es waren auf jeden Fall zwei Stück, die sich im Wald vom Indominus Rex versteckt haben. Ich meine, es waren sogar hier Jess und Brooklyn. Und diese eine Folge endet damit, dass ein Scorpius Rex auf dem Baum über ihn ist und runterschaut. Und der zweite kommt um die Ecke, um den Baum. Dann ist die Folge zu Ende für einen kleinen Cliffhanger. Und dann fängt die nächste Folge exakt mit der gleichen Szene an, aber die sind einfach nicht mehr im Wald. Die sind einfach draußen auf einer Sanddüne. Und der Wald ist ganz weit hinten. Aber die Szene geht exakt da weiter. Die verhalten sich auch noch alle so, nur eben, dass diese Viecher nicht mehr auf den Bäumen sitzen, sondern jetzt neben denen herlaufen. Und dann ist da eine Limousine in der Ecke. Und ich dachte, mir habe ich gerade eine Folge verpasst. Aber dann würde die ja auch nicht genau so aufhören wie die erste, nur eben jetzt in der Wüste. Nee, das ist irgendwie, hat man sich dann überlegt, ey, wie kommen die da wieder raus? So das klassische Problem, wir machen eine Situation und haben aber dann keine Idee mehr für eine Auflösung. Ey, weißt du noch die Limousine aus Staffel 2? Die stand doch da irgendwo am Rande des Waldes. Ja, wenn das da passiert wäre, würden die da wieder rauskommen. Zack, zack, stehen sie direkt in der Limousine und dann fahren sie auch damit weg. Aber ich habe mir auch gedacht, wieso sind sie nicht einfach aus dem Wald irgendwie rausgerannt und die Scorpius Rexe hätten sich dann eben ganz kurz selber kurz gefetzt, dass die abhauen können. Ich verstehe so Fehler einfach nicht. Die Scorpius Rexe, die beiden mögen sich auch nicht. Da gibt es dann zwei-, dreimal so ein paar Fights. Wir sehen endlich Blue und was sie mit Blue gemacht haben, ist so viel besser als in den Filmen. Und Blue ist hier wieder eine Gefahr. Blue ist hier ein Tier, das versucht, ihr Territorium zu verteidigen. Es gibt sogar Stellen, an denen die Kids dann später Blue retten, weil irgendwie ein Auto sie einquetscht und dann wird sie fast von diesen kleinen Kombis gefressen. Und dann verscheuchten die alle Kombis und heben das Auto an, das Blue wieder rauskommt. Und dann guckt sie auch noch ganz kurz so und lässt dann aber die Kids ab, wo sie dann merkt, okay, die gehen weg aus meinem Territorium. War ziemlich cool. Später müssen sie allerdings nochmal dahin, weil sie irgendwelche Betäubungsmittel suchen, um den Scorpius Rex zu töten, weil der sich anscheinend massig fortpflanzen kann, also unendlich oft fortpflanzen kann, müssen sie das Vieh irgendwie ausschalten. Und dann taucht Blue wieder auf und erkennt Darian und merkt dann, okay, der hat mich ja befreit, ist aber trotzdem aggressiv ihm gegenüber und schnappt dann auch nach ihm. Und aus Reflex macht Darian einfach den typischen Own-Move. Und Blue guckt auf einmal nur so nach hinten und neigt den Kopf zur Seite und du merkst so, Blue erinnert sich einfach jetzt gerade an Own. Das war ein ziemlich cooler Rückruf an die Originalfilme. Und das gefällt mir wesentlich besser, wenn was so dezent gemacht wird, als dann wirklich eine Szene nachzubauen, wie jetzt die, wo der T-Rex eben den Typen jagt und die Szene passt aber nicht, weil die sich im Film irgendwie anders abgespielt hat. Blue kämpft dann auch nochmal gegen die Scorpius Rex, verliert natürlich, dass Blue jetzt hier stirbt, muss man keine Angst haben, weil die Serie spielt ja immer noch zwischen Teil 1 und Teil 2, ein bisschen auch während Teil 2. Also Blue überlebt das Ganze eben und die Scorpius Rex werden aber umgebracht, weil dann das Gebäude runterfällt und dann werden die eben alle eingequetscht. Dr. Henry Wu, der aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen hat, dass die DNA vom Dominus Rex aber schon gesichert wurde, kommt trotzdem nochmal auf die Insel mit so einem Typen. Und auch hier merkt man, dass Dr. Henry Wu wirklich nicht so der ultimative Böse ist. Dr. Henry Wu wollte nie Monster erschaffen. Und das sagt er auch in diesem Film, da sieht man irgendwann diese Parasaurolophusins, glaube ich, die so an dem Kopf geleuchtet haben. Und dann hält Brooklyn Wu irgendwie so einen Vortrag von wegen, ja, sie erschaffen Monster. Und dann sagt er halt, guck doch mal dahin, das sind Tiere, das sind keine Monster, ich erschaffe keine Monster. Und ich glaube, dass meine Theorie, dass Dr. Henry Wu seinen Heldentod bekommt, oder seinen Twist am Ende von Jurassic World Dominion bekommt, ich glaube, das könnte wirklich eintreffen, weil das auch hier wieder gezeigt wird. Auch als dann später die DNA, auch als sie dann eben später mitbekommen, okay, die DNA ist längst gesichert, wir können die Insel wieder verlassen. Lassen sie die Kinder zwar zurück, aber dieser eine Soldat will nochmal mit dem Helikopter runterfliegen und die Kids angreifen. Dr. Henry Wu sagt eben einfach, ey, hören Sie auf mit der Scheiße, das fand ich unsere Mission. Und dann merkt man einfach, dass Dr. Henry Wu doch noch sehr, doch noch irgendwo bei Sinn ist. Also er ist noch nicht komplett vom Weg abgekommen. Und es gibt eine sehr coole Theorie, auch passend zu einem Bild, zum neuen Trailer zu Jurassic World Dominion. Da müsste ich eigentlich auch nochmal ein Video drüber machen, das so ein bisschen auch das belegt, dass Dr. Henry Wu nochmal seinen Twist bekommt und sich dann der Gruppe der Helden, Owen und Claire und Alan Grant und wie sie alle heißen, anschließt und dann quasi versucht, das wieder rückgängig zu machen, was da jetzt gerade passiert. Die Staffel endet dann eben damit, dass die Kids es wieder aufs Boot schaffen von Triss und dem anderen Dr. Alan Grant. Und dann eben meinen, okay, jetzt kommen wir endlich von dieser Insel weg und dann fahren sie auch los. Bumpy bleibt auf der Insel zurück, weil Ben auch festgestellt hat, ey, Bumpy hat einfach eine Familie auf der Insel. Wenn ich da bleibe, habe ich hier gar nichts. Andersrum ist es aber auch scheiße, weil da habe ich meine Familie und da hat Bumpy aber dann eben gar nichts. Deswegen sagt er, okay, Bumpy bleibt eben hier bei deiner Family. Ich fahre jetzt nach Hause zu meiner. Und dann geht die Kamera ein Stück zurück und man sieht die Tür, in der keine Ahnung, was da drin war. Auf jeden Fall klopft dann irgendwas gegen die Tür und man hört dann so ein Röcheln von so einem Vieh. Und ich glaube, dass die Serie mir hiermit irgendwas sagen wollte, was ich aber nicht gecheckt habe. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein könnte, aber ich glaube, ich sollte es wissen. Sind es vielleicht die Baryonyx aus der zweiten Staffel, die immer noch auf dem Boot wären? Dann wären die aber ziemlich lange auf dem Boot gewesen und müssten eigentlich schon längst verhungert sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Staffel 3 alles richtig gemacht, bis eben auf diese paar Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, hat es mir bis jetzt am besten gefallen. Ich Staffel 3 auf jeden Fall ist jetzt bei mir auf Platz 1, dann Staffel 1. Staffel 2 war einfach ein bisschen lame, wegen diesen lame Antagonisten. Und Staffel 4, da warnt ihr mich ja extrem davor. Ich habe jetzt mal eine Abstimmung gemacht, soll ich Staffel 4 eine episodenweise Review geben oder wollt ihr einfach nur eine Endkritik haben, wenn ich alles gesehen habe, quasi am Stück. Ihr habt jetzt gesagt, nee, mach mal so eine Reaction bei jeder Episode und Quatsch schon am Ende mal darüber. Macht dann ganz zum Schluss eine große Staffelkritik. Und das werde ich auch genauso machen. Vielleicht schaffen wir es dann ja sogar, reibungslos überzugehen in die fünfte Staffel, die jetzt ja auch angekündigt wurde. Und ihr habt mir schon gesagt, ey, Staffel 3 hat so viel richtig gemacht, und Staffel 4 macht so viel falsch. Ich bin echt gespannt drauf. Und wer weiß, vielleicht sage ich ja auch, Staffel 4 ist das geilste, was ich jemals gesehen habe. Es gibt so Momente. Ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen. Was sagst du zur dritten Staffel? Hast du dir auch besser gefallen als die ersten beiden? Hast du die Serie überhaupt gesehen? Schreib mir alles mal in die Kommentare rein, was du von dem Thema hältst. Wenn dich jetzt mal eine Kritik zur ersten Staffel von Jurassic World Camp Reilzeit interessiert, habe ich das Video mal hier oben für dich verlinkt. Wenn du sehen willst, was ich von dem neuen Trailer zu Jurassic World Dominion halte, habe ich dir das Video hier unten verlinkt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Kritik wieder. Bis dann. Ciao. Hast du dich schon mal gefragt, wie diese gesamte Geschichte von Jurassic Park eigentlich wirklich abgelaufen ist? Ich rede jetzt hier nicht nur von den Filmen oder eben auch von den Büchern, obwohl das meiste aus der Lore ja wirklich in den Büchern drinsteht. Nein, in diesem Video jetzt hier werde ich dir wirklich alles, alles, was es gibt, also wirklich jedes kleine Detail aus dem Jurassic-Universum chronologisch präsentieren. Von der Idee des Jurassic Park bis hin zum Aufbau des Jurassic Park bis hin zum Fall Engine und so weiter und so fort. Dieses Format hier wird jetzt quasi das Deleted-Scenes-Format übersetzt, obwohl ihr da ja auch noch ein Video von mir bekommt, nämlich alle Deleted-Scenes aus Jurassic World Dominion, wird dieses Format daraufhin dann quasi im fliegenden Wechsel das Deleted-Scenes-Format ersetzen. Es wird dir von wahrscheinlich gar nicht mal so viele Episoden geben, weil ich dann doch versuchen werde, das Ganze relativ kompakt zusammenzufassen. Und der ein oder andere von euch möchte jetzt bemängeln, Tobi, du hast die Timeline doch schon mal angefangen und zwar vor ungefähr einem Jahr. Und ja, tatsächlich ist es schon ein bisschen länger her, ich meine, ein Jahr wäre jetzt übertrieben, dass ich aber ein Timeline-Video zu Jurassic Park begonnen habe. Ich habe mir jetzt gedacht, da ich mir jetzt wirklich vorgenommen habe, dieses Timeline-Format, also die Timeline als ein Format, darzustellen, macht es Sinn, das erste Video vielleicht nochmals eine Art Remake hochzuladen. Ich habe das alte Video also genommen, das nochmal bearbeitet, was sich ja auch inzwischen bei mir im Kamera und auch im Tonequipment ein bisschen was getan hat. Und habe mir gedacht, es macht einfach Sinn, wenn ihr das allererste Timeline-Video noch einmal in einer Remasterten-Remake-Variante bekommt. Das wird jetzt eben dieses Video hier sein. Wir sprechen jetzt in diesem Video hier ganz ausführlich über die Geschichte von Jurassic und beginnen einfach mal ganz frech vor 65 Millionen Jahren. In diesem Sinne, seid gespannt und schreibt mir eben eure Meinung in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Video. Die ganze Geschichte beginnt vor 65 Millionen Jahren. Ein T-Rex kämpft gegen einen Giganotosaurus und verliert in dem Kampf sein Leben. Kurz darauf wird dem Rex Blut von einer Mücke entzogen. Diese Mücke sehen wir später im Verlaufe der Geschichte an John Hammons Stock wieder, wo sie in Bernstein konserviert ist. Wenige Tage nach dem Kampf der beiden Giganten schlug ein Asteroid auf dem Gebiet des heutigen Mexiko ein und löste ein Massensterben aus. Er hinterließ einen Krater mit einem Durchmesser von 200 Kilometer. 1925 Die Insel Isla Nubla wird vom spanischen Seefahrer Diego Fernandez entdeckt. Nicolas de Huelva ich hoffe ich spreche den Namen noch richtig aus benennt sie kurz darauf mit dem Namen Wolkeninsel. Isla Nubla ist spanisch und bedeutet ins Deutsche übersetzt Wolkeninsel. Der Name soll von dem aktiven Mount Sibo inspiriert worden sein, der schwarzen Rauch ausgestoßen hat und sich im Norden der Isla Nubla befand. 1926 Die 5 Tode werden entdeckt Die 5 Tode ist eine Kette von 5 Inseln 200 Meilen südwestlich von Costa Rica entfernt. Die Namen der 5 Inseln lauten Isla Matanceros Isla Muerta welche auch oft als Anlage C betitelt wird was aber wie gesagt offiziell nicht Kanon ist Isla Penna Isla Sorna und Isla Tarkano Isla Sorna wird im Laufe der Geschichte noch eine tragende Rolle spielen. Der Name der 5 Tode stammt von einem indianischen Mythos über einen tapferen Krieger dem auf jeder der 5 Inseln eine andere Hinrichtungsstrafe bevorstand. Ist eigentlich ziemlich doof gelaufen eine ziemlich tragische Geschichte aber auch sehr interessant mal zu erfahren wo eigentlich die Namen der Inseln herkommen. Ins Deutsche übersetzt bedeuten die 5 Tode also die Namen der 5 Tode quasi die Hinrichtungsvarianten die gewählt wurden. Einmal ist das Verbrennen Ertrinken Zermalmen Erhängen und Enthaupten. 1928 John Hammond wird in Eddingburgh Schottland geboren 1930 Sanjay Maserani wird in Bombay British Indian geboren Sanjay ist der Vater vom uns bekannten Simon Maserani den wir aus dem Jurassic World Film kennen. Am 16. Februar 1973 wird Sanjay das Telekommunikationsnetzwerk namens Maserani Global Corporation gründen. 1945 Benjamin Lockwood wird geboren. 1967 Simon Maserani wird in Bombay Indien geboren. 1969 John Hammond eröffnet das Animal Kingdom zu deutsch das Tierreich einen Wildpark in Kenia. Robert Muldoon mein Lieblingscharakter aus der gesamten Jurassic Reihe ist ein Wildhüter dieses Parks gewesen. Im Jahr 1973 irgendwann vor dem 23. Mai so viel ist bekannt wurde Sarah Harding geboren. Im selben Jahr am 16. Februar gründet Sanjay Maserani dann das eben gerade erwähnte Maserani Global Corporations Unternehmen. 1974 Benjamin Lockwood und John Hammond beginnen ihre Partnerschaft. 1975 Injun wird in San Diego Kalifornien geboren. Das fand ich sehr interessant herauszufinden bei der Recherche weil ja auch der erste Jurassic Park ursprünglich in San Diego eröffnet werden sollte. Juni 1978 Jessica Harding wird geboren die Schwester von Sarah Harding und die Tochter von Jerry Harding und hier muss man dazu aber erwähnen das ganze ist nicht mehr offiziell Kanon ich hab's am Anfang erwähnt das wird hier aber noch ein bisschen mit eingepflegt weil ich es einfach sehr interessant finde wie gut sich das Spiel dann doch in die Timeline der der Filme mit eingliedern kann. Jessica wird Tierärztin und arbeitet zusammen mit ihrem Vater im Jurassic Park sie ist Teil des erwählten Videospiels Jurassic Park das Spiel aus dem Jahr 2011 1980 Lex Murphy wird geboren 1981 bis 1982 während er gemeinsam mit Robert Muldoon das Tierreich leitet also das Animal Kingdom beginnt John Hammond parallel dazu den Grundstein für den Jurassic Park zu legen im Jahr 1982 wird die Isla Sorna also die Insel Isla Sorna von der Regierung Costa Ricas an Injun verpachtet der Pachtvertrag läuft dabei über 99 Jahre Injun baut mehrere Einrichtungen auf der Insel um später Dinosaurier zu züchten und um sie nach San Diego zu bringen also hier war der ursprüngliche Plan gewesen den Jurassic Park den wir aus den Filmen kennen in San Diego zu eröffnen in einem Amphitheater was auch in Jurassic Park 2 angesprochen wird 1983 der Bau des Jurassic Park in San Diego beginnt und Tim Murphy wird geboren 1985 Jurassic Park San Diego wird abgesagt John Hammond beschließt den Park stattdessen auf der Isla Noobla zu errichten und benutzt eine der Nachbarinseln die Isla Sorna als Brutinsel für Dinosaurier also im Endeffekt wurde eben dann nur der Jurassic Park verlegt vom Festland eben auf die Insel warum John Hammond diese Entscheidung getroffen hat das wird nie wirklich erwähnt aber es wird hier davon ausgegangen dass er einmal das ganze mehr im Geheimen machen wollte also die Regierung sollte weitestgehend da rausgehalten werden und nicht involviert sein und zum anderen wären eben die Transportkosten wesentlich günstiger und der Transport an sich wesentlich angenehmer wenn eben die Nachbarinseln einfach nur quasi miteinander connected werden müssen und das Festland wird dabei außen vor gehalten Isla Noobla wird genau wie Isla Sorna eben auch mit einem Pachtvertrag an Ingen gegeben also Ingen Pacht wird das ganze von der Regierung und dieser Vertrag befasst sich auch auf 99 Jahre dieses Mal umfasst der Pachtvertrag allerdings alle fünf Inseln also alle fünf Tote also alle Inseln der fünf Tote so jetzt passt das ganze hierbei stellt sich dann die Frage was Hammond wirklich vorgehabt hat vielleicht kommen wir im Laufe der Geschichte noch mit dazu denn er hat anscheinend alle fünf Inseln gepachtet um damit eventuell einfach nur zu umgehen dass die Regierung irgendwie mitbekommt was er wirklich vor hat und er hat sich quasi so ein Backup gemacht damit diese Inseln eben nicht bewohnbar sind und nicht von anderen von anderen Regierungen oder von anderen Unternehmen gepachtet werden können oder aber er hatte doch mehr vorgehabt als eben nur Anlage A Anlage B und die ominöse Anlage C aufzubauen vielleicht steckte da wirklich noch mehr Planung dahinter wir schauen mal weiter was uns die Storyline noch so alles verrät im Jahr 1986 klont Injun erfolgreich seinen ersten Dinosaurier auf Isla Sorna also auf Anlage B unter den ersten Klonen der Dinosaurier befand sich ein Melociraptor und ein Triceratops 1985 bis 1987 und hier findet man das erste Mal wirklich heraus wie skrupellos sowohl John Hammond als auch Injun generell beim Bau des Jurassic Park wirklich vorgegangen ist die Ureinwohner des Stammes Bribri werden von der Regierung von Costa Rica von Isla Nubla entfernt und auf das Festland gebracht und dort in Ghettos verlegt von 1985 bis 1987 wurden die letzten Nachkommen des Stammes von der Insel umgesiedelt das heißt Hammond hat also nicht nur den Tieren den Lebensraum geklaut was man auch schon wirklich ankreiden sollte nein er hat sogar Ureinwohnern ihren Lebensraum geklaut und hat sie dadurch aufs Festland gebracht und dort in Ghettos verlegt ähm ja er hat keine Kosten gescheut der Mann denn auch diese Verlegung muss natürlich sehr teuer gewesen sein von daher ähm ja lieber John Hammond gut gemacht irgendwann zwischen 1985 1987 wird dann Claire Deering geboren im Jahr 1988 und das ist ein wirklich interessanter und lustiger Fakt wird zum einen Eric Kirby geboren zum anderen beginnt der Bau des Jurassic Parks auf Isla Nubla und der Tyrannosaurus wird auf Isla Sauna geboren ja ihr habt richtig gehört Eric Kirby und der T-Rex aus der Jurassic Park Reihe also aus Jurassic Park und Jurassic World also Rexy haben am selben Tag äh Geburtstag Glückwunsch ein Jahr später im Jahr 1989 der Tyrannosaurus Rex wird im Alter von nur einem Jahr auf die Insel Isla Nubla transportiert hier hat man also noch versucht eher die Jungtiere also jüngere Tiere auf die Insel zu bekommen weil ein T-Rex von nur einem Jahr ist natürlich noch nicht ausgewachsen auch nicht mit diesen Wachstumshormonen erst ein Jahr später im Jahr 1990 hat man die ersten ausgewachsenen Tiere von Anlage B nach Isla Nubla gebracht das heißt ab jetzt war die Anlage B wirklich die komplette Brutstation für die Dinosaurier in der sie in der Regel auch wirklich komplett aufgezogen wurden bis sie eben erwachsen gewesen sind und wurden dann erst ähm in den Jurassic Park gebracht der später die ganzen Besucher empfangen sollte was wir wissen ja nicht so wirklich zustande gekommen ist am 20. September muss Dr. Henry Wu feststellen dass die Probanden also die herangewachsene Dinosaurier bei denen er DNA von den im Moskito eingeschlossenen Dinosaurier DNA und von Pfeilfröschen kombiniert hat dass das ganze nicht funktionierte die Probanden 4, 6 und 7 erkrankten an Karyolyse versagen von dem Dr. Henry Wu davon ausging dass es an der genetischen Struktur der Pfeilfrösche gelegen hat er beschließt stattdessen die Schilffrösche zur Herstellung von Velociraptoren zu verwenden in gar nicht allzu ferner Zukunft wird dieses Experiment gelingen und er wird die Schilfrösche auch später bei weiteren Dinosauriergattungen verwenden unbekannt für Henry Wu und auch die anderen indischen Mitarbeiter und die Wissenschaftler war es aber dass der Schilffrosch sowie die DNA von anderen Amphibien die verwendet wurden um Dinosaurier zu züchten es genau diesen Dinosauriern ermöglichte dass sie das Geschlecht ändern und sich sofort pflanzen konnten ihr merkt also auch die Jurassic Park Reihe ist nicht komplett durchdacht denn dass die ganzen Wissenschaftler nicht auf die Idee gekommen sind dass sich eventuell diese Eigenschaft der Schilfrösche auch auf die Dinosaurier übertragen lässt und hätte Henry diesen Fehler nicht begangen hätten wir wahrscheinlich auch nie eine Fortsetzung zu Jurassic Park bekommen weil die Saurier sonst eben einfach alle ausgestorben wären im Jahr 1992 genau genommen am 13. Februar entdeckt Dr. Henry Wu eine hohe kollektive Intelligenz in einem Velociraptor Klon ob es sich bei diesem Klon später um das Riesenbiest handelt ist nicht beschrieben da gibt es keine Auskunft darüber aber ich gehe immer stark davon aus dass es sich hierbei um das Riesenbiest handelt da eben hier genau von einem Klon gesprochen wird irgendwann vor dem 12. Juni 1992 sprechen Jerry und Sarah Harding das letzte Mal miteinander ist eine ganz nette Side-Info eben auch wenn man eben sagt okay die Spiele passen in die Jurassic Park Kanon-Geschichte rein in Jurassic World später eben nicht mehr aber es ist schon eine ganz interessante Sache dass die beiden scheinbar sehr lange nicht miteinander gesprochen haben denn wir sehen ja Sarah erst wieder in The Lost World also in Jurassic Park 2 und The Lost World spielt im Jahr 1998 also schon ein paar Jährchen später und auch da wird ihr Vater eben nie erwähnt natürlich aus dem einfachen Grund dass der Vater damals noch gar nicht in Planung war vom Story-Technischen her das Ganze hat man eben aber jetzt so umgewandelt dass die beiden irgendwelche Problemchen miteinander haben und deswegen kein Kontakt auch aus dem Spiel Jurassic Park The Game bekommen wir mit dass Jerry nicht unbedingt der einfachste Vater ist und irgendwie auch zu seiner jüngsten Tochter Jessica nicht wirklich den Bezug aufbauen kann für eine ganze Weile den ein Vater zu seiner Tochter aufbauen können soll und das passt irgendwie doch ganz cool und ich muss immer wieder sagen ja Jurassic Park The Game fühlt sich in der Jurassic Park Trilogie irgendwie ja doch dazugehörig an Jurassic World wird das Ganze nachher ein bisschen ausstechen da kommen wir aber auch noch dazu aber in die Jurassic Park Lore würde das Ganze doch sehr schön mit reinpassen ebenfalls im Jahr 1992 Sanjay Maserani der Gründer der Maserani Global Corporation stirbt seine Firma wird an diesem Tag von seinem Sohn Simon Maserani geerbt der eben dann auch später der Leiter von Jurassic World werden sollte zwischen 1990 und 1993 jetzt kommen wir wieder auf die Spiele Lore zu sprechen ich erwähne das einfach mal weil ich das ziemlich interessant finde Laura Sorkin erhält das Isla Nubla Filed Labor Laura ist bisher nur aus den Videospielen bekannt also aus Jurassic Park The Game wir lernen sie da eben auch kennen wie sie Feldversuche mit Dinosauriern macht das heißt sie macht das Ganze irgendwie nicht theoretisch im Labor sie hat wirklich Feldversuche sie nimmt die Saurier mit nach draußen und untersucht deren Verhalten im Spiel sehen wir wie sie das Ganze uns mit Parasarolophus präsentiert und uns dann eben auch zeigt wie diese Dinosaurier später auf verschiedene Geräusche hören also hier lernen wir auch schon im Spiel dass die Dinosaurier auf Kommandos hören können beziehungsweise dass wir sie beeinflussen können indem wir ihnen Kommandos geben eben in ihrer eigenen Sprache in Anführungszeichen umso bescheuerter finde ich dass später in Jurassic World Camp Kreidezeit Staffel 4 und 5 Tablets und Playstation Controller benutzt werden um Saurier zu kontrollieren während das doch hier eigentlich schon so organisch mit eingebaut wurde naja eben forscht Laura Sorkin an den sogenannten Troodons das sind fleischfressende Dinosaurier die den Velociraptoren zum Teil ähnlich sehen die wir auch aus den Spielen kennen und weil John Hammond ungut ist bei der Forschung an diesen Fleischfressern befiehlt er später dass Laura doch die Troodons vernichten soll aber sie weigert sich und führt die Studien im Privaten weiter was dann dabei herauskommt sehen wir in Jurassic Park The Game kleiner Spoiler die Tiere brechen aus und sorgen natürlich für Chaos auch im Juli 1993 bleiben wir nochmal bei der ich nenne es einfach mal den Softkanon der Softkanon der Softlore wir bleiben beim Spiel Jurassic Park The Game Oscar und Billy das sind die beiden hier die begeben sich auf eine Mission nach Nicaragua dort sterben die meisten Söldnerkollegen der beiden was auch dann später im Spiel Sinn ergibt dass die irgendwie so eine Beziehung zusammen haben obwohl die eigentlich komplett verschiedene Charaktere sind aber irgendwie passen die dann doch ganz gut zusammen und geben ein ganz interessantes Duo ab ob noch weitere Söldnerkollegen überlebt haben ist allerdings gar nicht mal ganz gewiss denn es wird nur beschrieben dass Oscar und Billy vielleicht die letzten Überlebenden sind aber so oder so werden auch wenn es Überlebende geben sollte die werden keine große Rolle mehr in der Geschichte spielen ist aber einfach ein ganz netter Side-Fact dass auch hier eine Lücke offengelassen wird okay es könnte eventuell doch noch Überlebende geben hat man sich wahrscheinlich offen gehalten um noch einen Jurassic Park The Game 2 zu produzieren eines Tages was leider nicht kommen wird voraussichtlich und das war es jetzt auch schon mit dem ersten Part der Timeline wie gesagt das hier war jetzt einfach nur ein Remake oder mehr ein Remaster die Unterschiede zwischen Remake und Remaster verschwimmen bei mir immer wieder ich hoffe das war in Ordnung schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und sagt mir mal gerne was ihr von diesem Timeline Format haltet in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag schönen Morgen schönen Abend wie auch immer bis zum nächsten Mal Ciao In der Vergangenheit haben wir uns immer wieder Unbegebenheiten oder eben Sachen die es nicht zu erklären gegeben hat aus dem gesamten Jurassic Park und eben auch Jurassic World Universum selber zusammengereimt beziehungsweise haben wir hier und da sogar bestimmte Rätsel lösen können aufgrund von alten Skripten Aussagen von Regisseuren von Schauspielern was auch immer wenn wir das eben nicht konnten haben wir versucht uns so logisch wie möglich an die Sache ranzutasten und eben versucht herauszufinden ja wie könnte das Ganze denn noch gewesen sein auch wenn es eben keine offiziellen Statements zu dieser Sache gibt dabei habe ich versucht wirklich Jurassic Park 3 so gut es geht zu beleuchten weil der Film eigentlich am meisten Fragen von allen Filmen aufwirft weil der eben naja auch bei den Dreharbeiten sehr viele Schwierigkeiten gehabt hat und deswegen halt sehr viele unplausible Situationen in diesem Film passieren unter den Videos aus meinem Jurassic Park 3 Erklärversuchen habe ich immer wieder drunter geschrieben ey Tobi sag mal kannst du vielleicht auch mal ein Video darüber machen was denn genau in Jurassic World im sogenannten Paddock 10 also im Gehege Nummer 10 beherbergt wurde und ich dachte mir die ganze Zeit Gehege 10 wovon redet ihr denn überhaupt und dann habe ich nachgeforscht und tatsächlich ist das ein sehr interessantes Thema was auch wirklich nicht im Film behandelt wurde um das Mysterium hinter dem Paddock 10 einfach mal ganz kurz zu erklären im Film sehen wir ja wie der Indominus Rex gegen den T-Rex kämpft aus dem Film Jurassic World also aus dem aus 2015 wissen wir eben dass der Tyrannosaurus aus dem Paddock 9 also aus dem Gehege Nummer 9 und der Indominus Rex aus dem Paddock 11 also Gehege Nummer 11 stammt oder war es umgekehrt ich werde es auf jeden Fall nochmal verlinken ist aber für das Thema auch vollkommen egal was euch hier auffallen müsste ist einfach dass wir Paddock 10 also das Gehege Nummer 10 hierbei irgendwie übersprungen haben das ist eben sehr vielen Fans aufgefallen und die haben sich natürlich gefragt Moment aber was genau wer denn dann in diesem Gehege Nummer 10 beherbergt Joa es gibt ein paar plausible Antworten darauf es gibt ein paar Fantheorien darauf und es gibt meine Meinung dazu was denn in diesem Gehege drin stecken könnte die Antwort erfährst du jetzt hier in diesem Video in diesem Sinne viel Spaß bei meiner Recherche zu der Frage was denn wirklich jetzt hier im Paddock 10 hätte beherbergt werden können oder beherbergt wurde bin ich auf ganz viele verschiedene Fantheorien gestoßen und ich glaube dass so Fantheorien häufig einfach nur daraus bestehen irgendwelche Namen in den Raum zu schmeißen es hat mich nur gewundert dass irgendwie nicht einfach der Name Alan Grant ist im Gehege Nummer 10 dass das nicht irgendwie auch noch geschrieben wurde die haben jede Saurierart aus irgendeinem Grund verdächtigt in diesem Gehege drin zu sein ohne wirkliche Begründung der Indoraptor war da drin der Scorpius Rex war da drin beide machen keinen Sinn da der Indoraptor zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht erschaffen war der Scorpius Rex zwar schon aber im Scorpius Rex sehen wir wo der eben quasi ausgebrochen ist das Paddock 10 könnte natürlich auch für den Scorpius Rex gedacht gewesen sein aber nee es gibt hier tatsächlich wichtigere Indizien als genau das und wie sollte es anders sein natürlich behauptet auch eine Fantheorie der Spinosaurus selbst wäre in diesem Gehege drin gewesen und das hört sich erstmal so nach Fanservice an dann überlegt man ja der Spinosaurus ist aber auch später auf der Mentakorp Insel in Jurassic World Camp Cretaceous also wie soll er denn auf die Isla Saurna gekommen sein und decken wir da mal ein bisschen länger drüber nach dann merken wir ja aber Mentakorp hat ja bestätigt auch Saurier von der Isla Nubla naja zur eigenen Insel geschafft zu haben könnte Mentakorp also den Spinosaurus aus dem Gehege Nummer 10 entwendet und auf die eigene Insel geschafft haben es gibt wirklich knallharte Indizien dafür die einfach in diese Richtung gehen dazu müssen wir aber erstmal voraussetzen dass das Skelett das der Tyrannosaurus Rex in Jurassic World zerstört eben nicht der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ist beziehungsweise wäre das sogar auch egal es geht bei der Theorie nur darum dass irgendein Spinosaurus in diesem Gehege drin ist und da man das ganz aber mit Mentakorp verbindet müsste es eben der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 sein deswegen sagen wir einfach mal ja das Spinosaurus Skelett in Jurassic World ist ja offiziell ein echter Spinosaurus gewesen muss aber eben nicht zwingend der aus Jurassic Park 3 sein das heißt das müssen wir erstmal weglassen was spricht denn jetzt aber dafür dass ein Spinosaurus wirklich den Weg in den Jurassic World gefunden hat naja wisst ihr zum Beispiel dass es Isla Sornasaurier in Jurassic World gegeben hat die wir einfach auf der offiziellen Karte nicht finden diese Dinosaurier sehen wir zum Beispiel wenn wir in bestimmten Szenen näher ranzoomen gerade als der Jurassic World Park näher beleuchtet wird und Zack und sein Bruder dessen Name ich immer wieder vergesse Grey Zack und Grey den Jurassic World Park begutachten und im Hintergrund haben wir überall diese LED Monitore wo man drauf rumtatschen kann und dann switchen wir immer wieder auch in diese Kontrollzentrale mit Claire und der ganzen Crew und auch da haben wir überall schöne leuchtende Bildschirme auf diesem Bildschirm sehen wir ganz klar dass im Jurassic Park unter anderem ein grüner Bull T-Rex vorhanden war ja der aus Jurassic Park 3 kann es ja nicht sein es sei denn es gab vielleicht noch einen zweiten davon also ich meine das Design ist definitiv an den T-Rex aus Jurassic Park 3 angelehnt das ist Quatsch sagt ihr jetzt was ist hiermit wir sehen zum Beispiel auch einen männlichen Velociraptor der offiziell im Jurassic World Park vorhanden gewesen sein soll auf einem Display in Jurassic World selbst ist auch nicht wirklich zu erkennen oder ich meine das könnte auch ein normaler Raptor sein ich meine hier ist wirklich laut offiziellen Daten die Aussage Male Raptor Isla Sauna das sind so die Stichpunkte aber egal ihr könnt ruhig immer noch zweifeln was ist mit diesem Bild hier wir sehen hier ganz klar einen Spinosaurus auf dem Bild und wenn wir diesen Spinosaurus den wir jetzt unmöglich leugnen können für voll nehmen würden auch die beiden anderen Saurier passen dass wir einen grünen Bull T-Rex zumindest einen grünen T-Rex aus Jurassic Park 3 irgendwie auf der Isla Nubla äh auf der Isla Sauna im Jurassic World Park haben und eben auch männliche äh männliche Velociraptoren wie das alles sein kann und warum die denn nicht angegeben waren es müsste doch eine Liste geben ne müsste es nicht dazu habe ich schon mal ein Video gemacht das habe ich dir mal hier oben verlinkt da geht es um die sogenannte Restricted Area in welcher Saurier beherbergt wurden die einfach für die Öffentlichkeit noch nicht gedacht gewesen sind aus Überraschungseffektgründen da hätten die Saurier zum Beispiel beherbergt werden können ein Spinosaurus ist also offiziell Teil im Jurassic World Park gewesen deswegen würde es ja nur unfassbar viel Sinn machen wenn der Spinosaurus in Paddock 10 also im Gehege Nummer 10 gewesen wäre hier widerspreche ich aber ganz kurz denn ich gehe trotz allem davon aus und es tut mir wirklich leid der Spinosaurus der hier aufgelistet ist in diesem Jurassic World Verzeichnis wir haben einen Spinosaurus das ist der Spinosaurus den wir tatsächlich als Skelett wiedersehen wie ich darauf komme ist folgendes ich meine habt ihr euch schon mal gefragt aus welchen Bestandteilen denn der Indominus Rex geklont wurde ich habe da für euch recherchiert und ich möchte euch mal ganz kurz die Zutaten des Dinosauriers vortragen denn der Indominus Rex besteht unter anderem aus einem aus der DNS eines Karnotaurus eines Giganotosaurus eines Mayungasaurus eines Rugopos sorry wenn ich die Namen alle falsch ausspreche eines Tericinosaurus eines Velociraptors eines Tyrannosaurus eines Giganotosaurus das heißt der Giganotosaurus müsste in der Theorie schon irgendwie am Start gewesen sein und jetzt versteht mich hier nicht falsch wir könnten auch davon ausgehen naja die könnten doch einfach die DNS die versteinerte DNS eines Giganotosaurus genommen haben und in den Dominus Rex reingepflanzt haben ohne dass der Giga überhaupt schon auf der Welt gewesen wäre könnte irgendwo sein wenn wir allerdings nicht auch wissen würden aus Jurassic World Dominion dass der Giganotosaurus auch nur ein Klon ist ein Klon-Experiment aus bestimmten Fragmenten die bereits gelebt haben das heißt der Giganotosaurus wurde eben nicht aus gefundener Giga-DNS gezüchtet sondern aus geklonter DNS von anderen Dinosauriern miteinander komplimierten zusammengeklatscht bis man dann eben einen Giganotosaurus hatte das heißt den Giga könnte es zu dem Zeitpunkt irgendwie schon gegeben haben das würde auch so ein bisschen das plötzliche Auftreten dieses Dinosauriers erklären dass er einfach im Jurassic World Park bereits vorhanden gewesen ist aus Jurassic World Camp Cretaceous wissen wir ja auch dass Louis Dutton schon die ganze Zeit seine Fäden und seine Finger im Spiel hatte das haben sie halt nicht wirklich beleuchtet und auch ein bisschen dumm in die Geschichte mit eingeworben aber es soll wohl so gewesen sein dass Louis Dutton nach Jurassic Park 1 nie aufgehört hat irgendwie die Fäden in der Hand zu halten und deswegen könnte ein Louis Dutton nach der Zerstörung von Jurassic World das allererste was er gemacht haben könnte hätte was einen Giganotosaurus aus dem Park geschafft haben ich finde dass diese Erklärung aus irgendeinem Grund mit am plausibelsten ist weil sämtliche Bestandteile des Spinosaurus die wir jetzt hier lesen die gab es bereits ich weiß auch den Terizinosaurus gab es erst wesentlich später den müssen wir aus der Gleichung nehmen weil dafür habe ich dann auch keine wirkliche Erklärung warum der erst später am Start sein könnte oder vielleicht war ja auch schon in Jurassic World dabei und er war im Gehege drin gewesen das Ding an dieser ganzen Fantheorie Sache ist einfach dass wir wissen dass Ingen und später eben auch Masrani sehr viele Saurier Arten eben nicht beleuchtet hat es gibt eine offizielle Jurassic World Dinosaurier Liste auf die einfach eine ganze Reihe an Sauriern fehlen die wir bereits im zweiten Jurassic World Film Fallen Kingdom schon sehen also hier wird wirklich sehr viel verheimlicht und genau aus diesem Grund ist diese ganze ist der ganze Gedankengang der ganze Gedankenhergang etwas schwierig ich denke dennoch dass der Spinosaurus irgendwo Sinn gemacht hätte aber ich glaube dass der Giganotosaurus für die reine Story Lore wesentlich sinnvoller gewesen wäre das heißt wenn irgendwann ein Film rauskommt der genau das beleuchten würde würde ich sagen ja da in diesem Gehege wäre bereits der Giga drin gewesen und aus den Zellen des Giga und des benachbarten T-Rex ich meine das sind ja die Hauptzellen was die Größe und das Aussehen des Tieres ausmachen wäre eben der in Dominus Rex entstanden alle anderen Zutaten Tericinosaurus Velociraptor das sind ja mehr Sachen die man vom rein optischen her nicht sieht die auch die Größe des Dinos nicht beeinflusst haben sondern mehr die Intelligenz und dieses Verhaltensmuster aber die reine Optik dieses Tieres könnte wirklich sein könnte komplett auf Tyrannosaurus Rex und eben Giganotosaurus zurückzuführen sein so das ist auf jeden Fall meine Antwort damit widerspreche ich glaube ich einem Großteil im Internet die ja wirklich davon ausgehen der Spinosaurus war dann da drin aber einfach nur aus dem Grund dass sie eben sagen naja dann haben wir jetzt eben hier den T-Rex den Hauptsaurier den wir schon mal irgendwo hatten und daneben ist dann der Indominus Rex der neue Hauptsaurier und jetzt haben wir dann eben in der Mitte den Spinosaurus das würde ja nur Sinn ergeben das würde irgendwie aus Film aus filmischer Sicht Sinn ergeben wenn man das Tier gesehen hätte aber da das Tier nie gezeigt wurde macht es irgendwie auch dann wieder keinen Sinn und ich bin der Meinung der T-Rex besteht einfach ähm der Indominus Rex sorry besteht einfach zum Großteil mit aus Giganotosaurus DNS und das ist für mich ein Indiz dahin dass dieses Tier auch in diesem Gehege ist jetzt bist du wie immer gefragt wie ist deine Meinung dazu welcher Dinosaurier könnte sich denn wirklich in Paddock 10 also im Gehege Nummer 10 Halt mir alle deine Gedanken in die Kommentare und dann bin ich raus für heute und würde sagen wir sehen uns zum nächsten Video wieder bis dann Ciao in den kuriosen Weiten des Internets gibt es ja zahlreiche Gerüchte und eben auch sehr viele Gerüchte um das Jurassic Universum in diesem Video geht es wieder mal um das Thema Jurassic Park 3 wer hätte es gedacht aber gerade hier ranken sich eben sehr viele Theorien und Leute behaupten das wäre offizieller Fakt und es wurde bestätigt wenn ihr meint ihr habt offizielle Fakten irgendetwas bestätigt dann seid doch so gut und gebt mir persönlich auch die Quellen dazu an andernfalls muss ich die Kommentare einfach leer stehen lassen weil ich kann mit sowas nichts anfangen in diesem Video geht es jetzt um folgende Theorie der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 muss ein Hybrid sein ich habe mich mit dieser Thematik jetzt mal ein bisschen mehr befasst auch mit dem Thema Hybriden ein bisschen mehr befasst und ich habe hier eine Antwort für euch viel Spaß mit dem Video Wenn euch das Thema Kaiju interessiert lasst ein Like da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke vielleicht sollte man erst mal von Anfang an klären was der Begriff Hybrid überhaupt bedeutet ich schätze mal die meisten von euch kennen den Begriff Hybrid gerade aus der Automobilbranche mit dem Hybrid Antrieb und man wirbt ja eben sehr oft damit das neue Hybrid Auto und aktuell ist es auch wirklich so dass laut neuestem Stand laut aktuellen Studien der Begriff Hybrid in der Automobilbranche am allermeisten benutzt wird und das obwohl dieser Begriff ebenfalls auf die Natur zutrifft und genau hier greifen wir jetzt ein denn Jurassic Park wir gehen natürlich jetzt hier vom Filmuniversum aus nicht vom Buchuniversum schreibt mir nicht wieder in die Kommentare da hast du aber das Buch nicht gelesen hier geht es um den Film der Film Kanon ist ein anderer als der Buchkanon das ist ganz wichtig laut unserem deutschen Wörterbuch bedeutet der Begriff Hybrid etwas durch Kreuzung verschiedener Dinge entstanden ist ist ja eigentlich ein sehr weitläufiger Begriff also durch verschiedene Dinge entstanden dass ich meine bin ich dann ein Hybrid weil meine Mutter und mein Vater natürlich ihr wisst sind wir also alle irgendwie Hybriden da muss man ein bisschen mehr in die Thematik reingehen das heißt alle Leute die jetzt in die Tastatur reinschreiben wollen aber der Tyrannosaurus ist auch ein Hybrid weil der ist zum Teil mit Frosch DNA aufgefischt worden äh aufgefrischt worden und deswegen ist auch ein Hybrid euch muss ich jetzt hier so ein bisschen die Luft aus dem Segel nehmen denn auf der einen Seite habt ihr vollkommen recht ja allerdings wird der Begriff Hybrid in der Wissenschaft nicht so kleinlich angepackt wie ja gut da ist halt noch die DNA von irgendwas anderem drin aus diesem Grund spricht man in der Tierwelt gerade bei Hunden auch nicht von Hybridhunden und das obwohl da ja verschiedene Hunderassen miteinander kombiniert wurden der Begriff Hybrid fällt in unserer Naturwissenschaft erst dann wenn zwei nicht paarungsfähige Wesen miteinander kombiniert werden ja tatsächlich arbeiten wir auch wirklich an sowas in unserer realen Welt weil ey warum nicht was es uns später mal bringen sollte einen Kolibri mit einem Nashorn zu kreuzen was weiß ich aber wir machen es eben einfach und jetzt switchen wir rüber in die Welt von Jurassic Park nochmal dran erinnern es geht hier um die Filme nicht um die Bücher diese ganze Sache von wegen die Frosch-DNA ist ja im T-Rex mit drin die nehmen wir jetzt auch mal bei raus weil das wäre eben genau wie bei uns in der Naturwissenschaft viel zu kleinlich in den Filmen haben diese Frosch-DNA-Zellen die in die Saurier eingepflanzt wurden keinen Einfluss auf die Eigenschaft der Dinosaurier in den Büchern ist das anders halt Owen Owen bevor ihr alle ausflippt ja in den Büchern ist das anders in den Büchern wird ganz klar erklärt dass der T-Rex diesen Sehfehler hat eben weil er die Frosch-DNA Intus hat in den Filmen wird es aber anders erklärt in den Filmen erklärt Dr. Alan Grant bereits bevor er im Jurassic Park war dass der T-Rex auch damals ein eingeschränktes Sehvermögen hatte und dass er eben die Beute nicht sehen konnte wenn er sich nicht bewegt hat das heißt in den Jurassic Park Filmen wird es so dargestellt als wäre es in dem Universum von Universal eben ein Fakt dass der T-Rex früher diese Eigenschaften hatte auch ansonsten erfahren wir von keinerlei merkwürdigen Eigenschaften die von den Fröschen auf die Saurier übergeschwappt sind ja nochmal in den Büchern schon in den Filmen aber nicht das heißt wir sprechen in dem gesamten Jurassic Universum eben auch gerade in Jurassic World von Hybriden wenn eben zwei oder mehrere Dinosaurier oder andere Tierspezies zusammen vermischt wurden und eben auch die Eigenschaft übernommen werden als Beispiel eben der Indominus Rex der ja zum Teil Raptor und T-Rex ist und eben aber die Fähigkeit eines Oktopus hat das heißt er kann sich tarnen hier haben wir einen ganz klaren Fall von einem Hybriden oder noch einfacher erklärt wir sprechen in Jurassic World und eben auch in Jurassic Park da wurde es zwar nie erwähnt aber im Jurassic Universum sprechen wir Hybriden ganz klar auch mit Hybriden an und da hätten wir den Nominus Rex wir hätten den Scorpius Rex und wir hätten den Indoraptor das sind drei Hybriden die wir haben in Jurassic World Camp Cretaceous kommen noch ein paar mehr dazu da haben wir irgendwie noch eine Mischung aus Vastriceratops und Spinosaurus irgend sowas in der Art wird dann da auch noch hergestellt das sind in der Welt von Jurassic und vom Jurassic Universum wirkliche Hybriden deswegen so Argumente von wegen ja aber da ist ja Frosch DNA drin das ist zu kleinlich das lassen wir beiseite jetzt kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema ist der Spinosaurus ein Hybrid oder fragen wir anders wie kommen die Leute auf die Idee dass der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 ein Hybrid sein soll und hier könnt ihr euch wirklich durch sämtliche Reddit Foren durch die Jurassic Park Foren Jurassic World Foren hindurch suchen es sind immer dieselben Argumente ja der Spinosaurus sah ja ganz anders aus und Jurassic Park ist ja nicht akkurat dargestellt außerdem jagt er die Gruppe sehr aggressiv durch die gesamte Insel und verhält sich mehr wie ein Monster als ein Tier diese Argumentation packen wir jetzt einfach mal und bearbeiten die so ein bisschen einfach mal gedanklich bearbeiten der Spinosaurus sieht nicht so akkurat aus wie die Wissenschaft heutzutage meint dass er ausgesehen hätte ist richtig, ist vollkommen richtig aber der Spinosaurus in Jurassic Park 3 sieht sehr akkurat zu dem Spinosaurus aus wie man noch 2001 dachte dass er ausgesehen hätte das übersehen halt sehr viele Leute der Spinosaurus ist der Spinosaurus ist mit einer der unbekanntesten Saurier die wir aktuell entdeckt haben also man weiß noch nicht wirklich viel über den Dino man spekuliert glaube ich über keinen anderen Saurier aktuell mehr als über den Spinosaurus deswegen sind auch sehr viele Aussagen mit ja es ist faktisch bewiesen man weiß sind zum Großteil einfach nur Bullshit ich habe euch hier oben mal ein Buch verlinkt hier oben oder da oben hier oben auf jeden Fall irgendwo das ist eine Dinosaurier Enzyklopädie wo ihr die aktuellsten Daten von Dinosauriern rausfischen könnt auch hier werdet ihr merken der Spinosaurus ist sehr viel von hätte möglicherweise man schätzt man glaubt also kann man auf jeden Fall das Argument schon mal beiseite legen der Spinosaurus sieht nicht akkurat genug aus ey ja man dachte eben aber früher der sah so aus der einzige Grund warum wir in Jurassic Park 1 auch keinen T-Rex mit einem mit einem Fell-Feder-Mischmarsch gesehen haben war auch einfach nur der dass man damals nicht wusste dass Saurier scheinbar eben dieses Fell hatten was wir auch in Jurassic World Dominion sehen ganz am Anfang in den 5 Minuten der Spinosaurus verhält sich sehr aggressiv ist dann das zweite Beispiel dafür der Spinosaurus ist ein Hybrid der weil der jagt ja auch wie ein Monster und da verstehe ich die Leute so ein bisschen wie man auf die Idee kommt okay dahinter muss ein Hybrid stecken wir schauen jetzt mal ob wir vielleicht genau in diesem Moment auf den Punkt kommen ja er ist wirklich ein Hybrid man muss sich bei Jurassic Park 3 vor Augen führen dass bei der Produktion sehr viel schief gelaufen ist das ist nicht der Film den wir eigentlich hätten sehen sollen das ist der Film der das Endergebnis aus falscher Planung viel zu vielen Drehbüchern viel zu vielen Mündern die in diese Geschichte reinreden mussten das ist das Endergebnis einer kompletten Chaos Produktion was auch daran erkennbar ist dass sehr viele Szenen irgendwie keinen Sinn ergeben auf diesem Kanal habe ich mich ja schon oft damit beschäftigt Jurassic Park 3 irgendwie so ein bisschen logischer zu machen und bin dabei auch auf aktuelle beziehungsweise nicht auf aktuelle sondern auf ältere Skripts gestoßen es gibt quasi drei Varianten von diesen Skripts von Jurassic Park 3 einmal das Urskript wo wirklich da nur so grob aufgeschrieben wurde worum es wirklich geht dann gibt es eben das Skript was eigentlich verfilmt werden sollte und dann eben das Skript was dann wirklich letztendlich verfilmt wurde wenn man sich das Urskript anschaut das Skript bevor das Skript eigentlich geschrieben wurde dann wird das Verhalten des Spinosaurus erklärt ich habe dazu schon mal ein ausführliches Video gemacht das habe ich dir entweder hier oben verlinkt oder in die Kommentare unten reingesetzt direkt das allererste Video was ich da unten verlinkt habe ist das Video dazu warum sich der Spinosaurus so seltsam verhält es wird eigentlich erklärt also ein Grundgedanke ist dahinter nämlich sollte ursprünglich Cooper einen Baby Spinosaurus töten aus diesem Grund ist der erwachsene Spinosaurus überhaupt erst auf der Jagd nach diesen Menschen Aussagen wie ja aber der ist trotzdem auf einem Rache-Trip und Tiere würden sowas nicht machen kann ich nicht beurteilen dazu bin wieder ich und wahrscheinlich auch die wenigsten von euch die diese Aussagen treffen tief genug in dieser Materie drin allerdings will ich jetzt hier gar nicht mehr lang palabern eure Frage einfach nur beantworten nein der Spinosaurus ist offiziell kein Hybrid warum kann ich das so ganz einfach sagen weil es nie bestätigt wurde schaut man sich die Dokumentation zu Jurassic Park 3 an ist es nämlich auch sehr erstaunlich oder heutzutage relativ lustig wenn man die ganzen Kommentare liest aber das muss ein Hybrid sein wie der Regisseur von Jurassic Park 3 nämlich damit prallt ja wir haben den Spinosaurus so akkurat wie es ging irgendwie nachgestellt und haben eine super schöne animatronische Figur erschaffen die dem echten Spinosaurus erinnert man hat hier wirklich versucht akkurat mit der ganzen Sache umzugehen das ist nicht gelungen gebe ich vollkommen zu ich mag Jurassic Park 3 aber die Frage kann man einfach ganz klar beantworten nein der Spinosaurus sollte kein Hybrid sein er meint er mag sich hier und da so verhalten wie einer kann man vielleicht irgendwie rein interpretieren aber nein offiziell soll der Spinosaurus in Jurassic Park 3 kein Hybrid sein Punkt in diesem Sinne bin ich für heute erstmal raus mit dem Video ich hoffe es hat dir gefallen ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein ich freue mich drauf mit euch zu diskutieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann wir alle kennen die wahrscheinlich beliebteste und bekannteste Szene beziehungsweise den bekanntesten Catchphrase aus der Jurassic Serie insgesamt falls du gerade nicht weißt davon ich rede ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge relativ zu Beginn von Jurassic Park kommen Dr. Alan Grant, Ian Malcolm, Dr. Ellie Settler und die gesamte Gruppe auf der Isla Anubla an John Hammond führt sie daraufhin so ein bisschen im Park rum und sie gelangen an eine Lichtung Alan Grant sieht plötzlich das allererste Mal einen echten Dinosaurier beziehungsweise sieht die gesamte Gruppe das allererste Mal einen echten Dinosaurier Alan Grant und die gesamte Gruppe sehen nun zum allerersten Mal einen echten Dinosaurier und auch wir als Zuschauer werden das allererste Mal Zeuge dieser brachialen und gigantischen Kreaturen Grant, der logischerweise sein Fachwissen hier nicht hinterdrücken kann fragt daraufhin wie schnell denn diese Tiere laufen können John Hammond erwidert daraufhin wir haben einen Spinosaurus mit 35 kmh gestoppt daraufhin bricht Alan Grant mehr oder weniger zusammen weil er es gar nicht glauben kann sie haben einen Spinosaurus und dann kommt der bekannteste Catchphrase Welcome to Jurassic Park Moment, irgendwas stimmt doch hier nicht Ja, du hast vollkommen recht wir haben in diesem Szenario die Dinosaurier ausgetauscht der Spinosaurus ist in diesem Was wäre wenn Szenario die Hauptattraktion des Jurassic Park Was wäre wenn dieses Szenario wirklich so eingetroffen wäre Was wäre wenn wir nicht den Tyrannosaurus Rex sondern den Spinosaurus im Jurassic Park gehabt hätten wie wäre das ganze ausgegangen kleiner Spoiler es wird ein bisschen heftiger wir machen hier keine Gefangenen und in diesem Sinne viel Spaß mit dem Video Damit wir dieses Szenario jetzt auch wirklich angemessen bearbeiten können spulen wir den Film nochmal ein bisschen weiter vor und tun einfach so als wären alle anderen Szenarien exakt so abgelaufen wir befinden uns nun am Gehege des Spinosaurus und die Fahrzeuge bleiben eben hier stehen es ist mitten in der Nacht es ist verregnet und Tim sieht dann auch im Becher plötzlich diese Schritte die immer näher kommen die Ziege am Boden ist verschwunden und plötzlich taucht er auf der brachiale Kopf des Spinosaurus der gerade die Ziege verspeist genau wie im richtigen Film wird hier auch ein Teil von der Ziege auf das Auto geschleudert und Donald Gennaro rennt eben panisch auf die Toilette warum würde sich das Szenario jetzt hier so großartig anders abspielen naja weil der Tyrannosaurus Rex eine ganz besondere Eigenschaft hatte die den Protagonisten tatsächlich das Leben gerettet hat ich meine ey schauen wir uns mal diese Szene hier an oder auch diese Szene hier ich meine ja der Tyrannosaurus reagiert im Film nur auf Bewegung das wird ganz klar gesagt und es hat eben auch später gezeigt dass der T-Rex Objekte oder eben auch Lebewesen nicht wirklich wahrnehmen kann oder sehr schwer wahrnehmen kann wenn sie sich eben nicht bewegen dazu kam eben noch der strömende Regen der dafür gesorgt hat dass der Tyrannosaurus Rex die Menschen eben auch nicht riechen konnte zumindest nicht richtig riechen konnte da haben wir jetzt schon einen ganz großen Punkt gemacht der Spinosaurus hat diesen Nachteil nämlich nicht noch dazu können wir aus Jurassic Park 3 entnehmen ja das Tier wäre definitiv wesentlich aggressiver als der Tyrannosaurus Rex gewesen ähnlich wie im Hauptfilm hätten wir auch gesehen wie der Spinosaurus mit seinen langen Krallen die Gehege zerstört hätte kurz darauf wäre er mit furiosem Gestampfe und Geschreie über die Straße hinweg gelaufen hätte ihn nicht wie der Tyrannosaurus Rex im Originalfilm erstmal die Autos mehr oder weniger inspiziert während der Tyrannosaurus Rex sich allerdings noch stark von verschiedenen Lichtern ablenken lässt und eher ruhig an die Sache rangeht wäre der Spinosaurus wahrscheinlich sehr schnell in Rage geraten das heißt dieser Moment hier in dem Lex im Originalfilm dem T-Rex das Auto vor der Tür zumacht oder war es Tim naja auf jeden Fall schlagen sie dem T-Rex kurz vor der Nase die Tür zu und er schaut noch mal in das Auto rein und reagiert aber noch nicht weil er eben keine Bewegung wahrnimmt das wäre beim Spinosaurus ein bisschen anders abgelaufen der hätte nämlich das Auto der beiden mit seinen Krallen gepackt dann hätte er es einmal komplett nach hinten geschleudert das heißt hier hätten wir eine ähnliche Szene gehabt wie auch die in Jurassic Park 3 wo er ja das Flugzeug quasi wie einen Ball benutzt und mit dem Flugzeug mehr oder weniger spielt und ihn einmal quer durch den Dschungel rollt der Spino hätte also seine gewaltigen Pranken genommen und hätte das Auto einmal komplett über die Straße geschleudert in diesem Szenario wäre das dennoch das Ende von Donald Gennaro gewesen der wäre in diesem Szenario nicht von einem Dino auf dem Klo gefressen worden er wäre auf dem Klo von einem Auto erschlagen worden ja das Auto von Lex und Tim schlägt durch die brachiale Kraft des Spinosaurus auf die Toilettenhütte und Dino stirbt kurz daraufhin was wir ebenfalls aus Jurassic Park 3 entnehmen können ist dass der Spinosaurus sehr hartnäckig ist wenn es darum geht seine Opfer zu jagen das heißt auch in diesem Fall wären Lex und Tim jetzt hier keineswegs in Sicherheit der Spinosaurus würde daraufhin auf das Auto zu rennen und würde seine lange Stauze durch die offene Scheibe hindurchstecken ja er könnte die beiden Kinder daraufhin zwar nicht packen da sein Maul nicht ganz aufgehen würde aber er würde panisch reagieren würde das gesamte Auto emporheben ähnlich wie es der T-Rex im Buch Jurassic Park gemacht hat und nun würden die beiden komplett in der Luft hängen panisch wirbelt der Spinosaurus nun das Auto hin und her und er merkt dass er sich mit seiner Schnauze in den offenen Fenstern verkeilt hat deswegen schlägt er es immer wieder auf den Boden unten auf und versucht das Auto aufzubrechen wie eine Walnuss es gelingt ihm dann letztendlich auch und die Kinder versuchen unter den Trümmern dieses Autos hinweg zu krabbeln Alan Grant und Ian Malcolm konnten gar nicht so schnell reagieren der Schock ist immer noch viel zu groß die beiden drücken nun auf die Hupe des Autos und versuchen den Spinosaurus von den Kindern wegzulocken die Schreie von Lex und Tim ertönen jedoch auch in der Nacht und es gibt eine Geräuschkulisse gemischt aus dem Geschrei des Spinosaurus der sich nun aber dennoch umdreht und Dr. Alan Grant und Ian Malcolm ins Visier nimmt da die beiden nämlich nicht nur die Hupen sondern auch die Lichter des Autos und eben die Fackeln benutzen die wir dann eben auch in Jurassic Park sehen der riesige Unterschied hierbei ist einfach nur dass Dr. Alan Grant ganz genau bewusst ist dass der Spinosaurus nicht blind ist mehr oder weniger blind ist wenn er sich eben nicht bewegt er nimmt also die Fackel und schreit zu Ian Malcolm Renn in den Dschungel die beiden rennen also los der Spinosaurus isst den beiden auf den Fersen die Kinder sind erstmal in Sicherheit das heißt wir ersparen uns hier den Weg den Abgrund runter die beiden Kinder sind eben hart traumatisiert und eben auch verletzt durch das Aufschlagen des Autos der Spinosaurus rennten Dr. Alan Grant und Ian Malcolm in den dichten Dschungel hinterher und die beiden werfen ihre Fackeln in die Ecke und versuchen sich irgendwo im Dickicht zu verstecken denn auch wenn der Spinosaurus auf stillstehende Objekte oder eben Menschen oder Lebewesen generell reagiert ist er in der Nacht doch auf das Licht fokussiert denn das fällt natürlich sehr stark auf der Spinosaurus wird also durch das Licht der Fackeln abgelenkt und Ian Malcolm und Dr. Alan Grant schaffen es gerade noch so sich zu verstecken und dann nach und nach dem Spinosaurus davon zu schleichen auch Lex und Tim können der Kreatur entkommen indem sie eben den anderen Weg wählen und durch den Tunnel zurückrennen das heißt wir haben jetzt hier eine andere Konstellation als in den Jurassic Park Filmen wir haben auf der einen Seite Dr. Alan Grant und Ian Malcolm die sich ihren eigenen Weg durch den Dschungel durch den Jurassic Park durchschlagen müssen auf der anderen Seite haben wir Lex und Tim kurzer Spoiler die beiden sind fürs erste Mal safe die werden dann erst wieder in dieser Geschichte eine Rolle spielen wenn sie dann auch im Besucherzentrum angekommen sind wie eben auch im Film und dann da quasi sich in Sicherheit wiegen bis dann die Velociraptoren kommen Alan Grant und Ian Malcolm jedoch müssen mit dem penetranten Spinosaurus klarkommen der immer noch aggressiv und zielgerichtet den beiden hinterherjagt während diesem Katze und Maus Spiel richtet der Spinosaurus wesentlich mehr Schaden an als der T-Rex ja wir haben ja zum Beispiel auch gesehen in Jurassic Park 3 dass der Spinosaurus scheinbar mühelos durch das Gehege hindurch schmettern kann da habe ich auch ein Video dazu gemacht wo ich das Ganze mal ein bisschen analysiert habe das habe ich dir mal hier oben verlinkt da kannst du gerne mal draufklicken ähnlich wäre es aber auch in diesem Fall ich meine sämtliche Gehege ist nun ausgeschaltet der Spinosaurus hätte nun also einen kompletten Freilauf durch den gesamten Park Malcolm und Grant müssen sich nun auch über den Elektrozaun hindrüberwurscheln um eben auf der anderen Seite herunterzukommen damit sie dem Spinosaurus entfliehen können erinnert euch nochmal zurück an Jurassic Park als hier Lex, Tim und Alan Grant über den Zaun drüber klettern wollen und sie hören plötzlich das Geschrei des Tyrannosaurus Rex der ist also ganz nah und auch in diesem Szenario ist der Spinosaurus ganz in der Nähe jedoch immer noch penetranter wie gesagt wir kennen ihn aus Jurassic Park 3 der jagt seine Opfer bis zum letzten der Spinosaurus wäre den beiden also noch ganz dicht auf den Fersen und gerade während Dr. Alan Grant und Ian Malcolmus über den Elektrozaun drüber schaffen kommt der Spinosaurus um die Ecke und stürmt durch das Gehege durch beim hindurchrennen packt er Ian Malcolm und das ist das Ende des so beliebten Chaos Theoretikers ich habe euch ja gesagt hier werden keine halben Sachen gemacht das ist einfach ein Szenario wo ich sage ey hier wäre es jetzt wirklich sehr schwer gewesen dass da beide lebend raus kommen und auch Grant scheint ihm wirklich am Ende seiner Kraft zu sein er hat keine Kraft mehr aufzustehen er kann nicht mehr wirklich rennen er liegt nur noch am Boden und ist bereit sein Ende hinzunehmen doch dann auf einmal ertönen Schüsse Robert Maldun taucht auf einem Vehikel auf und beschießt den Spinosaurus mit Betäubungspfeilen warum gerade Robert Maldun? naja Robert Maldun war im Originalfilm Jurassic Park sehr begeistert von den Velociraptoren eben aufgrund ihrer Intelligenz und ihrer Aggressivität gerade eben von der er vom Riesenbiest wir könnten also davon ausgehen dass Robert Maldun auch ein Auge auf den Spinosaurus geworfen hätte der sich ähnlich aggressiv verhält wie eben auch die Velociraptoren da ja auch eine gewisse Grundintelligenz mitbringt Maldun wäre deswegen gefasst darauf gewesen und hätte den Spinosaurus mit Betäubungspfeilen beschossen die ihm nicht wirklich viel ausgemacht hätten dennoch wäre das Tier fürs Erste verschwunden Grant wäre auf dem Fahrzeug von Robert Maldun gelandet und die beiden hätten entkommen können der gesamte Plan den Strom im Park wieder anzustellen wäre nun also von Dr. Elise Settler ausgegangen und sie wäre in Begleitung gewesen von niemand geringerem als John Hammond der sie natürlich nicht alleine gehen lassen wollte er wollte sogar ihren Platz im Originalfilm übernehmen und hat ja gesagt nee sie gehen nicht weil sie eine Frau sind und da gibt es ja diesen kurzen Sexismus-Spruch und in diesem Szenario wäre Robert Maldun also nicht an ihrer Seite gewesen das heißt es gäbe niemand anderen als John Hammond der Ellie auf dem Weg in den Strombunker begleitet hätte also in den Bunker wo sie eben den Strom wieder anschalten ja lange Rede kurzer Sinn das hätte John Hammond natürlich auch nicht überleben können auf dem Weg dahin wäre er den Velociraptoren zum Opfer gefallen Ellie hätte es daraufhin in den Bunker geschafft das Szenario wäre nun ähnlich abgelaufen und auch da wäre sie wieder auf einen Velociraptor getroffen sie wäre aus dem Bunker herausgekommen diesmal wäre aber nicht Grant ihr entgegen gekommen um sie zu retten diesmal wäre es Robert Maldun gewesen der Dr. Alan Grant kurz vorher in Sicherheit gebracht hat und zwar befinden sich jetzt Grant und die beiden Kinder Tim und Lex im Besucherzentrum Ellie und Maldun folgen den beiden darauf hin und dann haben wir auch dieselbe Szene mit den Velociraptoren und eben den Kindern und Grant ist diesmal mit dabei was sehr viel spannender wäre denn Grant ist nun ja sehr schwer verletzt und die Kinder müssen ihn quasi durch die Küche hindurch bringen und auch hier haben wir wieder ein ganz spannendes Katz-und-Maus-Spiel ähnlich wie auch in den Filmen und jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorspulen aber jetzt ist das Szenario doch sehr ähnlich wir bekommen da natürlich irgendwann auch dann die große das große Zusammentreffen zwischen Robert Maldun, Ellie Sadler Alan Grant und Lex und Tim die dann letztendlich auch mit dem Angriff der Velociraptoren endet die in der Mitte des Besucherzentrums auftauchen im Hauptfilm wäre es der T-Rex gewesen der die Gruppe hier vorher im Velociraptoren gerettet hätte in diesem Film jedoch wäre das Ganze ein bisschen chaotischer gewesen der T-Rex hat sich ja mehr oder weniger leise angeschlichen der Spinosaurus wäre mit vollem Karacho durch das Besucherzentrum hindurchgeschlagen und wäre auf die Velociraptoren losgegangen die hätten auch den Spinosaurus angegriffen und dann hätten wir einen Kampf gehabt die Raptoren hätten diesen Kampf natürlich auch schwer gewinnen können deswegen gehen wir auch hier davon aus dass die Velociraptoren dem Spinosaurus unterlegen wären die Chance ausnutzend wäre unsere Gruppe nun aus dem Besucherzentrum herausgerannt sie wären in einen Helikopter gestiegen und hätten die Insel verlassen das Szenario könnte man jetzt hier nur abändern indem man sagt, der Spinosaurus wäre denen auf jeden Fall hinterhergerannt weil er eben so zielsuchend ist und hätte einfach alle gefressen dann wären sie alle tot gewesen ich dachte mir, komm, wir machen hier einfach ein alternatives Ende immer noch ein Happy End aber in diesem Ende hat es zwei andere Figuren erwischt Robert Maldun ist nicht gestorben stattdessen haben wir John Hammond verloren und wir haben Ian Malcolm auf dem Weg in die Freiheit oder in die Sicherheit verloren wenn wir das ganze Szenario jetzt noch ein bisschen weiter spinnen wäre es logischerweise auch nicht Rexy die in Jurassic World ihren erneuten Auftritt hatte ne, es wäre tatsächlich der Spinosaurus gewesen der nun auch in Jurassic World Teil des Parks gewesen wäre was wäre allerdings passiert wenn der Spinosaurus wirklich in Jurassic World gelebt hätte wie wäre dann der Endkampf ausgegangen in Dominus Rex gegen Spinosaurus das ist eine gute Frage, bist du der Meinung lass mich jetzt auf jeden Fall wissen, dass ihr dieses Format was wäre wenn gefällt indem du dem Video ein Like da lässt teile es am besten auch noch so oft wie du kannst ich bin wirklich sehr gespannt wie das bei euch ankommt ich hab ja schon mal ein Video zu diesem was wäre wenn Szenario gemacht was wäre wenn Dr. Alan Grant in Jurassic World gearbeitet hätte das Video habe ich dir überhaupt in der Beschreibung verlinkt kannst du gerne mal draufklicken jetzt bin ich auf deine Meinung zu diesem Szenario hier gespannt habe ich irgendwas übersehen oder bist du der Meinung Job wenn der Spinosaurus Teil von Jurassic Park gewesen wäre wäre das ganze ein bisschen heftiger ausgegangen weil der Spinosaurus eben einfach in der Welt von Jurassic ein wesentlich krasserer Saurier ist zumindest ein aggressiverer Saurier ist als der Tyrannosaurus Rex zumal er eben auch diese Schwäche nicht hat von wegen ich sehe dich nicht wenn du dich nicht bewegst ich bin wirklich sehr auf eure Meinung gespannt ob euch das Format hier gefällt denn ich habe noch ein paar in petto die ich euch gerne präsentieren wollen würde allerdings muss ich dann auch merken das ganze wirklich gut bei euch ankommt ich bin sehr gespannt würde daraufhin sagen wir sehen uns zum nächsten Video wieder bis dann das Herz ist übrigens für euch weil ihr so eine tolle Community seid so Kitsch beiseite jetzt gibt es harte Fakten hier in dem Video harte Fakten die auf meinem Mist gewachsen sind wer hätte das noch gedacht Tobi hat einen Fakt den er nicht im Netz gelesen hat und zwar geht es hier in diesem Video darum welcher rote Faden sich von Anfang an durch das Jurassic Universum das wir bis aktuell eben haben also von Jurassic Park bis Jurassic World Dominion haben zieht um hier schon mal ganz kurz so ein paar Brocken in den Raum zu werfen es geht dabei um Charlotte Lockwood um die Grashüpfer und auch um das was Dr. Hammond begonnen hat wer sich jetzt aber fragt das ist alles so ein bisschen wirr keine Sorge ich kläre das gleich für dich auf nach dem Intro viel Spaß beim Video viele von euch würden jetzt ja sagen Jurassic Park ist ja die Geschichte um Dinosaurier es geht darum ob es cool ist Dinosaurier zu erschaffen es geht darum wie wir damit umgehen sollten wenn die Dinosaurier jetzt eben in unserer Welt existieren es geht sogar so weit dass wir uns Gedanken darüber machen sollen wozu kann diese Gentechnik noch benutzt werden das sehen wir in Jurassic World Dominion sehr schön anhand dieser Grashüpfe der eigentliche Grundplot von Jurassic und korrigiert mich wenn ich das irgendwie falsch sehe ist aber ein ganz anderer es geht in Jurassic Park oder in Jurassic Park und Jurassic World eigentlich darum eine Heilung zu finden eine Heilung wofür? eine Heilung für eigentlich unheilbare Krankheiten und jetzt wirst du sagen Tobi nee jetzt komm nee das ist alles kompletter Bullshit ich erkläre dir jetzt meinen Gedankenweg John Hammond schafft es bereits vor den Ereignissen aus Jurassic Park ein Verständnis dafür zu entwickeln dass man DNA kombinieren kann um damit bereits ausgestorbene Kreaturen wieder zu beleben mit Hilfe von Wissenschaftlern unter anderem auch Dr. Henry Wu schafft er es dann wirklich das in einem Jurassic Park zu realisieren ja Dr. Hammond hat die grandiose Idee wenn ich in der Lage bin Kreaturen zu erschaffen die mal ausgestorben sind packe ich sie halt in den Vergnügungspark gut gemacht das bedeutet die wissenschaftliche Entdeckung dass man Zellen miteinander kombinieren kann um ausgestorbene Wesen wieder zu erwecken die existiert bereits in Jurassic World gehen wir dann sogar so weit und kombinieren die DNS-Stränge von zwei verschiedenen bereits ausgestorbenen Kreaturen in diesem Fall eben Dinosauriern packen die zusammen klatschen noch einen Oktopus mit in den Topf und haben dann irgendwann einen Dominus Rex also hier lernen wir sogar wirklich dass wir mit dieser Gentechnik machen können was wir wollen wir können unsere eigenen Kreaturen erschaffen wie wir dann auch später in der Reihe sehen wir können uns unsere eigenen Waffen züchten Jurassic World Dominion bringt uns dann aber einen komplett anderen Ansatz dieser Gentechnologie und das finde ich mitunter das interessanteste an der gesamten Reihe ja ey positive Töne von Jurassic World für Jurassic World Dominion von mir aber es muss wirklich gesagt werden ich finde die Grashüpfer immer wieder eine interessantere Idee je länger ich darüber nachdenke und ich finde vor allem Charlotte Lockwood ist mitunter das wichtigste der gesamten Jurassic Reihe denn was sie eben macht ist diese Technologie die Dr. John Hammond und eigentlich auch später Masrani und auch Dr. Henry Wu immer noch dafür benutzen um sich irgendwie finanziell zu bereichern sei es mit einem Park sei es mit Waffen wie auch immer diese Technik nutzt sie dazu um ihre eigene Tochter von einer Krankheit zu heilen die sie selbst niedergerafft hat sie nutzt die Technologie wo anscheinend niemand dran gedacht hat in diesem gesamten Jurassic Universum für medizinische Zwecke ich weiß im Buch wird das schon früher beschrieben wir reden hier nur über die Filme und da ist das eigentlich nie so wirklich Thema gewesen Charlotte Lockwood nimmt sich also die Forschungsergebnisse die auf dem finanziellen Unterstützung von John Hammond und eben dem wirtschaftlichen Ideenreichtum von Dr. Henry Wu fußen und macht daraus etwas um ja ein Menschenleben zu retten das ist das ihre eigenen Tochter schrägstrich Klontochter aber ey ja es ist natürlich irgendwo egoistisch aber ganz ehrlich wer würde es denn irgendwie nicht machen und jetzt kommen wir zu einem Punkt und da ich weiß nicht ob ihr da schon mal dran gedacht habt aber da muss ich wirklich sagen Jurassic World Dominion macht das unfassbar genial in Jurassic Park lernen wir ganz am Anfang so diese Euphorie kennen wir können Dinosaurier erschaffen wie cool ist das alles auf einmal gibt es dann eben diesen Cut und dann heißt es nee ist doch eher blöd weil gefährlich und wir sterben alle die gleiche Moral haben wir im Endeffekt auch in Jurassic World und nicht anhand der Hybriden die Hybriden kopieren einfach nur die Geschichte aus Jurassic Park im Endeffekt da ist es cool Hybriden zu erschaffen Cut ah nee doch nicht wir sterben alle die wichtigste und die interessanteste und zum Teil auch wirklich dramatische und tragische Moral dabei ist ja dass Charlotte Lockwood es schafft die Struktur der Zellen ihrer eigenen Tochter so zu verändern dass sie eben nicht an dieser Krankheit leiden wird wenn sie auf die Welt kommt ist zugleich sehr wahrscheinlich auch die Technik mit der Dr. Louis dort schon rum experimentiert hat was hat er damit gemacht er hat die Grashüpfer unsterblich gemacht Jurassic World Dominion zeigt uns also einen erneuten Gewissenskonflikt ja wir können mit dieser Technologie Leben retten wir können Menschen nahezu immun gegen alles andere machen im Umkehrschluss zeigt uns der Film aber auch was damit alles in die Hose gehen kann eben in Form dieser Heuschrecken die einfach nicht sterben können und so das gesamte ökonomische Nahrungssystem global beeinflussen hätte der Film das ein bisschen besser ausarbeiten können ja eigentlich schon Jurassic Park und Jurassic World haben also eigentlich immer die Grundprämisse es ist eine sehr dumme Idee Gott zu spielen sei es mit Dinosauriern sei es sogar mit Krankheiten die man irgendwie heilen will und das finde ich eben hier einen sehr schönen Zwiespalt weil ich meine jetzt hätte ich hier in Jurassic World Dominion wieder ein Gespräch gebraucht wie in Jurassic Park 1 wo sie dann da beim Essen sitzen und sich darüber unterhalten Dinosaurier erschaffen ja nein da pro da contra das hätte man jetzt hier so gut mit einbauen können haben sie aber leider nicht gemacht meiner Meinung nach hat das Jurassic Universum also bisher einen roten Faden der wirklich alle Filme miteinander kombiniert außer Dinosaurier und der rote Faden ist hier dass wir durch die Erforschung an der DNS die Dr. John Hammond eben vorgenommen hat inzwischen ein Heilmittel bekommen das scheinbar unheilbare Krankheiten heilen kann aber auch das kann wieder für falsche Zwecke benutzt werden in einem anderen Video habe ich schon mal den groben Plot erwähnt der ja in der neuen Jurassic World Serie eintreten soll das wurde so viel bestätigt dass es hier um Sidney geht ein junges Mädchen die bei einem Vorfall mit einer unheilbaren mit einer mit einer seltsamen Kreatur wahrscheinlich ein Dinosaurier ihren Arm verliert dabei habe ich schon mal die Theorie geäußert was ist wenn es in der Serie darum geht den Arm wieder heranwachsen lassen zu können ich meine es muss einen Grund geben warum sie ihren Arm verliert in der Serie und ich könnte mir wirklich vorstellen man geht wieder darauf ein theoretisch könnten wir den Arm nachwachsen lassen aber wir haben wieder eine Konsequenz dadurch das gesamte etwas ist gut aber es hat Konsequenzen Szenario zieht sich also komplett durch die gesamte Jurassic Reihe und ich finde wirklich ja das kommt aus meinem Mund das wertet für mich Jurassic World Dominion nochmal ein ganzes Stück weiter nach oben jetzt bist du gefragt wie ist deine Meinung dazu passt das was ich da alles erzählt habe kannst du dem auch wirklich folgen habe ich irgendwo einen Lenkfehler schreibt mir alles in die Kommentare unten rein und dann würde ich einfach sagen sehen wir uns beim nächsten Video wieder bis dann ciao im gesamten Jurassic Universum gibt es eine schiere Masse an Raptoren es gibt zum Beispiel die Ovi Raptoren es gibt die Velociraptoren es gibt einen Indoraptor oder auch einen sogenannten Pyroraptor in diesem Video werde ich jetzt zusammen mit dem Twitch Chat live alle Velociraptoren aus dem Jurassic Universum ranken hierbei möchte ich aber von vornherein klarstellen dass es bestimmte Raptoren Gruppen gibt die ich von Anfang an in eine Gruppe packe wie zum Beispiel alle Velociraptoren aus Jurassic World der Grund dafür ist ganz einfach der dass ich mir hierbei gedacht habe dass die sich dann doch alle sehr ähnlich sind und ich die nicht komplett sinnlos auseinander klappustern möchte und deswegen wird das Ganze eben so ablaufen insgesamt werden wir ganze 10 Raptoren ranken was ihr jetzt hier auf YouTube aber nicht sehen könnt ist dass der Chat parallel zu der Videoaufnahme hier seine eigenen Tips oder seine eigenen Rankings abgibt auf einige dieser Rankings werde ich am Ende des Videos mit eingehen in diesem Sinne lasst uns anfangen und viel Spaß mit dem Video Bevor das Video losgeht ist es noch ganz wichtig euch zu erklären was denn hier wirklich gerankt wird ich habe jetzt hier gesagt wir ranken 10 Plätze von Raptoren aus dem Jurassic Universum um genau zu sein gehen wir hier auf die Designs also das Aussehen der verschiedenen Raptoren Arten ein wie immer bist auch du am Ende des Videos gefragt schreibt mir auf jeden Fall dein Ranking und deine Meinung zu meinem Ranking in die Kommentare Platz Nummer 10 ist bei mir ganz klar der sogenannte Ovi Raptor warum weil er eigentlich gar keine große Rolle spielt beziehungsweise gar keine Rolle spielt in der Kinofassung zu Jurassic World Dominion sieht man den lieben Ovi Raptor nämlich zum Beispiel kein einziges Mal meine ich mich zumindest erinnern zu können während er in der Extended Version ganze zwei Auftritte hat zum einen sehen wir den Ovi Raptor im Prolog zu Jurassic World Dominion und zwar ganz am Anfang als die Geschichte uns noch 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit schmeißt und der Ovi Raptor ein Ei aus einem Nest klaut im späteren Verlauf der Geschichte von Jurassic World Dominion sehen wir den Ovi Raptor dann nochmal wie er von einem anderen Dinosaurier den Kopf abgebissen bekommt und das war es dann auch wirklich deswegen ganz klar für mich Platz 10 weil der Dinosaurier wirklich weder vom Aussehen her wirklich imposant ist noch irgendwie was Produktives zum Film mit dazu beiträgt auf Platz Nummer 9 und jetzt wird es schon sehr kontrovers und ich weiß dass da sehr viele von euch widersprechen werden auf Platz Nummer 9 habe ich die Velociraptoren aus Jurassic World gesetzt also Blue, Echo, Delta und Charlie und ich weiß dass sehr viele von euch da draußen ja Blue extrem gerne haben und irgendwie verstehe ich das auch Blue ist der erste Raptor der so ein bisschen einen Charakter bekommen hat und das ist auch schon eine ganz schöne Geschichte allerdings muss ich sagen mir gefällt das Charakterdesign oder auch das optische Design von diesen Velociraptoren nicht so wirklich ich bin der Meinung dass man hier sehr stark erkennen kann dass das Filmstudio also in diesem Fall Universal sich hierbei gedacht hat naja wir schauen einfach mal wie wir am besten Spielzeuge vermarkten können und Blue und Co passen halt durch ihre Farben sehr schön zu Plüschtieren und auch das Verhalten dann später das hat mir nicht ganz so gut gefallen ich muss sagen generell hat Jurassic World für mich einen großen Fehler gemacht sie haben sehr viele Dinosaurier extrem verniedlicht und somit eben auch die Velociraptoren deswegen für mich ganz klar und fair auf Platz Nummer 9 auf Platz Nummer 8 und es geht glaube ich genauso kontrovers weiter wer hätte es gedacht auf Platz Nummer 8 landen bei mir die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 hier dürft ihr mich nicht falsch verstehen ich liebe die Designs der Original Velociraptoren aus Jurassic Park 1 allerdings muss ich sagen dass die nicht wirklich wiedererkennungswert haben wenn wir uns spätere Designs der Raptoren noch einmal anschauen noch dazu haben spätere Filme eines besser gemacht man konnte Velociraptoren leichter voneinander unterscheiden das heißt die haben andere Designs gehabt bei Männchen und Weibchen es gab größere Raptoren es gab Raptoren mit Federn das sind quasi so die Standard Raptoren und das ist mir tatsächlich ein bisschen zu Standard so gerne ich diese Raptoren auch hab sind die für mich ganz verdient auf Platz Nummer 8 auf Platz Nummer 7 haben wir die Atrosiraptoren aus Jurassic World Dominion allerdings muss ich jetzt hier ganz kurz sagen nicht alle Atrosiraptoren kommen auf diesem Platz vor denn ich habe mir jetzt hier die Atrosiraptoren Red Tiger und Pantera rausgesucht das sind quasi die drei eher rötlichen Varianten der Velociraptoren und hier bin ich ganz einfach der Meinung dass wenn man sich Ghost anschaut den vierten dieser Atrosiraptoren dann sind die anderen drei doch so ein bisschen verblassend in dieser Hinsicht in einem Video was ich euch bereits präsentiert hatte das habe ich euch mal hier oben verlinkt wo es um die Malta Szene geht da bin ich auf die verschiedenen Velociraptoren oder Atrosiraptoren eingegangen und da ist mir halt aufgefallen wie unfassbar verwechselbar diese drei Raptoren Arten sind dennoch muss ich sagen vom reinen Look her gefallen sie mir wesentlich besser als die Raptoren die jetzt eben davor gerankt wurden und deswegen kommen sie bei mir ganz klar auf Platz Nummer 7 auf Platz Nummer 6 haben wir jetzt die Velociraptoren die wahrscheinlich die meisten von euch wesentlich höher gerankt hätten immer wieder wenn ich auf die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 oder auch auf die Atrosiraptoren zu sprechen komme schreibt ihr mir in die Kommentare ich finde die Raptoren aus The Lost World Jurassic Park 2 immer noch am coolsten und genau die habe ich jetzt hier auf Platz 6 gerankt die Velociraptoren aus The Lost World Jurassic Park 2 sind definitiv mitunter der coolsten Raptoren Designs aus dem gesamten Jurassic Universum allerdings habe ich hiermit so ein bisschen meine Schwierigkeiten ich meine die sehen anders aus als die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 aber auch nur irgendwie wie so eine abgegradete Variante davon das heißt wir haben jetzt hier einen hübscheren Look aber ich finde dass diese Velociraptoren aus Jurassic Park 2 The Lost World doch irgendwie nur so die Raptoren aus Jurassic Park 1 ein bisschen verändert sind wenn ihr wisst wie ich das meine es gab eine Deleted Scene aus Jurassic Park 2 The Lost World die haben wir auch schon behandelt die habe ich dir mal unten in den Kommentaren verlinkt in diesem Video habe ich einen Velociraptoren behandelt der auch so Tigerstreifen hatte und der sich dann doch sehr stark von dem Rest der Raptoren abgekapselt hat allerdings haben wir genau diesen Raptor im späteren Film eben nicht mehr gesehen und deswegen muss ich sagen ja die Velociraptoren aus Jurassic Park 2 The Lost World kommen bei mir definitiv auf Platz Nummer 6 auf Platz Nummer 5 und jetzt kommen wir ja zu meinem ominösen fast schon Lieblingsfilm zumindest ist ja schon es ist ja schon bekannt auch in der Community dass ich ein riesen Fan von Jurassic Park 3 bin und ich zeige es in jedem Video in dem ich auf Jurassic Park 3 zu sprechen komme meine schöne Collection mit allen Jurassic Park Filmen mit dem schönen Spinosaurus vorne drauf um den soll es aber heute nicht gehen es geht ja heute um die Velociraptoren und auch die Raptoren in Jurassic Park 3 sind was ganz besonderes zum einen haben wir zum Beispiel hier die weiblichen Raptoren die Velociraptoren die ganz in weiß gekleidet sind und das ist mal ein komplett neues Design was mich damals sogar sehr fasziniert hat ich mag die Idee diese Tiere auch komplett umzufärben und gerade diese weiße Farbe hat wirklich sehr viel Stil man kann sich jetzt streiten okay was ist cooler die männlichen Varianten oder die weiblichen Varianten jetzt kennt ihr hiermit meine Meinung auf Platz Nummer 5 habe ich die weiblichen Velociraptoren gerankt auf Platz Nummer 4 hingegen wer hätte es gedacht landen die männlichen Velociraptoren ebenfalls aus Jurassic Park 3 hier gibt es viele Leute die sagen die finden diese komischen Federn auf den Köpfen ziemlich blöd also diese Antennen sind nicht ganz so cool kann ich nachvollziehen allerdings muss ich sagen dass ich halt ein Fan von der Farbgebung bin dieses schwarz fast schon dunkelgrün rote mit den Streifen gefällt mir einfach sehr gut und deswegen landen diese Velociraptoren ganz klar bei mir auf Platz Nummer 4 jetzt kommen wir auch schon zu den Top 3 Raptoren Arten aus der gesamten Jurassic Reihe und wer hätte es gedacht mir wird immer wieder vorgeworfen oh Tobi du meckerst ja nur über Jurassic World und Jurassic World Dominion das redest du ja auch schlecht und ich finde ich mach das nicht ich sag euch einfach nur ich mag die Filme nicht sonderlich gerne im Vergleich zu der Original Trilogie umso paradoxer ist es jetzt dass meine Top 3 Raptoren Arten allesamt wirklich allesamt aus dem Jurassic World oder aus der Jurassic World Trilogie stammen auf Platz 3 haben wir hier nämlich einfach mal den Indoraptor ja wir haben auch den Indoraptor mit dazu genommen weil er eben auch Raptor im Namen hat und doch irgendwie auch starke Ähnlichkeit mit dem Raptor hat im Chat haben wir auch eben gerade noch besprochen ob wir auch den Indominus Rex mit reinnehmen sollen haben wir uns aber dazu entschieden nein in dem Indominus Rex steckt zwar auch Raptoren DNA mit drin aber mal ganz ehrlich das ist kein Raptor das ist eher Richtung T-Rex oder ähnliches aber das ist kein Velociraptor aus diesem Grund haben wir uns jetzt eben den Indoraptor genommen und der ist hier auf Platz 3 gelandet warum ich das Design ich meine hier geht es um das Design und was kannst du denn für ein cooleres Design machen als schwarz mit goldenen Streifen ich finde das einfach ein unfassbar schönes Design ein furchteinflößendes Design so muss eine Kreatur aussehen so muss ein Monster aussehen und genau das war ja der Indoraptor gewesen er war ein Monster hier hat Universal wirklich super Arbeit geleistet bei der Erstellung dieses Konzeptes ich habe euch auch mal ein Video gemacht wo wir die verschiedenen Konzepte der verschiedenen Indoraptoren mal besprochen haben das habe ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt ich bin froh dass wir das am Ende bekommen haben mir gefällt der Indoraptor wirklich extrem gut auf Platz Nummer 2 haben wir die für mich größte Verschwendung an Raptor die man sich überhaupt vorstellen kann als ich das erste Mal ein Bild von diesem Tier gesehen habe dachte ich mir geil jetzt endlich bekomme ich eine neue Variante eines Raptor die wirklich furchteinflößend ist ich weiß noch damals wurde also kurz bevor Jurassic World Dominion angekündigt wurde wurde ganz klar gesagt dass Colin Favreau eine neue böse Raptoren Art herausbringen will also quasi eine Raptoren Gefahr da Blue und auch jetzt eben Beta ja keine wirkliche Gefahr mehr darstellen die sind ja eigentlich eher die Guten geworden dann kam das erste Bild raus von Owen mit so einem befiederten rot gefiederten Raptoren und ich dachte mir okay ist das jetzt eine Weiterentwicklung eines Jurassic Park 3 Velociraptoren und nein das Ergebnis am Ende war der sogenannte Pyro Raptor also eine komplette neue Raptoren Spezies die zum allerersten Mal komplett ein rotes Federkleid gehüllt ist ich glaube wir können uns alle einig sein dass dieses Design schon mindestens gut aussieht oder es gibt jetzt wahrscheinlich keinen der sagen würde man sieht das irgendwie schlecht aus und ich habe mir auch immer gedacht okay Raptoren oder auch in T-Rex mit Federn weil die Saurier hatten ja anscheinend früher wirklich so eine Art Fell oder Federn gehabt das sieht doch irgendwie nicht cool aus das Design hier hat mir aber gezeigt wie cool diese Kreaturen aussehen können diese Tiere aussehen können wenn sie wirklich auch akkurat zur damaligen Zeit dargestellt werden aus diesem Grund ist der Pyro Raptor für mich vom Design her auf Platz 2 allerdings echt extrem verschwendet in Jurassic World Dominion und auf Platz Nummer 1 wer jetzt aufgepasst hat wird es erraten haben mein unangefochtener Platz Nummer 1 ist ebenfalls ein Velociraptor aus dem Jurassic World Film den ich immer wieder als wahrscheinlich den schlechtesten Teil der gesamten Reihe betitel auch wenn das viele von euch anders sehen dieser Teil beherbergt den für mich allerbesten gruseligsten und irgendwo auch den schönsten Raptor der gesamten Jurassic Reihe und das ist auch wieder ein Atrosiraptor ich habe vorhin ja gesagt dass ich die drei Atrosiraptoren Pantera Reds und Tiger zusammen gemischt habe Ghost habe ich allerdings weggelassen tatsächlich ist Ghost bei mir auf Platz Nummer 1 gelandet ich habe das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet als wir auf den weiblichen Velociraptor von Jurassic Park 3 zu sprechen gekommen sind dass ich irgendwie diese weiße Farbe einfach mag ich finde diese Idee die weiß zu färben aus irgendeinem Grund sehr cool Ghost hat dann aber auch noch zu allem Überfluss rote Augen bekommen und eine andere Statur als jetzt die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 bei Ghost hatte ich einen ähnlichen Gedanken gehabt wie bei dem Pyroraptor damals als ich ihn zum allerersten mal gesehen hatte ich dachte mir damals wirklich okay das ist das ultimative Design daraus werden die jetzt was machen das sind die neuen bösen Raptoren das sind die 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 Antagonisten in diesem Film was sie dann aus Ghost & Co gemacht haben darüber lässt sich wieder streiten ich habe ja in dem Malta Video auch schon darüber gesprochen dass es eine andere Idee für die Szene gegeben hat und die hätte mir ein bisschen besser gefallen oder eigentlich viel besser gefallen was sie aus diesen Atrosiraptoren gemacht haben das war mir einfach zu wenig gewesen aber vom puren Design her ist bei mir Ghost unangefochten auf Platz Nummer 1 ich habe euch ja versprochen da wir das ganze Video hier gerade wirklich live auf Twitch aufnehmen dass ich euch auch mal die ein oder andere Ranking Liste der Community die gerade eben live mit dabei ist vorstelle zum einen haben wir jetzt hier eine Ranking Liste vom lieben Dan664477 erstmal vielen Dank dafür dass du dich dazu bereit erklärt hast deine Liste hier preiszugeben du hast die Velociraptoren jetzt auch mehr oder weniger zusammengepackt du kommst insgesamt auf 6 Plätze wenn ich das gerade hier richtig sehe du hast auf dem letzten Platz auf Platz 6 hast du die gesamten Jurassic World Velociraptoren gerankt ja muss ich wirklich sagen ich finde die auch nicht so sonderlich genial ich habe die ja bei mir auch relativ weit hinten gehabt auf Platz 9 einfach weil die Raptoren finde ich jetzt nicht irgendwie was besonderes machen die sehen quasi aus wie die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 nur halt anders angemalt gehe ich vollkommen mit auf Platz Nummer 5 hast du die Jurassic Park Raptoren gerankt ich habe die jetzt auch nicht sehr weit oben gerankt gehabt aber auf Platz Nummer 5 ist ja quasi der vorletzte Platz aber auch hier muss ich sagen meine Begründung hast du ja auch schon mitbekommen die Raptoren aus Jurassic Park 1 sind einfach schon sehr generisch und sehr Standard deswegen ich kann das nachvollziehen ist wahrscheinlich auch gar nicht böse gemeint aber da gehe ich auch irgendwo mit auf Platz Nummer 4 hast du die Raptoren aus The Lost World das ist auch in Ordnung die sind auf jeden Fall über den Raptoren aus Jurassic Park 1 würde ich definitiv auch sagen weil die einfach noch ein bisschen cooler ausgesehen haben und eben nicht mehr ganz so standardisiert waren wie die eben aus dem ersten Jurassic Park Film auf Platz Nummer 3 hast du den weiblichen Velociraptor aus Jurassic Park 3 und auf Platz 2 hast du den männlichen Velociraptor aus Jurassic Park 3 bei mir ist es ähnlich gewesen ich hatte den männlichen auch über den weiblichen gerankt wahrscheinlich bei dir eben auch wegen den Farben wegen der Farbgebung es geht hier rein nur ums Design nicht um den Auftritt auch da gehe ich bei dir vollkommen mit dass du auf Platz 1 den Pyro Raptor gerankt hast finde ich sogar super cool ich war auch kurz am überlegen ob ich den eher auf Platz 1 setze hat mir dann aber gedacht ne ich finde Ghosts ein bisschen cooler du hast jetzt hier die Arthrosiraptoren gar nicht mit gerankt aus Gründen ist aber auch gar nicht schlimm trotzdem finde ich es sehr interessant dass wir doch in sehr vielen Punkten gleich auf sind also wir ranken bestimmte Raptoren Spezies oder Arten und des Weiteren auch noch ein riesen Dank an Eric3818 du hast mir auch eine Liste zukommen lassen dein Ranking werde ich jetzt hier auch noch vortragen du hast auf Platz Nummer 10 hast du Beta gesetzt die kleine Beta haben wir vorhin auch schon im Chat gelesen ist ja hier auch von nicht gerade wenigen der mitunter wahrscheinlich beliebteste Raptor ich habe jetzt hier auch gelesen ja das ist ja noch ein Baby das wäre ja so süß gehe ich auch vollkommen mit Babys sind aber irgendwie immer süß ich finde das ist immer so ein ganz fieser Kritikpunkt und deswegen würde ich Beta auch tatsächlich in einen Topf mit Blue und Co werfen als Jurassic World Velociraptoren und deswegen auf Platz Nummer 10 finde ich ein bisschen krass aber ich kann es irgendwo nachvollziehen weil Beta halt wirklich ja vom Design her einfach nur Blue in klein ist auf Platz Nummer 9 hast du den Pyro Raptor gelistet das heißt du hast ihn auf den vorletzten Platz gesetzt der ist ja bei mir auf Platz Nummer 2 gelandet umso seltsamer dass du auf Platz Nummer 8 einfach mal den Ovi Raptor gerankt hast trotz allem würde ich das Design von Ovi Raptor niemals über den Pyro Raptor setzen ich finde da sprechen wir auf jeden Fall eine ganz andere Sprache da gehe ich überhaupt nicht mit auf Platz Nummer 7 hast du Blue gesetzt Blue war bei mir wesentlich weiter hinten ich hätte Blue auch mit Beta irgendwie auf eine Linie gesetzt aber du hast Blue ein bisschen höher gerankt aus ich kann mir die Gründe jetzt hier nur so zusammen reimen ich schätze ihn aber auch aus vielleicht sogar aus nostalgischen Gründen kann man bei Jurassic World schon aus nostalgischen Gründen sprechen oder von nostalgischen Gründen sprechen ich verstehe warum viele Leute Blue einfach mögen weil sie halt einen Charakter bekommen hat allerdings ja wie gesagt ich bin da vom Design nicht ganz so überzeugt auf Platz Nummer 6 hast du die Jurassic Park 2 Velociraptoren und auf Platz Nummer 5 hast du die Raptoren aus Jurassic Park 1 gerankt das heißt du hast die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 über die aus dem zweiten Teil gerankt möglicherweise hier kann ich von Nostalgie sprechen da würde ich es komplett verstehen wenn man eben sagt ja die Original Velociraptoren sind einfach die geilsten und Punkt das würde ich auf jeden Fall verstehen auf Platz Nummer 4 hast du die gesamten Atrosiraptoren gesetzt das heißt Ghost, Rat, Tiger und Pantera sind bei dir alle auf einem Platz gelandet Platz 4 ist okay ich habe ja Ghost auf Platz 1 hoch gerankt ich meine ja Platz 4 ist aber noch in Ordnung weil sie doch sehr vergessenswert sind was aber auch einfach an dem Auftritt liegen kann den sie in Dominion hingelegt haben ich bleibe immer noch dabei Ghost ist für mich unangefochten Platz Nummer 1 auf Platz Nummer 3 hast du den Indoraptor gesetzt und jetzt kommen wir schon wieder näher zusammen war der bei mir auch auf Platz 3 gewesen ich glaube nämlich schon oder ich meine ich habe einen Indoraptor auch auf Platz 3 gehabt weil er mir eben einfach auch sehr gut gefällt ich finde den Kontrast zwischen schwarzer Haut und goldenem Streifen ist perfekt für dieses Tier jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2 und Platz Nummer 1 du hast auf Platz Nummer 2 der gesamten Raptoren Ranking Liste die männlichen Velociraptor aus Jurassic Park 3 und auf Platz 1 hast du die weibliche Variante gesetzt das hatte ich ja auch andersrum gehabt das heißt du hast quasi eine komplett andere Liste als ich erstellt finde ich sehr cool und auch mal sehr interessant wie jetzt Leute von euch die verschiedenen Velociraptoren Arten und Spezies aus dem gesamten Jurassic Franchise ranken nochmal vielen Dank an die beiden Community Mitglieder die mir ihre Liste zur Verfügung gestellt haben jetzt bin ich wie immer auf deine Meinung gespannt was sagst du zu dem ganzen Thema wie ist dein Ranking was sagst du zu meinem Ranking schreibt mir auf jeden Fall alle eure Gedanken und alle eure Listen in die Kommentare unten rein in diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute mit dem Video ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal Ciao In den Weiten des Internets kursieren zahlreiche Gerüchte über bestimmte Jurassic Park Begebenheiten die angeblich faktender bestätigt werden ein sehr weit verbreitetes Gerücht ist das dass der T-Rex, den der Spinosaurus in Jurassic Park 3 tötet der gleiche T-Rex ist, den wir in Jurassic Park 2 also die vergessene Welt sehen nur eben als Baby ich hab da jetzt mal nachrecherchiert und wir beantworten in diesem Video die Frage ob da was dran ist viel Spaß mit dem Video wenn euch das Thema Kaiju interessiert lasst einen Like da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke es wäre natürlich schon wirklich fies ich meine der kleinen Rex hat so viel mitgemacht er wurde von Roland verletzt und am Boden fest gekettet Nick Venown hat ihm einfach mal aufs Schienbein gerotzt und zum Schluss von Jurassic Park 2 hat er sich dann noch an der Brille von Ludlow verschluckt eigentlich müsste man doch sagen okay, das arme Tier hat jetzt genug mitgemacht er hat jetzt seinen Frieden verdient das sehen aber manche Fans anders denn die gehen davon aus dass der T-Rex, der in Jurassic Park 3 stirbt der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 2 sein muss die Begründungen dafür sind so ein bisschen schwankend also die machen nicht wirklich viel Sinn eine dieser Begründungen ist zum Beispiel die folgende dass der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 3 ja auch eher so einen grünlichen Hauch hat ähnlich wie eben auch der Baby Rex aus die vergessene Welt Jurassic Park 2 da kann man aber gleich mal einhaken der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park 3 kommt nur ganz kurz vor und wechselt aber tatsächlich zweimal die Farbe als der T-Rex nämlich noch als animatronische Puppe benutzt wurde ist er auch eher gräulich so wie wir ihn eigentlich auch aus Jurassic Park 1 kennen sobald der Rex aber dann anfängt loszulaufen und hier das CGI einsetzt ist er aus irgendeinem Grund grün ich habe keine Ahnung wie sowas passieren kann aber die Farbe switcht hier schon mal hin und her nehmen wir einfach mal an okay der T-Rex aus Jurassic Park 3 hat aber schon immer diesen grünlichen Ton gehabt und das war eben nur ein Filmfehler gewesen was es eben auch war ist die Aussage ja der T-Rex aus Jurassic Park 2 der Baby Rex hat eine ähnliche Farbe wie der Rex aus Jurassic Park 3 ein bisschen schwach denn Tiere verändern ihre Farbe wenn sie größer werden das sieht man bei Hunden vor allem bei denen sich sogar das Muster im Fell komplett verändern kann ein anderer Aspekt der dafür sprechen soll dass der Tyrannosaurus Rex aus Jurassic Park 3 der Baby Rex aus The Lost World ist ist der, dass der T-Rex hier noch nicht ausgewachsen zu sein scheint deswegen ist er auch wesentlich kleiner als der Spinosaurus und das kann man aber widerlegen hierzu habe ich sogar ein paar Fakten gefunden zum Beispiel einmal eine Tabelle die zeigt wie groß die unterschiedlichen Rexe die wir eben im Verlauf der Geschichte sehen sind der Tyrannosaurus Rex den wir aus Jurassic Park 1 kennen ist der größte den wir bisher haben also Rexe ist so das Nanplusultra an Gewaltigkeit eines Tyrannosaurus den wir jemals auf der Leinwand gesehen haben wenn man sich jetzt mal das Alter von Rexe anschaut dann wird einem dann schon ein bisschen seltsam man fragt sich, okay, das ist aber schon irgendwie komisch der Tyrannosaurus Rex, also Rexe wurde laut offiziellen Angaben der offiziellen Jurassic Park Website im Jahr 1990 ausgebrütet Jurassic Park, der Film, spielt im Jahr 1993 das heißt, Rexe hat gerade mal drei Jahre gebraucht um komplett auszuwachsen der Grund dafür ist ganz einfach die Genmanipulation das wird im Buch auch ab und zu mal angesprochen dass die Saurier sich schneller entwickeln ihr habt mir jetzt auch geschrieben das wäre sogar in den Filmen mal erwähnt worden ich erinnere mich da nicht dran ich weiß aber im Buch ist es auf jeden Fall ein Teil der Geschichte dass die Dinosaurier schneller heranwachsen weil John Hammond ist halt eben geldgeil er denkt natürlich daran so neue Attraktionen, wie er sie immer nennt oder wie sie in Jurassic World genannt werden neue Produkte müssen eben schneller auf den Markt kommen aus dem Grund wachsen die Saurier wesentlich schneller heran als sie in der Natur, als sie in Natura machen würden nehmen wir jetzt nochmal die Theorie auf dass der T-Rex aus Jurassic Park 3 der Kleene Rex aus The Lost World ist der ist aber zu diesem Zeitpunkt schon geschlüpft das heißt, er muss nicht unbedingt ein Jahr alt sein das wird auch glaube ich gar nicht erwähnt wie alt das Tier ungefähr ist aber er muss ja mindestens um das jetzt wirklich mal ganz plump und blöde auf das Minimalste runterzubrechen er muss mindestens einen Tag alt sein denn er ist ja schon auf der Welt wir haben jetzt gesehen, dass Rexy drei Jahre gebraucht hat, um komplett auszuwachsen Jurassic World Vergessene Welt spielt im Jahr 1997 Jurassic Park 3 hingegen spielt im Jahr 2001 das sind aber jetzt vier Jahre das heißt, wir haben hier einen T-Rex, der noch nicht ganz ausgewachsen ist so behaupten das zumindest die Fans wenn das aber jetzt der kleine Rex aus Jurassic Park 2 wäre hätte er nicht nach vier Jahren ungefähr genauso groß sein müssen wie Rexy selbst? jetzt werden viele von euch sagen, ja gut, der Spinosaurus ist aber auch einfach größer als ein ausgewachsener T-Rex stimmt hierbei nicht so ganz ich habe hier mal eine Tabelle für euch hier wird angezeigt, wie groß der Spinosaurus im Ungefähren zum Vergleich zu Rexy gewesen wäre und da merkt man, dass der großen Unterschied zwischen dem T-Rex aus Jurassic Park 3 doch ein bisschen heftiger ist im Vergleich zum Spinosaurus als es eben hier Rexy zum Spinosaurus gewesen wäre Spiele wie Jurassic World Evolution 2 nehmen sich der Thematik auch an weil hier auch hier bemerken wir, dass der Tyrannosaurus Rex im Vergleich zum Spinosaurus gar nicht mal mehr so klein wirkt im Film war das eben anders aus diesem Grund geht man davon aus okay, das muss ein jüngerer Rex gewesen sein im Internet kursieren ganz viele Aussagen von wegen der Regisseur hat mal behauptet, das wäre ein Kind da wurde das mal gesagt ich habe keine Aussage aus erster Hand lesen können da habe ich zumindest nichts gefunden wenn ihr sowas habt, schickt es mir bitte in die Kommentare unten rein wir gehen aber einfach mal davon aus, dass das wirklich stimmt und dass der Regisseur selber bestätigt hat okay, das ist ein kleinerer, ein jüngerer T-Rex in dem Fall würde es keinen Sinn machen dass das hier der Rex aus Jurassic Park 2 ist und um euch jetzt noch eine offizielle Antwort auf die Frage zu geben habe ich hier noch ein Zitat vom Regisseur selbst in Bezug auf den Kampf Spinosaurus gegen den T-Rex da wurde zwar nicht die Frage gestellt ist das der gleiche Rex aus den Jurassic Park 2 Filmen aber es wurde eben die Frage gestellt was man sich bei dem Kampf gedacht hat was war der Hintergrund dabei und die Antwort darauf ist gewesen dass der Spinosaurus eben eine neue Bedrohung darstellen wollte man wollte sich mit dem Auftreten des Spinosaurus quasi einen neuen Alpha Predator ein neues Maskottchen für die weiterführenden Jurassic Park Filme sichern die halt eben nie gekommen sind aus diesem Grund musste natürlich das neue Böse das alte mächtigste Wesen im Jurassic Park Universum vernichten um eben darzustellen jetzt bin ich der Boss das heißt, wieder einmal haben wir eine Szene die gar nicht wirklich weiter gedacht wurde da haben sich viele Fans wesentlich mehr Gedanken drüber gemacht als der Regisseur selbst aus offizieller Seite aus muss man daher ganz klar sagen nein, es ist nicht der Tyrannosaurus Rex aus dem zweiten Teil das war so nie geplant das wurde so nie gesagt das wurde so nie bestätigt wie gesagt, wenn ihr der Meinung seid ihr habt da andere Informationen schickt mir den Link mit dazu in die Kommentare rein ansonsten kann ich darauf nur sehr schwer eingehen das ist das, was ich darüber herausgefunden habe wenn man das Ganze jetzt dennoch eben weiterspinnt und sagt ja, aber es könnte doch theoretisch sein habe ich jetzt hier glaube ich auch bewiesen nee, könnte es eben nicht der T-Rex müsste wesentlich größer sein wenn er eben der kleine Rex aus Jurassic Park 2 wäre noch dazu gibt es YouTuber die Videos darüber gemacht haben wo sich Jurassic Park 3 und Jurassic Park 2 abspielen und es sind auch zwei komplett verschiedene Gegenden also alles spricht dafür dass wir hier einfach einen weiteren T-Rex hatten der eben ins Revier vom Spino gekommen ist und dann umgebracht wurde ich will damit jetzt auch niemandem irgendwie so die Illusion zerstören ja, weil das wäre doch dann cool gewesen irgendwie eine runde Geschichte wenn das eben der Baby Rex gewesen ist wenn ihr da plausible Theorien dazu habt schreibt mir das auch in die Kommentare unten rein ich finde sowas immer cool wenn man sich dann doch irgendwie selbst ein stimmiges Gesamtbild da zusammenbasteln kann aber nach allem, was ich gelesen habe nein, macht es keinen Sinn dass das eben der Baby Rex aus Jurassic Park 2 ist die Rex-Familie hat ganz woanders gelebt der T-Rex hätte viel älter sein müssen und der Regisseur hatte sowas eben nie im Hinterkopf gehabt obwohl was Jurassic Park 3 angeht hat der Regisseur einiges nicht im Hinterkopf gehabt und da kommen noch Videos zum ein oder anderen Thema ich weiß, die Antwort ist nicht ganz so befriedigend aber das ist eben das, was ich jetzt hier raus lesen kann und wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt und wollt jetzt von mir eine Antwort haben sage ich euch ganz klar nein, das ist nicht der gleiche Rex wie aus The Lost World Jurassic Park 2 allerdings bin ich nicht der Einzige der sich mit diesem Thema beschäftigt hat der liebe Peterio hat nämlich auch ein Video zu dem Thema gemacht schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei abonniert seinen Kanal und unterstützt ihn genauso wie ihr mich unterstützt habt weil er nämlich auch sehr geilen Jurassic Park Content macht ich bin gespannt auf dein Video, lieber Peterio ob du da vielleicht andere Infos hast als ich aber ich bleibe bei der Aussage nein, das ist nicht der T-Rex aus Jurassic Park 2 in diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute mit dem Video schreibt mir weitere Fragen in die Kommentare rein ich werde versuchen alles zu beantworten sofern ich das eben kann sofern ich Infos dazu herausfinde und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann, ciao erst vor wenigen Tagen habe ich ein Video aufgenommen wo es um den Tod von John Arnold geht also Samuel L. Jacksons Charakter und habe das Video ganz verheißungsvoll genannt wir lösen das größte Mysterium aus Jurassic Park beim Durchlesen der Kommentare bin ich da auf einen ganz speziellen Kommentar gestoßen und zwar von Arctros1845 er hat nämlich geschrieben ich finde die Schlucht oder den Abhang oder Graben im T-Rex Gehege viel mysteriöser daraufhin habe ich ihm dann einfach zurückgeschrieben du, ganz ehrlich, das ist für mich aber kein Diskussionsstoff weil das ist im Endeffekt einfach ein Filmfehler hat hier einfach einen Fehler gemacht und hat dann irgendwie eine Schlucht eingefügt im Film, damit das eine coole, spannende Szene ergibt und dann habe ich da so ein bisschen recherchiert und dann habe ich gemerkt das stimmt so nicht ganz das heißt, ich bin beim Recherchieren sogar auf genaue Setbilder gestoßen beziehungsweise auf Set-Skripte nennt man das so außerdem habe ich Bilder dazu gefunden die offiziell zum Kanon gehören und das Ganze erklären also ja, es gibt eine Erklärung dafür dass der T-Rex quasi hier einfach aus dem Gehege rausläuft und hier später eine Schlucht ist wie sich das Ganze erklären wird das erfährst du jetzt in diesem Video aber Achtung, ganz kurze Warnung das ist gar nicht so spektakulär wie ich gedacht habe aber ey, fangen wir an wenn euch das Thema Kaiju interessiert lasst ein Like da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke als Kind ist mir das nie aufgefallen und ich möchte einfach mal wetten dass den meisten von euch das damals auch nicht aufgefallen ist wenn man das aber einmal weiß dann kriegt man das nicht mehr aus der Birne raus und ich rede hier von der Szene in der der T-Rex aus dem Gehege ausbricht die Szene aus Jurassic Park 1 eine der ikonischsten Szenen aus dem gesamten Jurassic Park Franchise und hier sehen wir ganz klar der Tyrannosaurus Rex steht oben quasi auf einer Höhe mit der Straße auf der sich unsere Helden befinden und läuft aus dem Gehege raus komischerweise geht das Ganze dann aber so aus dass Lex und Tim in einem umgekippten Fahrzeug eingesperrt werden und der T-Rex schmeißt das Auto dann oder schiebt das Auto dann über eine Klippe drüber Lex schafft es noch aus dem Auto heraus Tim allerdings nicht und plötzlich fliegt die Karre in eine relativ große Schlucht und man dachte als Zuschauer okay der kleine Tim ist jetzt tot hier kam dann immer wieder die Frage auf wie kann das denn sein wenn der T-Rex doch eben gerade noch wirklich auf einer Ebene mit der Straße war aus dem Gehege rausgelaufen ist wo kommt denn bitte dieser fucking Abgrund auf einmal her? zum einen war hier von einem Graben die Rede das ist aber auch Quatsch weil der Graben müsste viel zu groß sein später sehen wir ja auch noch wie Alan Grant hinunter in den Graben läuft und quasi nach Tim sucht beziehungsweise er und Lex gehen runter und suchen dann nach Tim da sieht man auch nichts von einer anderen Seite eines Grabens nur ein Graben bei zwei Seiten das sieht man eben im Film auch nicht der Graben ist Quatsch und ich bin bei der Recherche auf folgendes Bild gestoßen das mag im ersten Moment alles nach ziemlichem Kritzelwirrbarm aussehen aber an sich zeigt uns das Bild eine ganz wichtige Sache die sehen wir nämlich in der Mitte wo der T-Rex gerade aus dem Gehege ausbricht die Nummer 7.1 die ist auf dem Bild betitelt als so lese ich das zumindest raus the hottest spot ich glaube das soll aber the highest spot heißen kann das Ganze mit viel Fantasie the highest spot heißen sprich ein Berg oder eben eine Anhörung auf jeden Fall geht es hier eben darum dass diese Anhörung wohl dazu gedacht gewesen ist dass die Futterstation auf der Anhöhe war damit die Besucher später ähm den T-Rex zu Gesicht bekommen wenn eben die Ziege auf der Anhöhung präsentiert wird der T-Rex läuft dann eben da hoch frisst die Ziege die Besucher sehen den T-Rex und decken sich alle ah geil geil das hier ist eine offizielle Zeichnung ähm vom Skript die später eben für den Film gebraucht wurde um die Szene umzusetzen noch dazu gibt es hier eine Beschreibung der Szene die ich euch hier gerade mal einblende und hier wird das was ich euch eben gerade erklärt habe auch noch wirklich beschrieben das was wir nämlich hier sehen ist einfach dass der Standpunkt wo der T-Rex steht ist eben auf dieser Höhenebene der Standpunkt aber wo das Auto dann später den Berg runter fällt ist einfach ein Stückchen weiter an der Seite und deswegen fliegt das Auto eben so in die Tiefe weil da eben eine gewaltige Schlucht ist und der eigentlich das T-Rex Gehege ist das zweite Bild was ich jetzt hier für euch habe untermalt das Ganze noch mal ein bisschen mehr hierauf sehen wir nämlich dann die Fahrzeuge quasi in grün wie sie zuerst stehen geblieben sind wenn wir uns jetzt hier mal die beiden eingezeichneten Autos angucken also die eben jetzt hier in grün dargestellt sind sieht man hier auch ganz schön wie sich die Autos während des Ausbruchs des T-Rex auch weiter bewegt haben zum Teil eben weil der T-Rex auch selber die Autos bewegt hat das obere Auto ist das um das es geht das habe ich hier gerade mal umrahmt und da sieht man eben auch dass der T-Rex das Auto zuerst an die Seite geschoben hat und dann aber nochmal ein Stückchen rüber wenn wir jetzt mal die rechte Seite des Geheges betrachten da sehen wir dann so eine Linie die durchgezogen ist und ein Stück unter der Linie sehen wir hier Goat Feeding Spot also das ist der Spot an dem die Ziege auftaucht die verfüttert wird und das ist eben dann diese Anhöhe auf der rechten Seite oder je nachdem wie man eben drauf schaut wenn wir auf das Gehege schauen auf der linken Seite merkt man dann dass eine Linie durchgezogen ist und hinter der Linie quasi beginnt der Abgrund das heißt der T-Rex hat das Auto bewegt in Richtung Abgroten hat es dann eben darunter geschmissen die folgende Zeichnung ist auch die letzte die ich jetzt hier in petto habe die ich gefunden habe ist eine offizielle Zeichnung zum Film die Zeichnung zeigt uns den Jurassic Park als er schon komplett verwildert ist das Ganze wird anscheinend irgendwann zwischen Teil 1 und 2 angesiedelt sein keine Ahnung da war nichts dazu beschrieben hier sieht man auf jeden Fall auch das T-Rex Gehege und auch hier sieht man wie der Brachiosaurus auf eine Anhöhe steigt während der andere noch unter ihm ist und das ist eben die Stelle in der der T-Rex auch ausgebrochen ist und das war es im Endeffekt auch schon gewesen ich dachte mir wir quatschen da mal drüber zum einen weil ich eben einfach behauptet habe ey das ist ein Filmfehler und zum anderen weil ich es interessant finde dass man das so simpel erklären kann und jetzt habt ihr hier eure Erklärung das Thema ist jetzt auch vom Tisch darüber müssen wir nicht mehr quatschen und das war es eben auch schon gewesen das war eine Anhöhe auf die ist der T-Rex gelaufen und hat die Ziege gemampft und ist dann über die Anhöhe ausgebrochen er hat das Auto aber in die andere Richtung geschoben und dann quasi die Anhöhe runter geschoben das war es das ist das ganze Geheimnis dahinter ist auch finde ich das plausibelste was da passiert ist ich meine mir ist das jahrelang nicht aufgefallen dass da irgendwas nicht sein kann wenn man das aber einmal im Kopf drin hat dann stört einen diese Szene doch immer irgendwie und jetzt habe ich aber hier diesen Störfaktor auch für euch mal rausgenommen jetzt könnt ihr den Film wieder ganz toll genießen und wenn eure Freundin oder euer Freund wer auch immer mal neben euch hockt und dann meint da stimmt aber irgendwas nicht dann könnt ihr ganz bewusst auf Pause drücken und sagen Moment ich kann dir das erklären ziemlich coole Sache ich hoffe ich konnte euch hiermit weiterhelfen und konnte euch da so den kleinen Trigger beim Film gucken irgendwie entfernen ich finde es cool ich muss sagen dass mich die Szene dann irgendwie auch immer so ein bisschen so ich hab ja es war es fällt halt dann doch auf wenn ihr das nächste Mal Jurassic Park in den Blu-ray Player reinschmeißt dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid da gibt es keinen Grund sich drüber aufzuregen das hat alles seinen Sinn Sinn macht es übrigens auch den Kanal hier zu abonnieren weil ich in Zukunft wesentlich mehr Jurassic Park Jurassic World und auch Godzilla Content bringen werde und mir jetzt auch das Buch vornehme das heißt wir besprechen das Buch das Ganze wird eben ablaufen wie eine Serienbesprechung wie ein Review zu einer Serie oder zu einem Film nur dass ich eben Kapitel für Kapitel das Buch mit euch zusammen durchgehe wenn ihr davon nichts verpassen wollt dann klickt auf jeden Fall nochmal auf die Glocke abonniert den Kanal wie gesagt und genießt sämtliche Fakten, Theorien, Gerüchte über den Jurassic Park über Jurassic World und eben auch über das Godzilla Universum in diesem Sinne ich wünsche euch was wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder bis dann ciao wenn du mich fragen würdest wie sich denn Jurassic Park wirklich definiert beziehungsweise was denn so ein Grund ist diese Filme im Kino anzuschauen könnte ich dir genau zwei Gründe nennen zum einen natürlich die Dinosaurier zum anderen die Tode gerade was die Tode angeht ist das Jurassic Franchise extrem kreativ es gibt Tode auf dem Klo Tode im Auto extrem heftige Tode in einem riesengroßen Pool mit einem riesengroßen Fisch also wirklich die Tode in Jurassic Franchise generell sind einfach unfassbar kreativ und vor allem sind sie in der Regel noch eins nämlich endgültig das trifft aber nicht auf diesen Toten im Video zu wir besprechen heute warum Billy oder eher wie Billy in Jurassic Park 3 überleben könnte viel Spaß mit dem Video bevor das Video losgeht möchte ich noch den Personen danken die sich dazu entschieden haben Mitglied auf diesem Kanal zu werden alle Mitglieder des Kanals Anon Kildrewers werden in Zukunft exklusiven Content bekommen in Form von Vlogs oder eben allem anderen möglichen Kram abseits des Themas Jurassic World Jurassic Park oder eben Godzilla als kleines Beispiel im August habe ich einen Fallschirmsprung vor mir das scheiß ich mir jetzt schon in die Hose das wird zum Beispiel eins der zahlreichen exklusiven Content Videos sein die ihr auf diesem Kanal als Mitglied sehen können werdet vielen Dank dass ihr den Kanal mit eurer Mitgliedschaft unterstützt und exklusive Content startet nächste Woche switchen wir jetzt mal wieder zurück zum Thema Jurassic Park 3 und ja es ist schon wieder Jurassic Park 3 denn die Fragen zu diesem Film sind irgendwie massig und ich kann schon mal ganz kurz ankündigen ich habe mir jetzt sämtliche Theorien ehemalige Skripteinträge verfrühte Drehbücher oder auch nur Gerüchte geschnappt und habe angefangen mein eigenes was heißt mein eigenes also aus diesen ganzen Schnipseln habe ich ein Drehbuch zusammengeschrieben wie ein Jurassic Park 3 hätte aussehen können das Video ist ein bisschen anspruchsvoller deswegen dauert das auch ein bisschen länger ihr werdet mir nachsehen dass jetzt eben nicht mehr jeden Tag Content kommt bis dann eben das ein oder andere Projekt abgehakt sind aktuell stehen noch drei Projekte aus die dann ein bisschen aufwendiger sind zum einen eben das neue Drehbuch von Jurassic Park das ich mir dann da selber zusammengedichtet habe zum anderen bekommt ihr ein ganz spezielles Video mit der Deutschen Paläontologengesellschaft in dem ein echter Paläontologe eure Fragen beantwortet das kommt noch wir sind dabei ich schätze mal das Ganze wird so Mitte Juli hochgeladen werden können das dritte Projekt halte ich erstmal noch geheim weil ich nicht ganz genau weiß wie das umsetzbar ist aber es ist auf jeden Fall noch was Drittes in Planung jetzt habe ich wieder sehr viel geschwafelt ohne wirklich zum Punkt zu kommen wir machen aber jetzt sofort weiter mit dem eigentlichen Thema Billy ist mit einer der Hauptcharaktere aus Jurassic Park 3 und irgendwie so der Sidekick von Dr. Alan Grant also wir kannten ihn vorher nicht Billy war nicht in Jurassic Park 1 auch nicht in Jurassic Park 2 mit dabei aber irgendwie scheinen Alan Grant und Billy schon so eine Connection zu haben die scheinen sich also zu kennen ist ja auch vollkommen cool weil ich meine zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3 sind ja auch immerhin 8 Jahre vergangen es müssten 8 Jahre sein bin ich der Meinung und in dieser Zeit werden sich die beiden wohl kennengelernt haben Billy fliegt also mit Dr. Alan Grant auf die Isla Sauna zusammen mit den Kirbys weil sie da eben eigentlich mehr oder weniger gelinkt wurden um nach Ben Hildebrandt und Eric zu suchen übrigens zum Thema Ben Hildebrandt habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht das habe ich dir gerade mal hier oben verlinkt in diesem Video erfährst du warum Ben oder eher wie Ben wirklich gestorben ist relativ zum Ende zu Jurassic Park 3 hin sehen wir dann wie Billy sich eigentlich selbstlos opfert beziehungsweise er rettet Eric und den Rest der Gruppe indem er die Tyranodon ablenkt und auch noch schreit verschwindet, verschwindet und die Tyranodon stürzen sich auf ihn drauf und wir sehen nur noch wie er in der reißenden Strömung verschwindet und wir gehen als Zuschauer davon aus dass Billy tot ist das ist eigentlich eine ziemlich dramatische Szene denn Billy ist kein schlechter Kerl gewesen wir bekommen kurz davor noch mit dass sich Alan und Billy so ein bisschen kappeln weil Billy auf die dumme Idee gekommen ist Raptoreneier zu klauen allerdings macht er das nicht irgendwie aus Eigennutz nein, er möchte damit die gesamte Paläontologen-Arbeit ähm, und Ausgrabungsstätten an denen Dr. Alan Grant und eben Billy arbeiten finanzieren und da eben ein bisschen Geld reinbringen das heißt die Aussage, die wir kurz darauf von Alan bekommen von wegen, ähm, Billy sie sind nicht anders als die Typen die diesen Laden hier erschaffen haben wo er eigentlich auf John Hammond anspielt ist meiner Meinung gar nicht mal so verkehrt denn auch John Hammond wollte den Leuten etwas geben er hat einfach nur nicht weit genug gedacht dass es auch in die Hose gehen kann ähnlich war das auch bei Billy der hat so das Vorausschauen einfach gefehlt und das hat ihn so ein bisschen naiv wirken lassen trotzdem war er eigentlich ein guter Kerl und hat diesen Tod nicht verdient jetzt kommen wir zum großen Clou an der Sache Billy stirbt nämlich auch gar nicht ganz zum Schluss sehen wir nämlich wie er von den Marines und von der Navy und wer da alles aus dem Wasser rausgeschossen bekommt scheinbar gerettet wurde er liegt zumindest in einem dieser Helikopter auf einer Trage und wurde auch schon längst versorgt und die Frage ist jetzt hier wie hat Billy das geschafft? ich habe mir Theorien zu dieser Frage durchgelesen und eine davon oder eigentlich die gängigste davon ist dass Billy wohl diesen Fluss abwärts getrieben ist irgendwann ans Meer gekommen ist und da wurde er dann eben von den Marines gerettet die dann irgendwie die Vögel abgeschossen haben oder ähnliches die Theorie kann ich hiermit irgendwie nicht unterstützen das fällt mir schwer wenn ich jetzt irgendeinen Denkfehler habe das vorkommen soll öfter schreibt mir das in die Kommentare unten rein aber wir sehen diesen ganzen das ganze Szenario mit Billy und eben auch dem Tyranodon spielt ja zum Anbruch der Dunkelheit es kann auch einfach sein dass das Szenario von dem Tyranodon einfach nur sehr dunkel ist weil da eben der ganze Nebel im Raum ist nein ich meine es wäre sogar nicht mal nachts gewesen wir sehen dann ja später noch wie Alan und Co. auf dem Schiff wegtuckern und dann kommt ja dieser Brachiosaurus nochmal an und sie unterhalten sich nochmal alle über Billy das Ding ist eben dass daraufhin immer noch die Spinosaurus Szene kommt und die spielt ja definitiv im Dunkeln also nachts Billy hätte also stundenlang durch diesen Fluss treiben müssen um dann ganz zum Schluss vor den Navies aufzutauchen die Tyranodon hätten ihn stundenlang bearbeiten müssen bis diese aufgetaucht werden und ihn dann schließlich gerettet hätten also ich hoffe ihr versteht was ich da für Schwierigkeiten mit dieser Logik habe weil naja er wird tagsüber angegriffen und dann haben wir nachts und am nächsten Tag kommt die Navy ja erst am Strand an das heißt die Navy kann ihn theoretisch nicht gerettet haben so sehe ich das zumindest es sei denn die haben wirklich im Wasser gewartet bis jemand am Strand auftaucht und haben dann gesagt jetzt kommen wir aus dem Wasser und schreien Überraschungen wie so eine Stripperin aus der Geburtstagstorte eine weitere Theorie geht davon aus dass Billy relativ schnell ins Meer getrieben wurde und deswegen unter Wasser tauchen konnte auch hier muss ich sagen weiß ich eben nicht wir sehen ja in Jurassic World dass zumindest diese kleinen Flugsaurier ich weiß nicht genau wie die heißen aber die können ja auf jeden Fall tauchen und die Tyranodon werden das genauso können das heißt sie hätten einfach unter Wasser schießen und Billy wieder rausholen können irgendwie muss es Billy also gelungen sein sich von diesen Vögeln loszureißen wenn man die Frage wie hat Billy jetzt überlebt einfach mal bei Google eingibt zumindest auf Englisch How did Billy survive Jurassic Park 3 bekommen wir folgende Antwort es ist unbekannt wie er überlebt hat aber es kann davon ausgegangen werden dass er flussabwärts gespült und von der Rettungsmannschaft gefunden wurde wie gesagt hier habe ich meine Schwierigkeiten mit weil eben Tag und Nacht da müsste ja ewig lang dann diesen Bach runter gedümpelt sein also habe ich mal weiter recherchiert was kann denn plausibel passiert sein dass Billy schwer verletzt überlebt hat und die Antwort ist eigentlich relativ simpel des weiteren sollten wir auch berücksichtigen dass Billy im ursprünglichen Skript sterben sollte also Billy war eigentlich als tot geschrieben die Entscheidung ihn doch noch am Leben zu lassen war sehr wahrscheinlich einfach kurzfristig gewesen um so einen schönen Oha-Effekt zu machen oder so ein schönes Ach Gott erlebt noch cool das heißt diese Stelle muss nicht zwingend im Skript drin gestanden haben weil nochmal ursprünglich im Original Skript zu dem komme ich auch noch bei einem anderen Video sollte Billy sterben also wieder einmal haben wir jetzt hier den Fall dass es einfach nur ein Effekt erwirken sollte es gibt keine offizielle Antwort nicht vom Regisseur oder von irgendjemandem Regisseur hat eben nur betont ja er sollte ursprünglich im Skript sterben meiner Meinung nach wäre das auch irgendwie dramatischer gewesen nachdem Alan ihm einfach an den Kopf wirkt dass er ein schrecklicher Mensch ist wenn er danach gestorben wäre man hat sich aber dazu entschieden ihn wiederzuholen warum ist auch vollkommen wurscht es geht nur darum wie hat Billy denn überleben können und hier bin ich auch auf eine Fantheorie geworfen gestoßen die sich so ein bisschen sachlicher mit der Thematik auseinandergesetzt hatten ich habe mir gedacht das würde eigentlich so passen das macht irgendwie Sinn wir sehen ja wie Billy ganz zum Schluss weggespült wird und die Pteranodon picken noch an seinem Fleisch rum das alles passiert aber noch innerhalb der Kuppel also innerhalb des Vogelkäfigs im späteren Verlauf dieser Vogelkäfigs Szene sehen wir wie Alan und Mr. Kirby waren es meine ich gewesen unter dem Vogelkäfig durchtauchen können das schafft dann der Pteranodon aber eben nicht also er hängt dann weiter an diesem Netz fest und kommt nicht unten durch diese Theorie besagt ganz einfach dass so ein Loch quasi unterhalb des Vogelkäfigs auch auf der anderen Seite wäre das heißt Billy wäre einfach unter dem Vogelkäfig durchgeschwemmt worden während die Pteranodons noch an ihm rumgepickt haben auf einmal wurde er durch das Loch durchgeschwemmt und die Vögel kamen nicht mehr hinterher so ist er eben dann schwer verletzt irgendwie an die Küste gespült worden und musste dann da mehrere Stunden überleben bis dann erst die Navy eingetroffen ist und ihn eben so gerettet hat wie gesagt das Ganze wurde nie offiziell bestätigt aber ich finde es macht einfach irgendwie Sinn ich meine wenn wir auf der einen Seite doch sehen dass da unten durch irgendwie ein Ausgang ist zumindest für Lebewesen die schwimmen können dann macht es Sinn dass es auch auf der anderen Seite sowas gibt zumindest wäre es nicht unwahrscheinlich weil die Szene eben wie gesagt sich im Vogelkäfig noch abspielt das ist also jetzt meine offizielle Lösung die ich dir hier so preisgeben kann was für mich auch am meisten Sinn macht Billy wurde also als er von dem Pteranodon angegriffen wurde aus dem Käfig rausgespült und hat dann Stunden später da wurde er dann eben von den Soldaten von der Rettungsmannschaft gerettet und versorgt es mag weiterhin fraglich sein warum die dann aber erst später aus dem Wasser rausschießen und ey Jurassic Park 3 die ganze Produktion war ein Riesenchaos gewesen es ist teilweise wirklich schwer sich auch selber ein Bild davon zu machen wie das alles Sinn machen könnte wie gesagt ich arbeite aber schon dran dass ihr bald meine Version von Jurassic Park 3 hier auf diesem Kanal sehen könnt die ich anhand der wirklich ursprünglichen Skripte oder eben auch Fantheorien alles was wir auf dem Kanal hier bearbeitet haben zusammengesetzt habe jetzt ist deine Meinung gefragt würde das Sinn machen wäre das nicht einfach das plausibelste dass Billy da unten durchgerutscht ist und eben die Pteranodon nicht mehr hinterher gekommen sind meiner Meinung nach ja sag mir jetzt deine Meinung und damit bin ich auch schon wieder raus mit diesem Video für heute ich hoffe es hat dir gefallen ich hoffe ich hab dir die Antwort ein bisschen schmackhafter machen können und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Video wieder bis dann okay bevor das Video losgeht darf ich dir ganz kurz eine Frage stellen wenn du an den coolsten Dude aus Jurassic Park denken müsstest wer wäre das? hold on to your butts ganz genau Samuel L. Jackson in der Rolle Samuel L. Jackson in der Rolle des John Arnold ist eigentlich eine Legende aus Jurassic Park und das nicht zu Unrecht denn der Typ ist einfach nur ziemlich cool egal in allem was er sagt egal in allem was er macht und egal wie ekelhaft er auch wirklich abtritt obwohl wir das gar nicht so wirklich sehen im Film sehen wir lediglich wie Ellie Settler in einem Bunker in dem sie gerade den Strom aktivieren soll John Arnolds Arm findet und man denkt sich als Zuschauer so ein bisschen wie ist denn das jetzt passiert? warum die Szene nicht im Film war hat einen ganz einfachen Grund während den Dreharbeiten zu Jurassic Park gab es auf Hawaii einen richtig heftigen Sturm und deswegen konnte Samuel L. Jackson nicht ans Set fliegen er selbst hat aber sogar betont es gebe eine Szene beziehungsweise es stand eine Szene im Skript die er aber nicht spielen konnte aufgrund dieses Sturms nur über diese Szene sprechen wir mal ganz kurz und genau wie in den anderen beiden Jurassic Park Videos Achtung es wird wieder mal ekelhaft viel Spaß mit dem Video wenn euch das Thema Kaiju interessiert lasst ein Like da abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke also klären wir vorab mal ganz kurz was wir denn im Film wirklich sehen wir bemerken dass Dennis Nedry es geschafft hat den Strom auszuschalten und daraufhin möchte Ellie Settler den Strom wieder anschalten Mr. Arnold allerdings verabschiedet sich schon vorher von der Gruppe weil er das Ganze mit dem Strom eigentlich übernehmen möchte aber er kommt nicht mehr zurück und als Ellie dann im Bunker auftaucht in dem man eben auch die Stromreaktoren wieder aktivieren kann merkt sie dass da ein Velociraptor drin gefangen ist und eben auch Mr. Arnold naja Mr. Arnolds Arm tatsächlich nur noch im Originalskript hat man aber noch sein Torso gesehen das heißt Ellie Settler oder die Schauspielerin von Ellie Settler Laura Dern ist sogar noch über einen Torso von John Arnold gestolpert hier habt ihr mal ein Bild dazu das heißt das Requisit dazu gab es auch schon und hat sich dann aber dazu entschieden das doch nicht zu machen jetzt stellt sich hier allerdings eine ganz große Frage man sieht vorher wie Ellie den Bunker aufmacht wie ist der Raptor da reingekommen da könnte man natürlich auch sagen ey der Raptor war da eben drin weil die wissen ja wie man Türen aufmacht allerdings wissen wir auch dass diese Bunker verschlossen sind das heißt Mr. Arnold wird den Bunker eben geöffnet haben und dadurch konnte Ellie erst in den Bunker rein wie war jetzt aber der Raptor schon vorher in diesem Bunker drin und das erzählt uns zum einen der Roman und zum anderen gibt es da eben bestimmte Drehbuchauszüge die sich aber alle auf dem Roman berufen und zwar wäre das Ganze wie folgt abgelaufen wir hätten gesehen wie Mr. Arnold den Schutzbunker betreten hätte beziehungsweise den Strombunker hat das Teil irgendeinen Namen? der Bunker in dem der Strom angeschaltet werden kann wie nennt man denn sowas? John Arnold betritt den Strombunker und merkt dann aber das Ganze ist hier schon recht düster ich sehe einfach nichts und wie wir alle wissen wenn du nichts siehst hast du schlechte Karten irgendwelche Knöpfe und Schalter zu finden also kam er auf die glorreiche Idee ich kann ja meinen Schuh an die Tür anlehnen damit die Tür ein Stückchen offen bleibt und dadurch Licht hereinkommt gesagt getan Mr. Arnold bekommt dadurch also ein bisschen Licht und der Lichtstrahl reicht auch direkt bis zum Ende des Raumes er macht sich auf den Weg merkt dann aber beim Laufen dass es ganz kurz wieder dunkel wird und als er sich dann eben umdreht bemerkt er dass da ein Velociraptor im Gang drin steht der Raptor schiebt beim Reinlaufen allerdings den Schuh von Mr. Arnold mit in diesen Bunker rein und die Tür knallt eben wieder zu jetzt haben wir das Szenario was wir eben auch aus dem Film haben beziehungsweise erklärt das jetzt so ein bisschen wie alles zustande gekommen ist der Velociraptor ist im Bunker drin hey Arnold ist im Bunker drin und jetzt haben wir eben eine Konfrontation der beiden das Spannende an der Szene wäre allerdings gewesen dass die fast ausschließlich im Dunkeln gespielt hätte und wir so gut wie nichts gesehen hätten bis auf ein paar Silhouetten ich hätte das einfach zu gerne gesehen denn die ganze Szene wäre kurz wie ein Katz-und-Maus-Spiel abgelaufen wenn ich sage kurz meine ich wirklich nur sehr kurz Mr. Arnold hätte sich an den Boden gelegt und hätte versucht zu hören wo sich der Velociraptor entlang bewegt und da hätten wir dann auch wieder das ikonische Klong, Klong, Klong der Kralle mitbekommen und ich glaube dass das als Zuschauer schon ziemlich heftig gewesen wäre denn Mr. Arnold findet daraufhin eine Taschenlampe und flackert mit dieser Taschenlampe herum und dadurch hätte man dann immer wieder ab und zu Silhouetten des Velociraptoren sehen können bis Mr. Arnold dann eben gefressen worden wäre jetzt denkst du dir halt zu Recht du hast eben noch gesagt das wird widerlich an sich ist das gar nicht widerlich es ist spannend ja da solltest du mir Recht geben was du auch machen solltest ist übrigens diesen Kanal zu abonnieren und ein Like dazu lassen das wäre ziemlich cool aber ansonsten ist ja nicht viel Ekelhaftes mit dabei gewesen das kommt jetzt aber noch und hier weichen wir jetzt auch ein bisschen vom Buch ab und ich dachte mir das ist doch heftiger als im Buch also dafür dass man alle möglichen heftigen Stellen aus dem Buch herausgenommen hat versucht man jetzt das in den Film mit reinzubringen ich weiß gar nicht mehr genau wie es im Buch abgelaufen ist dazu kommen wir noch aber ich werde eine Buchbesprechung machen Kapitel für Kapitel gehen wir das Ganze durch ich weiß allerdings dass das nicht der Fall war so wie es jetzt eben hier das Skript hergegeben hat im Film sollte das nämlich so ablaufen dass Mr. Arnold mit dem Rücken quasi gegen ein gegen einen Pfosten oder gegen die Wand stößt und daraufhin der Velociraptor ihm mit dem Bein gegen den Magen tritt und ihm dann mit der Kralle einfach einmal runter den Magen aufreißt ähnlich wie wir es auch bei Dennis Netry gesehen haben dass dann die Innereien da rausquillen und alles als Mr. Arnold dann versucht sich mit den Händen zu wehren und vor dem Raptor zu verteidigen beißt diese allerdings zu presst seinen Körper weiterhin gegen die Wand und reißt ihm dann einfach den Arm heraus deswegen finden wir auch dann später den Arm was mit dem Rest passiert weiß man nicht so ganz genau im fertigen Film sollte das Ganze nämlich so aussehen dass der Arm auf Ellies Schulter landet so wie es eben auch im Film passiert ist aber der Torso bzw. der ganze restliche Körper sollte zur Hälfte unter dem Schrank liegen wahrscheinlich damit man nicht sieht wie ekelhaft das aussieht man hat allerdings vorher gesehen wie er ihm den Arm abreißt ich schätze mal das Ganze wäre nicht wirklich eins zu eins so umgesetzt worden man hätte das irgendwie nur angedeutet dass der Zuschauer das eben versteht aber ja man hätte das Ganze nicht gezeigt mit Gedärmen oder allem drum und dran das wäre wohl nicht passiert und ich finde es interessant dass wir diese Szene wirklich bekommen hätten wenn es einfach keinen Sturm auf Hawaii gegeben hätte verdammt seist du Hawaii ich hätte die Szene auf jeden Fall nur zu gerne gesehen und ich fand auch schon immer dass das so ein Stück war das irgendwie das fühlt sich so an als würde da etwas fehlen wenn man dann sieht wie Ali die Überreste von Mr. Arnold entdeckt man hat sich dann damals schon im Kino oder beziehungsweise auf der DVD man denkt sich jedes Mal hier fehlt irgendwie ein Stück wie ist der Raptor da reingekommen was ist denn da drin wirklich passiert ja das ist auf jeden Fall jetzt die Antwort der Raptor ist eben reingekommen weil Mr. Arnold ihn mehr oder weniger reingelassen hat dieses Video mag jetzt vielleicht nicht ganz so nervend aufreibend gewesen sein wie jetzt die letzten beiden aber ich bin der Meinung man sollte das Ganze mal besprechen ich finde es nämlich sehr interessant dass diese Szene wirklich existiert und umgesetzt werden sollte und wie gesagt es war einfach nur ein dämlicher Zufall dass das nicht passierte wir kommen zu Mr. Arnolds Tod auch nochmal wie das Ganze im Buch beschrieben ist da ist es gar nicht sehr viel anders also da ist es ungefähr genauso und wie gesagt wir besprechen ab jetzt die nächsten Jurassic Park Videos gehe ich mit euch Kapitel für Kapitel durch wir gehen das ganze Buch durch und ich mache jetzt hier nicht einfach nur eine langweilige Buchbesprechung draus ich erkläre euch das Ganze mit Bildern so wie ich das eben auch in den anderen Videos gemacht habe das heißt wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt das Buch nicht gelesen habt auf jeden Fall auf diesem Kanal hier bleiben den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen dann verpasst ihr hier nichts mehr ihr könnt euch das Lesen sparen ihr könnt euch sogar das Zuhören eines monotonen Hörbuchs sparen ich quatsche mit euch über die einzelnen Kapitel des Buches und wenn wir dann damit durch sind auch gerne in einem Livestreamer zusammen über die großen Unterschiede zwischen Jurassic Park dem Buch und eben dem Film weil da doch einiges zu sagen ist vielleicht schaffe ich das Ganze sogar noch vor Kinostart von Jurassic World 3 dann kann man das so im Übergang dann dazu machen auf jeden Fall werde ich jetzt die nächsten Videos dem Buch widmen jetzt bin ich aber mal auf deine Meinung gespannt beziehungsweise hast du gewusst dass diese Szene wirklich existiert und einfach nicht gedreht werden konnte wegen eines Sturms oder bist du genauso überrascht wie ich ich hatte davon nämlich keine Ahnung und ich habe mir bis jetzt wirklich jede beschissene Doku von Jurassic Park angeguckt das wurde glaube ich nie irgendwo erwähnt oder ich habe einfach nicht richtig zugehört das kann natürlich auch sein was hältst du außerdem von der Idee das Buch mal wirklich Stück für Stück Kapitel für Kapitel durchzugehen findest du es eine gute Idee oder sagst du interessiert mich nicht für den Fall ist es auch nicht schlimm weil das ist nur ein Teil des aktuellen Contents der jetzt auf euch zukommt Godzilla-Content kommt ebenfalls parallel zum Jurassic Park Content und damit bin ich aber auch strauß für heute bereitet euch aber schon mal seelisch und moralisch darauf vor dass es im Buch teilweise wirklich heftig wird und wir beginnen nächste Woche mit dem ersten Kapitel beziehungsweise mit dem Prolog der Ingen-Vorfall freut euch schon mal drauf ist nicht ohne hat auch schon einiges zu bieten und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder bis dann und wieder einmal ist es soweit wieder einmal müssen wir uns über eine Deleted Scene unterhalten in einigen vorherigen Videos haben wir glaube ich generell auch nur über Deleted Scenes aus dem Jurassic Park Franchise gesprochen also wir haben Jurassic World erstmal beiseite gelassen aber auch genau hier setzen wir jetzt an wir sprechen in diesem Video darüber welche Szene sie aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom zu deutsch das gefallene Königreich entwendet haben und zu welchem Preis das ganze passiert ist es wird sehr interessant und Achtung Trigger Warnung mich hat schon ein bisschen aufgeregt in diesem Sinne viel Spaß mit dem Video die Deleted Scenes sind immer so eine Sache ich meine wir hatten auch die Szene mit Roland bereits besprochen als er sich mit RJ unterhält die Szene wurde aus The Lost World Jurassic Park 2 ebenfalls rausgeschnitten das Video dazu habe ich die mal hier oben verlinkt das kannst du dir gerne mal anschauen aber auch hier gab es einen bestimmten Grund ob die Szene jetzt zu gewalttätig war oder ob sie eben den Film zu sehr in die Länge gezogen hat ich glaube eher das Zweiteres der Fall gewesen wäre es gab irgendwie einen Grund warum diese Szene nachvollziehbar nicht im Film gewesen ist die einen würden jetzt sagen boah sehe ich ein bisschen anders aber ich glaube im Grundprinzip kann man sich doch wirklich einig sein die Szene hätten wir im Endeffekt nicht gebraucht die Szene über die wir jetzt hier sprechen ist einer anderen Szene zum Opfer gefallen das heißt ja die vorherigen Deleted Scenes die wir besprochen haben wurden einfach aus dem Film rausgestrichen es gab quasi keinen Ersatz für diese Deleted Scenes in diesem Fall hier ist das anders man hat sich dazu entschieden eine unfassbar tolle Szene herauszuschneiden und gegen was anderes auszutauschen wir kommen da jetzt auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen um welche Szene geht es denn hier im Fokus der Deleted Scene über die wir heute sprechen ist diese Frau hier jetzt habe ich den Namen gar nicht parat ich habe ihn auf jeden Fall mal hier eingeblendet das ist im Endeffekt die Hausfrau des Lockwood Anwesens und eben auch die Aufpasserin des Kindermädchen von Maisie die gute Frau ist nämlich im Film zu sehen wird als sehr streng aber irgendwie auch sehr sympathisch dargestellt sie hat mich irgendwie an McGonagall aus Harry Potter erinnert keine Ahnung wieso und dann später als dann wirklich die Kacke am Dampfen ist verschwindet sie einfach und mich haben zwei Freunde darauf aufmerksam gemacht die nämlich aktuell zum allerersten Mal die Jurassic World Trilogie geschaut haben und die haben mich wirklich gefragt ja sie fanden es halt ein bisschen komisch dass die Haushälterin in Jurassic World Dominion nicht mehr aufgetaucht ist weil die müsste sich eigentlich Sorgen um Maisie machen und wo war die denn eigentlich gewesen und die Antwort hierauf ist naja die war tot aber das könnt ihr nicht wissen weil ihr habt es eben nicht gesehen die Szene über die wir jetzt sprechen wurde sogar ursprünglich gedreht wir befinden uns zum relativen Abschluss von Jurassic World 2 Fallen Kingdom in der Lockwood Manner also im Lockwood Anwesen hier hat der Endoraptor bereits in die Kamera gelächelt und hat sich in guter alter Trickstar Manier aus dem Gehege oder aus dem Gefängnis heraus befreit er läuft jetzt quasi amok durch das gesamte Lockwood Anwesen und frisst immer wieder einzelne Leute letztendlich ist er dann auch hinter Maisie, Owen und Claire her die verstecken sich dann im Verlauf dieses Katz und Mausspiels hinter so einer Scheibe dieses Ausstellungsmuseums oh Gott will mir die Namen wieder nicht einfallen ihr wisst was ich meine ich habe es hier auf jeden Fall eingeblendet die verstecken sich auf jeden Fall hinter diesen Dinosaurier Figürchen Maisie wird kurz darauf aber vom Indoraptor entdeckt und die drei rennen dann so eine Wendeltreppe hoch und der Indoraptor springt quasi hinterher genau hier sollte ursprünglich die Deleted Scene einsetzen denn eigentlich war das Ganze so gedacht dass der Indoraptor es eben nicht auf die Treppe hoch schafft er sollte ursprünglich zusammen mit der Treppe wieder zu Boden fallen und das genau zu Füßen von Maisies Haushälterin die sollte eigentlich bewaffnet vor dem Indominus Rex stehen und sollte versuchen Maisie zu beschützen das was wir später mit Owen sehen wo Owen quasi auf den Indoraptor schießt und der kurz zu Boden geht und dann aber wieder aufsteht diesen Effekt sollte ursprünglich die Haushälterin abbekommen also das sollte eigentlich ursprünglich hier schon passieren kurz darauf wird sie logischerweise gefressen es gibt zu dem ganzen Vorfall bereits Setfotos beziehungsweise ein Setfoto das habe ich euch hier gerade mal eingeblendet das schon zeigt dass man hier auch wirklich wieder mit einem animatronischen Kopf gearbeitet hat und das ganze hätte wirklich sehr furchterregend und auch naja in guter alter Eddie Carman hier auch wirklich traurig werden können weil diese Frau sich dafür opfert Maisie zu retten und dabei dann eben stirbt obwohl sie es ja sogar noch schafft sie schafft es ja wirklich den Indoraptor abzulenken solange bis Maisie in Sicherheit ist und dann quasi in ihrem Kinderzimmer sich unter der Bettdecke versteckt danach sollte die Szenerie genauso weitergehen wie wir es eben auch kennen der Indoraptor hätte sich dann vom Dach unter geschlichen in das Zimmer rein und wir hätten diese Kralle gesehen die eben nach Maisie greift was hätten wir aber nicht bekommen wenn der Film so verlaufen wäre die Szene die einfach nur ein billiger Abklatsch von der Küchenszene mit den Velociraptoren und Lex aus Jurassic Park 1 ist dieser Szene ist das Opfer der Nanny von Maisie zum Opfer gefallen und warum denn genau für diese Szene warum hat sich Colin Trevorrow der das Drehbuch auch von Jurassic World 2 geschrieben hat auch wenn er nicht auf dem Richtigstuhl gesessen hat er hat das Drehbuch von Jurassic World 2 geschrieben warum hat er sich denn jetzt wirklich gedacht komm wir streichen die Szene mal raus und bringen die Szene hier rein im Endeffekt wegen Member Berries man muss sich in diesem Moment einfach denken ah das haben wir in Jurassic Park ja schon mal gesehen ist ja cool bringt für mich aber nichts wenn ihm die selbe Szene nochmal zeigt nur eben in wesentlich schlechter und unspektakulärer ich finde es unfassbar schade dass man sich hier wirklich hat inspirieren lassen von Steven Spielberg im Endeffekt hat man einfach die Szene eins zu eins kopiert und eben in ein neues Setting reingesetzt und hat dann dafür eine eigene Kreation herausgeschnitten ich hätte die Szene jetzt hier nicht mehr sehen müssen wo Maisie dann auch kurz vorher es schafft dieses Türchen runter zu machen und dann kann sie eben entkommen und danach ist sie in ihrem Kinderzimmer das ist die Szene weshalb wir den Tod der Nanny von Maisie nicht gesehen haben und ich finde es eben sehr schade denn auch sie hätte einen Heldentod bekommen und der hätte sehr wahrscheinlich stark an Eddie Carr erinnert der ja in The Lost World Jurassic Park 2 sein Leben gelassen hat um ihren Malkin und die gesamte Gruppe zu retten jetzt wie immer deine Meinung gefragt was sagst du zu dem Thema bist du da eher meiner Meinung dass du auch sagst ja finde ich auch dumm dass man jetzt wieder für einen Member Barry so eine eigene selbstständige Szene geopfert hat oder sagst du ey ich hab das gebraucht ich brauch diese Verweise auf alte Jurassic Park Filme die mir zeigen wie cool doch früher alles war lass uns in den Kommentaren diskutieren ich bin auf eure Meinung gespannt in diesem Sinne bis zum nächsten Video tschau an dem Colin Trevorrow offiziell bestätigt ja es ist nicht nur ein Jurassic Franchise das wir bekommen wir bekommen ein Jurassic Universe daraufhin geht ein dunkler Vorhang auf und wir sehen dann eine Timeline welche Filme alle vorkommen könnten ich möchte mit dir jetzt über eine Idee von mir sprechen über ein Video oder über einen Film der definitiv erscheinen müsste wenn das wirklich passieren sollte sollte Colin Trevorrow wirklich und davon gehe ich ganz fest aus in Zukunft sagen wir wir erschaffen ein Jurassic Universe das bedeutet wir erschaffen auch Geschichten die parallel zu anderen Geschichten spielen wir machen Filme bei denen wir uns einzelne Figuren packen und denen einzelne Geschichten geben dann habe ich hier den Film für dich bei dem ich der Meinung bin der würde auf jeden Fall mit dabei sein viel Spaß mit dem Video Ich denke mal man hat es auch schon so ein bisschen am Thumbnail erkannt oder eben auch am Titel ich konzentriere mich hier auf die Figur Macy warum? weil ich einfach der Meinung bin dass Macy mitunter die interessanteste Figur von allen ist im gesamten Jurassic World ich mochte die Idee dass Macy ein Klon ist weil die Idee einfach die Idee ist vom Konzept her einfach sehr genial weil wir können Dinosaurier erschaffen check vollkommen klar wir können eigene Lebewesen erschaffen Indominus Tracks, Indoraptor hat es alle so nie gegeben die können wir einfach so erschaffen auch check als würde jetzt die Menschheit nicht auf die Idee kommen ja lass auch mal eigene Menschen erschaffen oder eben Klonen weil im Endeffekt sind auch die meisten Saurier die wir eben in Jurassic Park und Jurassic World sehen nur Klone von daher fand ich Macy immer sehr interessant ich fand ihren Satz ein bisschen blöd als sie die Dinosaurier freigelassen hat und dann in die Kamera guckt und sagt sie sind wie ich weil ne Mädel du bist kein Dinosaurier ihr seid alles Klone irgendwo aber es trotzdem ist da schon ein Unterschied irgendwie festzustellen auch in Jurassic World Dominion haben sie dann mit ihr ein sehr interessantes Grundkonzept aufgebaut dass sie eben auch sagt ey Leute ihr wollt mich behandeln wie ein Kind ich weiß nicht mal wie es ist ein Mensch zu sein und ich dachte mir ja geht darauf ein bisschen ein bitte geht darauf ein bisschen ein und dann kamen die Heuschrecken also Macy ist für mich mitunter das interessanteste vielleicht sogar am gesamten Jurassic Universum ja ich gehe sogar so weit und sage Macy ist für mich das interessanteste am gesamten Jurassic Universum was wir bisher haben man muss sich mit der ganzen Klon-Geschichte erstmal anfreunden verstehe ich auch aber trotzdem hat sie immer noch eine Geschichte zu erzählen die eben nicht vollendet ist Macy's Geschichte ist nicht zu Ende erzählt Owen ist derselbe Charakter in Jurassic World wie auch in Dominion der hat sich null weiterentwickelt auch Claire entwickelt sich nicht wirklich weiter Sam Neill ich mag ihn ja aber auch er ist derselbe Alan Grant wie in Jurassic Park 3 Ellie Settler hat sich irgendwie vom Berufsbild verändert ist aber auch noch dieselbe Person und Dr. Ian Malcolm ist jetzt Jeff Goldblum der ist nicht mehr Ian Malcolm der hat sich komplett verändert die einzige Figur die hier wirklich eine Entwicklung durchmacht die man auch als Zuschauer nachvollziehen kann ist eben einfach Macy vollkommen klar was außerdem in den Jurassic World Filmen noch sehr vernachlässigt wurde ist die Insel Isla Sorna und ich verstehe bis heute nicht warum er das nicht mal irgendwie mit eingebaut hat ich weiß die Insel wird immer wieder mal so in Nebensätzen erwähnt wir haben auch Saurier von Sorna hergebracht und so ein Kram aber warum ist denn nicht einfach alle Saurier irgendwie auf Isla Sorna warum sind die im Biosyn Valley mitten auf dem Festland also wieso hat welche Regierung sagt er einfach das ist eine gute Idee warum wurden die Saurier nicht nach Isla Sorna gebracht sonst haben wir also eigentlich zwei zwei Bauklötzchen wir haben einmal Macy von der wir noch eine Geschichte bekommen könnten bekommen sollten meiner Meinung nach und wir haben Isla Sorna die eben auch noch da ist und die wir sehr vernachlässigt behandelt haben jetzt klatschen wir die beiden doch mal zusammen und gucken ob das irgendwo passen würde und dann überlegen wir uns mal mal gucken Macy und Isla Sorna wo ist da die Verbindung naja ihre Mutter Charlotte Lockwood hat im Jurassic Park gearbeitet sie war Mitarbeiterin auf Anlage B quasi auf der Anlage auf der die Saurier gezüchtet erschaffen und großgezogen wurden bevor sie eben dann nach Isla Nubla gebracht wurden hier könnte man jetzt einen Film machen in dem Macy versuchen will noch mehr über ihre Mutter herauszufinden und auf der Suche natürlich auf die Isla Sorna reisen muss dort könnte sie dann zum Beispiel noch weitere Geheimnisse aufdecken man könnte hier wirklich einige Logik Lücken die wir nun mal einfach haben das kann man nicht leugnen könnte man hiermit aber einfach sehr innig schließen hier mal ganz kurz als Star Wars Referenz wo das sehr gut geklappt hat ist der Todesstern der hat in Episode 4 einfach ein Loch irgendwo dringend gehabt wenn man da reingeschossen hat das einfach alles in die Luft geflogen man hat sich damals auch gedacht so ja warum ist da eigentlich dieses Loch gewesen so irgendwie es wurde ein bisschen erklärt bla bla in einem späteren Film in Rogue One wurde dann eben erklärt ja das Loch wurde da mit Absicht eingebaut von einem Saboteur damit eben die Rebellen die Station in die Luft jagen können hier wurde einfach ein Flothole beziehungsweise so eine Ungereimtheit so ein seltsamer Fakt wurde eben einfach begründet und das auch wirklich plausibel begründet ähnliches könnte man eben auch mit dem Jurassic Universe machen wenn es denn eben kommt dazu würde ein Film in dem ein Charakter in meinem Szenario eben Macy auf die Isla Sorna reist was auch Sinn macht damit sie eben Geheimnisse von ihrer Mutter herausfindet würde eben am meisten Sinn machen da man hier weitere neue Geheimnisse aufdecken könnte man könnte bestimmte alte Themen ansprechen und vor allem könnte man auch mal klären warum Isla Sorna bis jetzt keine Rolle mehr gespielt hat ich meine ey es wäre Isla Sorna meine Theorie geht davon aus dass wir so einen Film in nächster Zeit bekommen würden in nächster Zeit meine ich so innerhalb der nächsten 5 Jahre jetzt bist du gefragt wie ist deine Meinung dazu meinst du das wäre ein sinnvoller Film sowas irgendwie auf die Beine zu bringen und sowas eben auch zu zeigen ich meine das Ganze wäre im Endeffekt dann schon eine Fortsetzung zu dominieren würde aber auch nur eine Person beleuchten das heißt man könnte auch hiermit irgendwie eine Brücke bauen zu der nächsten Jurassic Period oder Jurassic Era oder wie auch immer das Ganze heißen wird der Film mit Macy könnte den Grundstein legen zur nächsten Jurassic Trilogie durch irgendwelche Geheimnisse die sie dann eben auf Isla Sorna aufdeckt ich bin gespannt was du zu meiner Theorie zu sagen hast schreib es mir in die Kommentare unten rein und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Video wieder bis dann ciao die sie die k